Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. Hahahaha! Und vielleicht auch so ein bisschen in die Richtung bei ihrer Vorfahren Rhaenyra und damit begrüße ich euch recht herzlich zum mittlerweile sechsten Staffel-Recap zu House of the Dragon und das tue ich natürlich mal wieder nicht alleine, sondern mit jemandem, der jetzt glaube ich schon zum dritten Mal hier am Start ist, aber Sven, der dritte, werde ich ihn trotzdem nicht nennen, aber er bleibt für immer für mich der Wächter der Pfalz. Moinsen, Sven! Sikudi no pasmi. Hallo zusammen. Äh, war das jetzt hochvalyrisch? Ja. Okay. Das war hochvalyrisch, mit kleinem pfälzischen Unterdruck. Okay, und das heißt? Sieben Höllen. Ich habe irgendwas zum Fluchen gesucht, aber ich habe nur das gefunden. Okay, ja gut. Ja, hätte Stefan das gesagt, wäre er vielleicht noch am Leben gewesen, ne? Tja, wer weiß. Ja, Mensch, äh, Folge 6, du warst zuletzt, äh, hier mit am Start bei Folge 3, wenn ich mich richtig entsinne. Ja. Wie haben dir denn 4 und 5 so gefallen? Sehr gut. Also, finde tatsächlich keine Folge bisher irgendwie schwächer oder dass sich gewisse, naja gut, okay, ein, zwei Themen nutzen sich so langsam ein bisschen ab, aber ich habe natürlich getrauert um, um Reynes. Ich hatte es tatsächlich auch nicht als Abschied wahrgenommen, weil es mir da tatsächlich zu unemotional inszeniert war. Also, der Kampf mit dem Drachen und alles super, fand ich mega toll, hat mir richtig viel Spaß gemacht und ich dachte noch, als sie abstürzt, ja, da hat mir so ein bisschen, ein bisschen mehr Emotionalität gefehlt. Das war für mich nicht so wie ein Abschied, was ich mir so später gedacht habe, ja gut, okay, vielleicht hat sie sich doch irgendwie noch retten können. Nein, 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 nein. Leider nicht. Die hatte, die hatte sich in, in ihr Geschirr da eingehakt zu dem Zeitpunkt schon, ne? Ja, und letzten Endes ist sie ja so gestorben, das sagt ja Bela dann auch nochmal in der fünften Folge, sie ist letzten Endes so gestorben, wie sie sterben wollte. Sie war eine Drachenreiterin und ist im Drachenfeuer gestorben und man muss bedenken, also klar, es gibt ja immer so diese Regel, wenn man in einer Serie eine Leiche nicht gesehen hat, dann ist die Figur auch nicht tot. Aber jetzt mal ehrlich, erstens ist die mit dem Drachen runtergefallen und der Drache ist wiederum auf die Burg Rooks Rest gefallen und hat da auch noch eine Bresche reingeschlagen, also dass sie nicht überlebt haben. Treib mir nicht wieder die Tränen in die Auge. Ja, ich, 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 ich reibe in der Wunde rum, ich merke das schon. Wir können vielleicht dann daran anschließend dazu kommen, was ja bei der fünften Folge so ein bisschen eine Kontroverse ausgelöst hat und worüber ich und Paul auch so ein bisschen unsicher waren, was wir davon halten sollten, nämlich, ja, Damon, der im Geiste mit seiner Mutter Alissa schläft. Und, äh, das ist bei vielen Leuten wohl, äh, ja, durchaus ein bisschen kontrovers aufgenommen worden, also dahingehend, dass die Serie damit vielleicht jetzt etwas den Bogen überspannt hat. Ich meine, äh, Inzest in, äh, House of the Dragon oder Game of Thrones ist ja nun mal gerade bei den Targaryens Alltag. Eben. Aber das hier war dann vielleicht auch dafür ein bisschen too much und es war ja auch für Damon in dem Moment dann irgendwie zu viel. Da, als er das registriert hat, oh scheiße, ich, äh, schlafe hier gerade mit meiner Mutter in, in meiner Fantasie. Und, äh, da muss man jetzt auch übrigens zu ergänzen, Damon hat seine Mutter nicht wirklich gekannt. Die ist gestorben, als er, äh, vier Jahre alt war und den, äh, Viseres, glaube ich, ein bisschen älter. Und, äh, was auch dann zumindest in den Kontext der Szene passt, ist eben diese sexuelle Komponente, weil Alisa, äh, ja, war tatsächlich, äh, sehr leidenschaftlich, was sowas angeht. Die soll sogar Sex auf, auf ihrem Drachen gehabt haben zu Lebzeiten. Und vor allem hat sie wohl auch ihre neugeborenen Söhne, also nach, nach wenigen Wochen, als sie wirklich noch im Säuglingsalter waren, mit auf Drachenflüge genommen. Was, äh, vielleicht ein bisschen was erklärt. Wie, wie stehst du denn eigentlich zu dieser Sequenz? Ich fand's nicht schlimm. Ich fand auch die Aufregung, drumherum, als ich rumgelesen hab, dachte ich, ey, sag mal, da heiraten Bruder und Schwester oder in weiteren Stammbaum, ich glaub, weiß gar nicht, ob's davor oder danach war, war's sogar einer, der hat seine beiden Schwestern geheiratet. Mhm. Also, da fand ich das jetzt nicht so dramatisch. Ich fand den Moment, wo er dann, wo er dann merkt und schnackelt, oh, oh, jetzt wird's wirklich strange. Ja, ja. Den fand ich wirklich gut gespielt und, ja, aber jetzt da irgendwie ein Aufschrei und, ach Gott, jetzt geht er aber zu weit. Nö, nö, nö. Es ist ja auch nie so super pikant inszeniert, sondern du sollst ja auch diesen Schrecken kriegen. Also, ich fand's jetzt nicht wirklich schlimmer, als dass sie ihre Schwester heiraten. Also, für die zumindest. Ich musste im Nachhinein so ein bisschen an Charlie Harper in Two and a Half Men denken. Wo, äh, auch mal irgendwie eine Folge ist, wo die Möglichkeit besteht, dass er mit einer Halbschwester, äh, also einer eventuellen Halbschwester von, äh, sich, äh, im Bett landet. Und das ist ihm dann wohl doch zu viel. Und das war hier ja auch bei Damon, äh, äh, durchaus so inszeniert. Ja, das stimmt. Ich meine, da kommen wir ja eh noch drauf. Was ich noch anmerken wollte, äh, erst mal liebe Grüße natürlich auch an Paul. Und zwar die Zitronen-Sauerkraut-Story. Die therapeutischen Zitronen, habe ich sie genannt. Genau, die therapeutischen Zitronen, wo sich ja drüber unterhalten wird, ja, warum macht er das und bla, wo ich mir gedacht habe, okay, ich hab's tatsächlich, also das Erste, was mir da eingefallen ist, ist ja, du siehst vorher, wie in, in King's Landing die Leute wirklich Abfälle fressen. Mhm. Um es jetzt mal wirklich ganz platt auszudrücken. Ja. Und dann hast du diesen Gegenschnitt, wie, äh, Sauerkraut da sein Schwert mit Zitronen einölt und ein bisschen Salz. Und ich hab da so ein bisschen rumgelesen und dann haben ganz viele, ja, warum macht ihr das? Dachte ich mir, okay, euch ist nicht der Kontrast aufgefallen, dass der gerade Früchte, die das Volk tatsächlich wirklich dringend braucht, für sein bescheuertes Schwert benutzt. Ja, ja, stimmt, stimmt. Ja, äh, äh, das wird ja dann auch hier noch fortgesetzt mit den Kontrasten, was das angeht. In einem Bild sogar hier, ne? Geh ich, geh ich auf jeden Fall mit. Wir haben uns vielleicht da ein bisschen sehr drauf eingeschossen, dass er da so, äh, ja, also, warum er das da macht. Nicht, nicht, warum er es mit einer Zitrone macht, sondern, äh, wahrscheinlich auch, um irgendwas zu tun zu haben, sich abzulenken. Weil der ist ja wirklich schon, der dürfte posttraumatisches, äh, Stresssyndrom irgendwie auch haben, ne, wahrscheinlich. Naja, nach dem, was passiert, ist kein Wunder. Nein, das war jetzt ja auch keine, dass ich irgendwelche Falschinterpretationen irgendwelchen Leuten, also euch vorwerfen oder irgendwas. Sondern es war einfach nur, das, das, das kam mir als erstes in den Sinn, weil es halt so ein krasser Gegenschnitt war. Oder du siehst den Dreck, du siehst die Leute, die wirklich am Verhungern sind. Und dann hockt der Anna da und reibt genüsslich sein, äh, sein Schwert mit Zitrone rein. Ja. Hä, okay. Also da hatten wir ja gerade schon gesagt, die, die Serie, die spielt ja damit und gerade, was, was Schnitte, äh, angeht, ne. Also auch wieder in dieser Folge und insbesondere bei Claire Killner, die ja die zweite und die fünfte Folge gedreht hat, ist das ja schon sehr, äh, sehr auffällig einfach, ne. Wie sie, wie sie da, ähm, auch mit, mit Überleitung Gegenschnitten spielt. Ich hab, äh, diesmal auch, äh, noch eigentlich Ergänzungen zur Folge, die werden wir aber diesmal ein bisschen mehr in den Flow, äh, der Episode mit reinnehmen. Weil, äh, das sind jetzt nicht so Sachen am Rande, die mir mal eben so aufgefallen sind, sondern auch welche, die eben auch in dieser Episode wieder zum Tragen kommen. Deshalb, äh, würde ich sagen, überspringen wir das mal jetzt und kommen zur Episode, die, äh, wie könnte es anders sein, natürlich noch keinen Titel hat. Erneut schöne Grüße an Paul. Ich würde das hier nämlich ab sofort gerne einführen, dass wir mal am Anfang oder am Ende, je nachdem, äh, mal überlegen, wie denn die Folge heißen könnte. Willst du das jetzt machen oder vielleicht doch eher am Schluss? Ja, machen wir mal eher am Schluss, oder? Ja, weil dann hat man die, die Folge nochmal, äh, deutlich präsenter, wenn man die jetzt so Revue passieren lässt, ne? Aber wir lassen, äh, noch kurz was anderes Revue passieren, denn, äh, der Vorspann hat sich wieder einmal geändert, beziehungsweise er wurde an einer, äh, Stelle, äh, ab einem bestimmten Punkt eingekürzt. Und, äh, ja, jetzt sehen wir noch deutlich mehr Ereignisse, äh, wir haben nämlich Lukes Tod durch, äh, Varga und Aemond haben wir deutlich mehr im Vordergrund. Ich hab das beim ersten Mal, bin ich auch ganz ehrlich, das ist so kunstvoll verschlungen und Varga ist da so riesig auf dem Bild. Ich hab das beim allerersten Mal im Screener gar nicht gecheckt, was das sein sollte. Ja, und dann haben wir hier mittlerweile jetzt eine ganze Galerie, was dieser Kampf bislang für Opfer gefordert hat, ne? Oder dieser Krieg, also Lukes Tod, Jaehaerys und, äh, die Rattenfänger und dann ganz neu. Und das sah so dermaßen toll und kunstvoll aus. Äh, wir haben jetzt auch ein gesticktes, äh, Motiv zum Drachentanz, ne? Also, die geben sich da so viel Mühe, das ist echt Wahnsinn. Also, so viel kannst du in der kurzen Zeit wirklich, also du verpasst da wahrscheinlich noch ganz, also ich zumindest noch viel, viel mehr. Aber das macht einfach immer wieder Spaß, sich das anzugucken und halt die Musik und das zieht dich alles sofort rein und du bist sofort hellwach und denkst, ah, los geht's. Ja, also, ich, äh, da, da wird ja wahrscheinlich noch mehr kommen, aber, oh mein Gott, ich bin wirklich, ich fang so langsam wirklich an, dieses Intro zu vergöttern. Also, wenn das, wenn das so weitergeht, dann läuft das wirklich bald schon dem, äh, der Muttersere den Rang ab bei mir. Wir haben aber auch noch ein paar Änderungen oder, ja, so, äh, halb und halb, ähm, bei, äh, den Credits dieser Folge. Zum einen nämlich einen Neuzugang auf dem Regiestuhl, also wirklich jetzt im gesamten Franchise und zwar André Parekh, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Der, äh, ist eigentlich, äh, Kameramann, äh, lustigerweise zuletzt, äh, bei diesem, äh, Film, den hab ich aber noch nicht gesehen, der heißt ja hier in Deutschland Baby to Go und wie es der Zufall will, mit Emilia Clarke in der Hauptrolle. Hm. Er hat aber auch schon für HBO, äh, bereits, äh, Folgen inszeniert von sowohl Succession als auch Watchmen, also durchaus jetzt jemand, der sich im Serienbereich, äh, Drahtso seine Sporen verdient, ne? Und, äh, das kann man auch schon mal sagen, also ich zumindest habe dieser Folge sehr angemerkt, dass er eigentlich ursprünglich ein Kameramann ist in erster Linie, ne? Und, äh, jetzt so langsam ins Regiefach wechselt. Es gibt wieder sehr schöne Aufnahmen. Sehr schöne, ja, und wirklich auch schon wieder, äh, also vor allem nicht nur Totalen, sondern auch, äh, Kamerafahrten, diesmal, ne? Äh, aber dazu später, äh, wir haben, äh, auch noch eine Rückkehrerin beim Drehbuch, nämlich eine reizende Dame namens Aileen Schimm, äh, die war auch schon, äh, bei der, äh, ersten Staffel mit am Werkeln, also ist, äh, Executive Producer bei der Serie. Sie stand auch bislang immer im Abspann der Folgen, aber ich hatte gar nicht gedacht, dass sie hier überhaupt noch mal zum Zuge kommt, weil, äh, diese Dame nämlich auch verantwortlich ist für eine der, äh, ja, am hitzigsten diskutiertesten TV-Episoden in diesem Jahr, oder Serienepisoden. Die hat nämlich die dritte Folge von, äh, der sehr umstrittenen Star-Wars-Serie The Ecolite mitgeschrieben. Äh, und da hat sie sich nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert, sagen wir es mal so, man darf da auch gerne reinhören, ich glaube zum, ja, doch zum, äh, Zeitpunkt, wenn ihr das hier bekommt, äh, auf die Ohren bekommt, äh, dürfte unser Staffel-Recap, äh, zu The Ecolite raus sein, wo, äh, meine Wenigkeit mit den Kollegen Johannes und, äh, Till sehr ausführlich über die Serie spricht und, äh, ihr zumindest aus meiner Sicht, äh, kolossale Scheitern. Äh, aber Aileen Shim hat auch auf der anderen Seite bei der ersten Staffel das Drehbuch beigesteuert zur achten Episode Lord of the Tides, Herr der Gezeiten, oder Lord der Gezeiten, die ja somit die stärkste der Staffel war. Äh, weiß nicht, ob du dich jetzt vom, vom Titel noch dran erinnerst, aber das ist die, wo, also wo, wo, wo Viserys sich da auf den eisernen Thron schleppt. Und, äh, ne, mit, mit seiner Maske. Und die ist ja wirklich, das ist ja sehr, sehr denkwürdige Szene. Ja, wir, äh, gehen in die eigentliche Folge rein und bekommen einen Schauplatz, der neu ist, aber trotzdem, äh, vertraut, verpackt wird, zumindest auf der akustischen Ebene. Wie bist du denn so reingekommen? Hast du dich erst gefragt, wo ist denn das jetzt schon wieder? Oder, äh, hast du zumindest so durch die musikalische Untermalung von Ramin Djawadi gewusst, äh, oder ungefähr, äh, dir denken können, was Sache ist? Nee, gar nicht. Also, ich hab hingeguckt und dachte, okay, da zieht eine große Armee auf, die haben irgendwelche Käfische dabei und der da vorne kommt mir ziemlich bekannt vor. Mhm. Und da hatte ich tatsächlich gedacht, okay, da hat sich jemand Eier wachsen lassen. Aber ich hab ihn verwechselt. Ja, kommt ja auch nicht von ungefähr, weil, ähm, Jefferson Hall spielt ja bekanntlich in der Serie zwei Rollen, ne? Er spielt ja, äh, Zwillingsbrüder. Er spielt zum einen, äh, Thailand Lannister, der ja, äh, im, im Rad in Kings Landing sitzt. Und zum anderen, äh, Jason Lannister, als der ja auch schon mal aufgetreten ist in der ersten Staffel, wo er versucht hat, bei Rhaenyra zu landen und es nicht so wirklich geklappt hat. Und den kriegen wir jetzt hier zu sehen, wie er mit einem Heer anrückt auf einer Burg, äh, die seinen Vasallen gehört und die auch schon mal von Thailand im Rad erwähnt wurde. Nämlich Burg Goldtooth, beziehungsweise Goldzahn, ist in den westlichen Landen und dementsprechend Vasall der Lannisters. Und ja, wir sehen hier die Reiterei der Lannisters und wir hören eine etwas abgewandelte, äh, etwas so, so, ähm, kriegerischere Version von Reigns of Castamere. Nee, da bin ich, also soundtechnisch bin ich da nicht so wirklich versiert. Du könntest mir sonst was vorspielen. Sorry. Okay, schade, 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 schade. Aber, oh, ich, ich fand's, ich, ich fand's toll, weil, äh, Reigns of Castamere ist eines der, der tollsten Stücke und eben das Erkennungs, die, die Erkennungsmelodie für House Lannister. Und, äh, selbst wenn man das nicht tut, man erkennt, glaub ich, schon die Lannister-Wappen und die Soldaten, ne, das sieht schon. Ja, das, das auf jeden Fall. Ja, und, äh, vorneweg, äh, Jason, der hier dann empfangen wird, äh, durch eben einen seiner Vasallen. Der Name wird zwar nicht genannt, aber ich hab dann nachgesehen, das ist Lord Humphrey Lefford im deutschen Leffert. Und, äh, dass er, äh, Haus Leffert angehört, äh, kann man auch schon daran sehen, äh, was für ein Wappen er führt. Nämlich, äh, dort ist ein goldener Berg abgebildet vor einem blauen Himmel und eine gelbe Sonne. Äh, aber das nur am Rande. Jedenfalls, äh, ja, nimmt er seinen Lord in Empfang und das ist so ein bisschen so ein kleiner Schwanzvergleich eigentlich, wer jetzt hier grad das größere Heer hinter sich versammelt, oder? Ja, das stimmt, wobei ich da eigentlich ziemlich schnell klar wird, wer hier eigentlich so das Sagen, also klar, wer das Sagen hat, das schon, aber da, ähm, Jason macht das schon sehr, sehr, ähm, ja, gut, alles klar, wir sind jetzt hier, äh, wir reiten da jetzt rein. Er geht ja auch überhaupt nicht groß auf das Gequatsche irgendwie ein, sondern er sagt nur, ja gut, ich hab irgendwie tausend Männer dabei und noch 500 Bogenschützen und Löwen und du und deine kleine Klitsche da, äh, wir gehen jetzt rein essen und warten drauf, dass wir, weil er fordert ja auch. Es ist ja nicht nur, dass er, dass er hier wie der, wie der Big Boss einmarschiert, sondern er sagt auch, also wir, wir fordern, wir fordern, wir wollen, wir wollen vor allen Dingen Luftunterstützung und jetzt gehen wir aber erstmal bei dir in die Burg und schmausen. Genau, wir, äh, wir fordern nämlich, äh, dass der Prinzregent Aemond, der, äh, frisch Gebackene, äh, sich auf seinem Drachen Varga dorthin begibt und, ja, sich, sich der Armee anschließt, beziehungsweise denen von oben, äh, Geleitschutz und, äh, Deckung gibt, ne, und, äh, nicht er, bis der sich dorthin bequemt, will, äh, Lord Jason mit seinem Heer in die Flusslande marschieren. Also, er will natürlich dem Befehl nachkommen, der aus King's Landing anscheinend ergangen ist, das wurde ja auch schon in der, äh, fünften Folge, glaube ich, vorgeschlagen, äh, dass die Lannisters, äh, eben im Westen ihre, äh, Armee zusammenziehen und, äh, in den Flusslanden zuschlagen und damit auch Dämen eben, äh, äh, auf, äh, schrecken sollen, ne? Ja, dann hier auch Kudos an Aileen Schimm, ich fand schon, also die, die Autorin, ich fand einen Satz von Jason halt schon geil, wo er sagt irgendwie, wir werden uns um die Flusslande kümmern und, äh, wenn, wenn es soweit ist, dann wird der Rote Arm seinem Namen endlich einmal gerecht werden. Hm. Ne, also der Rote Arm ist ja, ist ja der Fluss, der dort fließt und über den dann ja, also das, das, das ist ja, äh, ich glaube, das ist der größte Fluss in den Flusslanden, soweit ich weiß. Und den Satz fand ich schon super und, äh, als sie dann da, äh, sich dann eben, äh, an Lord Lefford vorbei begeben, dem das auch, glaube ich, nicht so recht ist, dass die sich jetzt wirklich in seiner Burg breit machen wollen. Fand ich, fand ich einfach sehr stark, du hattest ja schon erwähnt, im Hintergrund sieht man ja sogar Löwen in Käfigen oder zumindest einen und ausgerechnet als, äh, Jason das sagt, äh, und, äh, Lefford semi-begeistert davon ist, hört man den Löwen brüllen, also das war so richtig schön, Haus Lannister, die ja bekanntermaßen als, äh, Wahlspruch haben, hört mein Brüllen, ne, hear me roar, also das fand ich, fand ich auch sehr, sehr toll an der Stelle. Ja, absolut, aber wie gesagt, ich hab erst hingeguckt und dachte, okay, warum, weil ich hatte den tatsächlich von der ersten Staffel, ich hab den auch komplett schon irgendwie ausgeblendet. Ja, ja, weil man nur den Bruder sieht, ne? War echt, ja, 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 und dachte, ja. Und die sehen ja genau gleich aus, ja. Was ist denn mit dem los, seit wann fährt denn der so ab? Ja, ja, ach, das ist verteilend. Was geht? Ja. Und, äh, dann dachte ich, okay, ne, ähm, er ist es nicht, es ist da tatsächlich der Bruder. Ja, in voller Rüstung vor allem, ne, und halt wirklich auch so, also man merkt direkt, das ist ein Lannister, ne, das war auch schon in der ersten Staffel so, der musste einmal eintreten, man sah diese goldenen Haare und, und, äh, auch die Kleidung, die er trug und das ist halt, Haus, Haus Lannister hat schon immer so getickt. Es sind, wie, wie, wie hat es, äh, Oma Türell oder, also, ähm, Olenna Türell ausgedrückt in, äh, in Game of Thrones, alle Lannisters sind Löwen. Naja, der im kleinen Rad ist eher ein Kätzchen. Ja, eher schon so ein bisschen, ne? Vielleicht ein kleines Raubkätzchen. Äh, erst mal ein toller Einstieg, fand ich, fand ich wirklich super, auch, dass sie nicht einfach irgendwie, das ist ja das Schöne an der Serie, andere hätten jetzt einfach wirklich eingeblendet, ja, Burg, äh, Goldtooth, Westlande, Haus, äh, Vasallhaus Lannister oder so, ne, das, das hätten welche garantiert eingeblendet. Mhm. Über strategische Truppenbewegung und so weiter gesprochen, aber wirklich zu sehen, kriegen wir davon meistens nichts, ne? Ja, das stimmt. Also, es wird auch vielfach kritisiert, hab ich jetzt schon mehr, also, hab ich schon öfters gelesen, dass die Leute sagen, ja, ich will jetzt aber auch endlich mal Action sehen und nicht nur 55 Minuten Dialoge. Ja, obwohl es, es geht nicht nur um Action, sondern halt auch, dass du's, dass du's verstehst, also, so im Nachhinein, äh, kann ich noch zu Folge 5 ergänzen, dass man zum Beispiel nicht gesehen hat, was die, äh, Blackwoods mit, äh, den Brackens dort angestellt haben in den Flusslanden, ne? Ne, das hätte man zumindest mal kurz zeigen können, wie die da irgendwie Leute abstechen oder auch vielleicht eine Septe in Brand setzen oder so, also, das, das wird halt eben alles nur gesagt. Und wir kriegen aber nicht so wirklich eine Vorstellung davon, äh, was da für Barbareien wohl abgegangen sein müssen, ne? Das ist ein bisschen schade, tatsächlich. Ja, aber ob man das, also, da ist es tatsächlich so, dass ich mir denke, da langt mir eigentlich schon der, der Tatsachenbericht und die Reaktion von, von Damon, mir müsste man's jetzt nicht explizit zeigen. Und ich hätte zwar gern ein bisschen, schon so ein bisschen mehr Action, vor allen Dingen halt auch mehr Action auf Drachen, aber, ja, gut, der Rest stimmt mich trotzdem zufrieden und macht mir trotzdem sauviel Spaß, also, ich vermisse es, aber es muss halt auch nicht sein. Aber, äh, das ist jetzt lustig, dass du das mit Damon ansprichst, weil, äh, da wurde ja auch richtig schön die Erwartungshaltung untergraben in der letzten Folge, ne? Ja, man dachte ja wirklich, er würde diesen Bracken jetzt einfach lichterloh brennen lassen und stattdessen sitzt er dann im Gegenschnitt auf einem Stein. Ja, ich hab auch, ich war mir da nicht so ganz sicher nach, weil sie blenden ja ab, als der Drache von hinten dann so guckt, dann dachte ich, okay. Und er sägt auch schon so den Kopf, ne? Bereits geschlagen. Ja, ja, das sieht schon so aus, als ob er, als ob er ready ist. Da war ich mir nicht so ganz sicher, ob er es jetzt getan hat oder nicht. Ja. Irgendwie war ich, also, ja, irgendwie glaube ich schon, dass er so gebrutzelt hat. Das war eine etwas merkwürdige Szene, wobei ich fand's auch irgendwie ironisch im Hinblick auf Damon, weil da hat er halt gemerkt, oh scheiße, die Flusslords sind so stur, hier hilft nicht mehr mehr Drachenfeuer, ne? Und, äh, das kam ja dann auch später, als die da gesagt haben, ja, Drachen hin oder her, aber wir beugen uns hier keinem Tyrannen und werden schon gar nicht, äh, die Flacken für ihn hissen, ne? Und, äh, im Nachhinein fiel mir auch nochmal ein, die Sturheit der Flusslords, die hat man auch schon erlebt in Game of Thrones bei dem, äh, Schwarzfisch, ne? Äh, also hier dem, dem Verbliebenen von House Tully, äh, in, äh, in den späteren Staffeln, ne? Wo der halt die Burg nicht einfach aufgeben will und dann Jamie Lannister bei dem wirklich auf Granit beißt. Aber apropos auf Granit beißen, wir, äh, gehen rüber in die Hauptstadt King's Landing, wo wir, Überraschung, Überraschung, einmal mehr eine Ratssitzung erleben, die aber eine etwas andere Dynamik hat als in den restlichen Folgen. Also, normalerweise war es ja immer so, dass die da wirklich alle bocksteif sitzen und diskutiert wird. Äh, Aegon hat sich größtenteils gelangweilt und, äh, Alicent, äh, wahlweise zur, zur Diskretion, äh, musste sie ja ermahnen oder aber irgendwie versuchen, da irgendwas für sich zu reißen. Aber jetzt haben wir eben Aiment am Drücker und das äußert sich auch in der Art, wie das hier, äh, vonstatten geht, ne? Absolut. Du siehst sofort, dass das, dass das was ganz anderes ist. Da wird nicht rumgelangweilt, sondern er läuft rum, er zeigt auf die Karte, er gibt Befehle, er, er findet's einfach nur geil, dass er endlich am Drücker ist. Und das lässt er auch jeden spüren. Was er aber eher nicht so geil findet, dass er, äh, sich jetzt hier herbeipfeifen lassen, äh, soll von Jason eben auf, äh, Burg Goldtooth, denn, äh, wir sehen, dass er hier anscheinend eine Rabennachricht erhalten hat und die Wüten zusammenknüllt und er ist auch wirklich in Rage in diesem Moment. Und dann dachte ich mir, echt so, ist das, ist das wohl der erste Moment, wo Aiment jemals sowas wie, also wirklich sowas wie Emotion zeigt in dieser Staffel? Ja, ja, es stimmt. Also, er ist wirklich, er lässt sich nicht wie ein Hund da hier, er ist der Prinz Regent und was bildet er sich ein? Und dann siehst du halt auch immer wieder Teilen zwischendrin, wo ich gedacht hab, okay, da bin ich mal gespannt, was jetzt passiert. Aber es stimmt, er ist das erste Mal wirklich sichtlich berührt, also klar, stinksauer, aber, ja, da ist, da ist schon, also eine ganz andere Situation als mit Aegon. Das, das kann man wirklich nett vergleichen. Das ist endlich mal ein Rat, der was Produktives bringen soll und nicht nur, ach Gott, langweil mich und hoffentlich gehen wir nachher mit den Kumpels von, von The Guard saufen. Ja, saufen und, 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 ja. Und Ende Po. Genau. Obwohl dieses, ich bin der Prinz Regent auch schon kurz ist vor, ich bin der König, ne, so ein bisschen. Mhm. Also zum einen herrscht eine ganz andere Atmosphäre, ja, und Aiment ist eben der Einzige, der steht und denen förmlich die Leviten liest. Ich, ich musste so ein klein wenig an den Anfang von dem siebten Harry Potter Film denken, der ja im, äh, Anwesen der Malfoys spielt und wo Voldemort dann auch die ganze Zeit so um, um die Leute herumstreift. Und, äh, ja, Tilland Lannister ist dann auch, äh, schon wirklich ein bisschen eingeschüchtert. Aiment, äh, weist ihn an. Er, äh, soll, äh, schleunigst an seinen Zwillingsbruder zurückschreiben, dass der sich besser sputen sollte, denn sonst ist, äh, Charaxis, also der Drache in den Flusslanden von Daemon das geringste Problem, was die dort haben werden, ne, also das ist schon wirklich eine Drohung an der Stelle. Ja. Also, man merkt auch, Alicent kommt wirklich auch nicht gegen ihn an, weil sie versucht, ihn zu beruhigen und der ignoriert sie halt wirklich eiskalt, während er dann wirklich genau zu Thailand rüber geht und, äh, sich auch wirklich hinter ihn stellt. Komplett anders als mit Aegon und ich muss sagen, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Auch die Kamera, äh, ist nicht mehr so statisch in dieser ganzen Sequenz, ne? Ne, weil's ja auch mehr, es ist ja deutlich mehr Bewegung drin. Ja. Also, vorher waren sie ja immer nur rumgesessen und vielleicht mal einer kurz ein bisschen gestanden und auf irgendwas gezeigt und jetzt ist halt wirklich mehr, mehr Dynamik drin und dann, das bringt die Kamera auch wirklich sehr, sehr gut rüber. Mhm. Aber wir hören raus, äh, auf jeden Fall auch, was Eamon will. Er will nämlich, um, äh, sich endlich dieser lästigen Velaryon-Blockade zu, äh, entledigen, die wir leider auch noch nie so richtig gesehen haben, will er eine Allianz mit der Triarchie eingehen. Und, äh, da werden wahrscheinlich viele schon aufgestöhnt haben in, äh, Gedenken an Staffel 1, denn, äh, ja, die Trittsteine und die Triarchie waren ja sehr, sehr, sehr oft Thema, insbesondere in diesen Ratsitzungen, ne? Ja. Aber ich mein, klar, du musst halt auch gucken, dass du irgendwie zurande kommst und dann gehst du halt auch gewisse, in Anführungsstrichen, Risiken ein, weil's wird ja auch gesagt, ne, denen kann man nicht vertrauen und, ja, da wird wirklich fast, also, mir kam's teilweise auch schon so ein bisschen, ein bisschen verzweifelt rüber, wo ich mir dachte, ihr braucht doch jetzt nicht händeringend irgendwelche Allianzen, ihr habt eine große Armee. Ja. Ihr habt Drachen, ihr habt mit Vaga einen Riesenvieh, vor dem wirklich alle Angst haben, ob man das dann jetzt so, hm, weil es geht ja dann auch noch weiter, es wird ja dann auch noch tatsächlich über, ich mein, klar ist in Game of Thrones oder hier House of the Dragon, das sind ja eigentlich alles zweckmäßige heiraten. Mhm. Aber da wird dann auch schon so angefangen, ah ja, dann könnte man eigentlich mal, äh, jemanden verschachern, um da vielleicht neue Bande oder die Bande zu festigen. Genau, das, äh, äh, schlägt hier Ironlet vor, ne? Also hier der, äh, Meister des Rechts von wegen, ja, auch Alicent könnten wir doch als, als, äh, Lockmittel nehmen, um, äh, irgendwie hier House Greyjoy, also die, die Graufreuz auf den Eiseninseln aus, aus der Reserve zu locken, ne? Und für Alicent kommt das aber überhaupt nicht in Frage. Aber, ne, Eamon hat, äh, vor, tatsächlich mit, äh, der Triarchie, äh, zu kooperieren. Und wir erinnern uns ja, das ist ja dieses Bündnis aus den Freien Städten, also es sind Piraten und Söldner, äh, die sich auf den Trittstein, äh, niedergelassen hatten und von da aus, äh, Unruhe gestiftet haben und eben auch den Handel gestört haben. Und die sollen jetzt sich, ja, mit der Velaryon-Flotte anlegen und da muss man sagen, da hat Eamon schon, das ist strategisch schon klug, weil er weiß zum einen, dass die noch ordentlichen Rochos auf Corlys, also die Seeschlange haben und dessen, äh, Flotte. Und zum anderen, äh, du hattest zwar erwähnt, ja klar, sie haben, sie haben Armeen, aber die aus dem Westen muss erst in die Flusslande kommen, das dauert. Äh, naja, das Heer von Kristen Cole ist halt auch stark dezimiert. Ich meine, die haben rund tausend Männer verloren beim Sturm auf Rooks Rest, ne? Also die, die hatten zwar sich das Heer zusammengezogen mit den, äh, anderen Häusern, die sie unterworfen hatten, aber Haus Darklin zum Beispiel dürfte nahezu komplett Geschichte sein. Und außerdem heißt es eben auch, dass die Schiffe der Lannisters und Hightowers deutlich länger bräuchten, um den Weg in die Gurgel zurückzulegen, als jetzt eben, äh, die Verbündeten der Triarchie aus dem Osten, äh, von Essos aus, ne? Ja, dass sie neue Allianzen und mehr Leute brauchen und vielleicht auch nähere Stützpunkte zu besetzen, um halt schneller an die Gurgel und so zu kommen. Ja, schon klar, aber so zwischendrin war es mir schon so fast, wirkt es fast so ein bisschen verzweifelnd. Ich meine, klar, die wollen, dass man gewinnen will und alles hier und da, ja, aber das widerspricht so ein ganz klein bisschen der Episoden davor, wo gesagt wurde, ja, wir haben mega Armeen. Klar sind viele, viele beim, äh, beim Krähen ist draufgegangen, aber trotzdem, ja, also, ja, das war schon so ein bisschen, wo ich gedacht hab, ah, das ist mal ein bisschen zu zweifelnd. Du musst, du musst aber auch bedenken, dass, äh, natürlich auch die Blockade so langsam aber sicher wirklich ihren Tribut zieht, ne? Also, die Unzufriedenheit in der Bevölkerung wächst auch immer mehr, ne? Und, äh, das, das ist ja, ist ja wirklich schon so ein bisschen, äh, also zwischendurch musste ich auch immer mal wieder an Russland denken, wo ja auch gesagt wird, ach ja, die Sanktionen machen uns ja gar nichts aus, also jetzt ist Putin-Regime und, ja, aber wir wollen sie trotzdem so schnell wie möglich loswerden, ne? Ja, aber, äh, es hat noch jemand anderes durchaus Bedenken daran, die Triarchie, gegen die man ja wirklich lange Krieg geführt hat, äh, 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 unter Haus Targaryen zumindest, ist, dass man die so nah, also nicht nur, äh, in die Sphäre der Gurke lässt, sondern auch so relativ nah bei der Hauptstadt. Das ist Kristen Cole gar nicht so wirklich recht. Und da hatte ich mich eher so ein bisschen gewundert, dass der hier überhaupt sich zu Wort meldet, weil der ist ja schon ein bisschen einsilbiger geworden in der letzten Folge, ne? Und er sagt auch, als, als dann so die, komm, wir verschachern jetzt hier Alicent, da sagt er auch was. Also, es fand er auch nicht so dolle, ne? Da siehst du schon so, hm, nee, das will ich eigentlich auch nicht. Ja, aus bekannten Gründen, ne? Weil, äh, wobei zwischen ihm und Alicent ist das mittlerweile, glaube ich, also, äh, das hatten wir auch, äh, vergessen, äh, in der fünften Folge, dass Alicent wirklich so auf Abstand mittlerweile ihn will, dass sie sagt, äh, sprecht mich nicht mehr mit Vornamen an, ne? Sondern nur noch mit Your Grace, ne? Und ja, ich mein, gut, das tut er zwar auch, aber er hat sich dann da irgendwie rausgenommen, sie, sie, äh, beim Vornamen anzunehmen. Da merkst du, da ist endgültig ein gewisser Bruch zwischen denen und die führen jetzt eigentlich nur noch so eine rein, äh, ja, repräsentative Beziehung, sag ich mal. Ähm, aber Kristen Cole soll woanders hin für Aemond, er soll nämlich jetzt nach Harrenhall. Was dann aber wiederum, äh, Cole überhaupt nicht passt, weil er meint, er hat jetzt hier wirklich nicht, also, da, da, da kommt das eben zum Traum, was ich meinte. Seine Streitkräfte sind stark dezimiert, die haben zu viel Männer verloren, äh, bei, äh, ähm, bei Rooks Rest und haben nicht die Möglichkeit, Daemon herauszufordern. Aber Aemond schwebt dann ja in erster Linie, ja, äh, sowas wie ein Zwei-Fronten-Krieg vor, ne? Also, letzten Endes will er das weiter treiben, äh, was Larys auch schon angesprochen hatte. Sprich, die Schwarzen sollen so langsam den Überblick verlieren, weil sie eben auch nicht an zwei oder sogar drei Fronten gleichzeitig kämpfen können, ne? Und auch halt nicht in derselben Stärke, zumal sie eben auch wissen, dass Rhaenyra keine Armee auf dem Festland hat nach wie vor. Und, äh, Aemond ist der Ansicht, je länger wir warten, desto schlechter oder besser werden halt unsere Chancen, je nachdem. Kristen ist dann aber relativ, will eben auf die Verstärkung, äh, des Heers warten, was ja, äh, die Hightowers aus Alsas, äh, jetzt schicken wollen. Ja, aber du siehst halt auch, Damon, ne, der, der will losschlagen, ne? Der hat, der hat Bock auf Krawall, der will, äh, Entschuldigung, ähm, Aemond, der will losschlagen, ne? Der hat Bock auf Krawall, der hat Bock auf Blut und der will auch keine Zeit verschreichen lassen. Genau, vor allem meint er, das ist, das ist zu wenig Zeit, also wir, wir können jetzt nicht hier noch länger warten, bis die erstmal hier eintreffen und Harrenhall ist ja auch nur zwei Wochen entfernt. Also, Aemond will nicht nur Krawall, sondern, ähm, nach gegebener Zeit will er dann eben, äh, auf Harrenhall zu Kristen stoßen und dort sucht er, konnte man sich ausrechnen, er sucht die direkte Konfrontation mit seinem Onkel Damon, ne? Ja. Ja, und, äh, da kann man gespannt sein, wann die jetzt kommen wird. Also, dass die kommen wird, ist ja, glaube ich, klar wie Klosbrühe, ne? Das ist ja wirklich mit denen so, die sind sich, die sind sich zu ähnlich einfach. Und, äh, ja, der Rat ist dann auch, äh, relativ, ja, die sind schon echt ein bisschen eingeschüchtert und Aemond entscheidet das dann einfach so, ne? Also, die stimmen da nicht mal ab oder was, sondern er sagt, es wird gemacht und bumms, aus. Richtig, denn er ist der Prinzregent. Er ist der Prinzregent, genau, ja, der hat schon, äh, da ist mir übrigens auch aufgefallen, ähm, als dann, also, als er hier die Ratssitzung beendet und er ist ja der Einzige, der dann noch, äh, sitzen bleibt. Also, das ist auch so lustig, die sitzen vorher alle und wenn die sich erheben, dann setzt er sich. Hm, stimmt. Und auch im Kontrast, er, also, Aegon hatte ja, äh, zumindest diesen valyrischen Dolch, äh, der ja in gefühlt jeder Folge vorkommen muss, hatte er ja, äh, wirklich so eine Ratssitzung wie so ein Spielzeug praktisch, ne? Aus Langeweile hat er denn ja auch mal in den Tisch gerammt und so und Aemond gibt sich damit erst gar nicht ab, sondern hat das Schwert Schwarzfeuer, also das Schwert des Eroberers, wirklich direkt mit sich am Tisch, also, das muss ich sagen, das finde ich wirklich super, wie hier direkt unterstrichen wird, dass Aemond einfach ein komplett anderer Regent ist. Das siehst du ja bei allem, das siehst du ja bei allem, was er macht und bei allen taktischen Sachen, der ist ja ja komplett voll involviert, während der andere sich da nur angehört hat und, ja, wie wir vorhin schon gesagt haben, ne? Und eigentlich, oh, eigentlich will ich lieber was trinken gehen. Genau. Also, ich dachte eigentlich auch erst, die Szene wäre hier beendet, weil, äh, die Ratssitzung eben auch beendet ist, aber nein, äh, denn wir kriegen noch einen Moment, äh, zwischen Aemond, äh, und seiner Mutter Alison, also, die will auch erst gehen. Er pfeift sie dann zurück, weil er sie unter vier Augen sprechen möchte und die, äh, sagt direkt, also, die ist direkt so im Muttermodus, ne? Die warnt ihn davor, oh, sei jetzt nicht übermütig, sonst, du, du begehst hier einen Fehler und, äh, pass mal auf, ne? Also, letzten Endes ähnlich wie das, was sie Aegon, äh, eintrichtern wollte, äh, von wegen, hab mal jetzt hier Demut und mach mal langsam. Ja, es ist, denke ich, auch so dieser, dieser Beschützerinstinkt in ihr, der dann sagt, ich möchte dir eigentlich trotzdem mit, also, ich möchte dir mit, mit gutem Rat zur Seite stehen und, klar, es sind, ne? Man will halt auch die Kids beschützen. Mhm. Oder seine Familie und, ja, das fand ich gut, aber ich fand's schon so, während dem Rat wird sie ja auch schon komplett übergangen und, ja, komplett ignoriert und, es wird nix drauf, also, sie will ja auch was beisteuern, was ja dann auch gleich runtergebügelt wird und von wegen, ja, komm, ne, ist gut, alles klar, der Nächste bitte. Mhm. Da hast du schon, da hast du schon gemerkt, okay, die Tendenz geht eher dahin, dass du jetzt lieber Hausfrauentätigkeiten verrichtest, statt im kleinen Rat weiterhin Dienste zu tun. Genau, denn man hätte es ja so verstehen können, also, er, er hat sie ja wirklich konsequent ignoriert in dieser Ratssitzung, die hatte da jetzt gar nichts hier zu melden, dieses von wegen, ja, ich will dich unter vier Augen sprechen, das könnte man ja irgendwie so als gewissen, doch als gewisse Vertrauensbasis verstehen und sie sagt ja, glaube ich, auch am Anfang der Staffel, dass, äh, ihre Söhne zumindest privat ihr noch irgendwie ein bisschen Aufmerksamkeit zukommen lassen, ne, und das wäre ja jetzt hier irgendwo privat, aber nein, Eamon will sie sprechen und ist trotzdem ignorant, denn er fragt sich, was machst du eigentlich noch hier im Rat? Gut, warum sitzt du hier überhaupt mit bei? Wie, wie, äh, ist die, ist die Berechtigung dafür? Und, äh, sie verweist dann darauf, ja, hier, als, äh, Viserys krank war, hab ich den, äh, hab ich ihn vertreten, hab ich hier die Regentschaft geführt und bei Egon saß ich auch mit im Rat, also, ne? Und er gesteht ihr dann auch durchaus, also, er bügelt sie zwar ab, aber er, äh, lässt ja trotzdem irgendwie kurz mal Revue passieren und zumindest so spöttisch würdigt er das oder so, so halb spöttisch würdigt er das, was sie, was sie beigeleistet hat, ne? Von wegen, ja, sie hat, äh, in Friedenszeiten gut gedient, aber jetzt in Zeiten der Not wird sie nicht länger benötigt, äh, vor allem stört ihn auch, ja, also, äh, du bist ja irgendwie jetzt hier eine Stimme, die, die mir sagt, dass ich mich mäßigen soll und ganz ehrlich, davon hab ich ja genug in diesem Rat und da merkst du auch, der hat hier wirklich vor gar keinem Respekt, ne? Weil letzten Endes spuckt er hier auf den ganzen, also, auf den Rat im, im Gesamten an der Stelle und deswegen entbindet er sie, obwohl sie protestiert und meint, ja, also, hier, deine Arroganz, die ist, die ist nicht angemessen für einen König. Sie lässt sich dann auch nicht so leicht einfach, äh, abbügeln an der Stelle, denn sie versucht es wieder mit der mütterlichen Ebene und zwar, sie, äh, kommt wirklich zu ihm, beugt sich vor und streichelt ihm über die Wange und da sieht man tatsächlich wirklich einen Moment der Schwäche bei ihm und der geht auch sogar auf sie ein in dem Augenblick. Das, mir kam's tatsächlich eher ein bisschen anders davor, also, jetzt nicht, dass er direkt schwach wird, sondern, dass, äh, ja, halt sie ihn beschützen will, er das dann vielleicht auch so einen kleinen Ticken versteht, aber seine, seine Arroganz, seine Überheblichkeit, seine, jetzt bin ich der geilste Mentalität bügelt es auch wieder direkt runter. Also, so ging's mir, also, ich fand's am Anfang, dachte ich, okay, er empfindet es als, als angenehm, aber, ja, jetzt ist aber auch gut, ja, also, kurz drüber gestreichelt, ist in Ordnung, tschüss. Also, es ist ja nicht nur so, dass sie ihn streichelt, sondern er, äh, legt ja auch seine Hand auf ihre, ja, und da ist er wirklich so ein bisschen, er sehnt sich, oder er, er nimmt in diesem Moment diese Nähe an und dann ist es auch wieder vorbei und er, äh, entlässt sie mit, ja, die Krone dank dir und tschüss, aber, äh, ich hatte schon den Eindruck, dass, also, da, da kommt auch dieselbe Verletzlichkeit durch, die eben, äh, offen zu Tage tritt, wenn er, äh, bei dieser Hure war einfach, ne? Also, dass er eigentlich ein getretenes Kind ist, also, ich mein, Alison versteht das ja auch, sagt er dann zu ihm, also, sind die Demütigungen, die du als Kind erleiden musstest, sind die jetzt endlich mal gerecht oder hast du immer noch nicht genug, so nach dem Motto, ne? Also, sie versteht sogar in dem Moment, aus, aus welchem Antrieb heraus er so geworden ist und gibt sich dann in dem Moment wahrscheinlich auch selber die Schuld dafür als Mutter, ne? Ja, das, das auf jeden Fall, also, dass, dass er so abgedreht ist, das tut sie sich schon selbst auf die Fahne schreiben, das stimmt, also, du kriegst sie ja auch mit, wie gesagt, wo, wo er dann, wo er dann so guckt, hm, und ich mir auch gedacht hab, ja, ja, ist eigentlich ein getretenes Kind, ein verletztes Kind, das halt so viel Hass in sich aufgestaut hat, dass er jetzt halt rauslässt, ne, das, ja, ist schon, ist schon herbe. Äh, aber das macht Eamon trotzdem zur interessantesten Figur und ich muss sagen, also, jetzt hier, ich, ich hab's vorher falsch ausgesprochen, er heißt Ewan Mitchell, also Ewan wie Ewan McGregor zum Beispiel auch, sein Spiel erinnert mich fast schon an Mads Mikkelsen, also, ob es jetzt bei, bei Hannibal Lecter ist oder auch zuletzt bei Gellert Grindelwald in, äh, Fantastic Beasts, Mads Mikkelsen kann auch so viel durch fast kein Minenspiel oder sehr zurückgenommenes Minenspiel, äh, ausdrücken. Und da seh ich Ewan Mitchell irgendwie auch fast schon. Ja, äh, ich würd sagen, wir gehen mal weiter. Wir landen einmal mehr, äh, bei der Gegenseite, wo auch eine Ratssitzung im Begriff ist zu beginnen, also eben auf Dragonstone, es ist aber noch relativ leer und wir sehen zum ersten Mal Corlys am Ratstisch, der ist so ein bisschen zögerlich hin und her blickt und sich dann aber dann doch den Hand, äh, des Königs Pin, beziehungsweise Hand der Königin, Pin, muss man ja hier sagen, ans Revier heftet. Da muss ich, äh, auch noch ergänzen, äh, zur fünften Folge, äh, war es für dich nachvollziehbar, warum er jetzt diese Stellung doch, äh, annimmt? Ja, also einfach, um A, seine Frau zu ehren, um ihre Arbeit auch weiterzuführen und natürlich auch, denke ich, gibt's einige eigene Interessen, die er jetzt vielleicht auch fördern möchte, aber es war wirklich so, als ich ihn gesehen hab, wollte ich in den Fernsehen rein und wollte ihn umarmen. Oh, ja. Der tut mir so leid, der guckt auch so geschlagen, gebrochen, der tut einem wirklich leid, also zumindest geht's mir so, ich dachte aber, hey, cool, nee, hat's gemacht, finde ich sehr gut und, ja, schauen wir mal, was, was er draus macht. Was wir auch nicht so erwähnt hatten in der fünften Folge, äh, in der Szene zwischen ihm und Bela, die ich auch sehr schön fand, er hatte ja sogar erst erwogen, ähnlich eigentlich wie Daemon, so eine Flucht nach vorn zu machen, ne? Also, er hatte wirklich erwogen, ganz aus Westeros zu verschwinden und in den Westen zu segeln, ne? Da, wo ja eigentlich sonst keiner hinsegelt, aber Corlys, äh, hat ja seine neuen Reisen, äh, äh, hinter sich und wir werden auch wahrscheinlich, drückt die Daumen, Leute da draußen, wir werden die Animationsserie Nine Voyages oder The Sea Snake, je nachdem, wie sie am Ende heißt, wir werden sie höchstwahrscheinlich bekommen und, äh, da freu ich mich jetzt schon unglaublich drauf, aber egal, die Ratssitzung beginnt, also die anderen Mitglieder, äh, treffen, ein, darunter auch Jace, äh, und natürlich dann auch Rhaenyra, die, äh, zu ihrem Platz kommt, Lord Corlys dort sieht und dann eben auch den Pin an seinem Revier und ich fand das wirklich gut, damit, mit dieser kleinen Geste und dann von Corlys einfach nur knapp, Your Grace wird direkt rübergebracht, wie das hier, also wie jetzt die Übereinkunft zwischen denen aussieht, ne? Dass er sich jetzt bereit erklärt hat, dass sie das zu schätzen weiß, das muss gar nicht groß ausgesprochen werden, sondern es reicht in diesem einen kurzen Satz von ihm und eben, äh, diesen Blicken untereinander, fand ich richtig gut. Ja, absolut, da ist auch alles gesagt. Ich finde auch, bei Rhaenyra, merkst du es schon, wenn sie reinkommt, die wirkt entschlossener, die wirkt selbstbewusster. Mhm. Ich denke jetzt wirklich so, nachdem sie abgeklappert hat, okay, es geht einfach um Krieg, hier wird nicht mehr diskutiert, es wird keine Absprachen geben, wir müssen gucken, dass wir überleben, da hat sie dann auch wirklich tatsächlich, und das kommt, kommt dann auch später in der Folge auch nochmal zum Tragen, dass sie jetzt wirklich gesagt hat, okay, alles klar, ich muss jetzt auch endlich mal im kleinen Rat und außenrum ein bisschen mehr Härte zeigen, Ja. Und so, und so abbügeln und sagen, ja komm, ist die Frau und ach Gott, die kriegt dir eh nichts hin und, ich meine, was da, was da teilweise im Rat gesagt wird, das hättest du bei jemand anders dem nicht gemacht, ja. Ja, also da ist wirklich so diese, wenn da jetzt ein Mann gestanden hätte, wärst du niemals so abfällig und sie sagt ja auch später dieses, wir reden über sie und nicht mit ihr. Ja, 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 genau. Das hätte niemand anders, das hätte niemand toleriert und deswegen finde es gut, wie sie reinkommt, auch erhobenen Kopfes und nicht mal so ein bisschen geduckt, sondern sie zeigt Präsenz und sie sagt, alles klar, ich bin hier der Boss, ihr macht, was ich sag. Sie wird ja auch nicht ohne Grund Sir Alfred Broom weggeschickt haben, also den hat sie jetzt vom Haken und hofft dann eigentlich auch, dass sie den Rat jetzt so langsam ein bisschen besser in den Griff kriegt, aber Lord Bartimos ist ja auch noch da, der ja auch ordentlich Contra schon öfters gegeben hat, aber vor allem ist sie jetzt entschlossen, weil sie und Jace ja am Ende der fünften Episode eine neue Strategie ausgetüftelt haben, nicht? Und zu der kommen wir dann jetzt auch und ich war da ein bisschen verwundert, weil die setzen sich alle und Lord Corlys sagt dann so, bringt ihn rein und ich dachte mir so, hä, wer kommt denn jetzt? Haben sie irgendeinen Gefangenen, den sie jetzt ausquetschen oder was ist da los? Also einen Moment habe ich es nicht ganz verstanden oder wie war es bei dir? Nee, ging mir auch so. Ich dachte auch, oh, die haben Gefangene gemacht und jetzt geht's rund. Also ich dachte, nee, ich war wirklich, ich dachte noch, okay, weil das so monumental angekündigt wird, dass du jetzt denkst, okay, wen haben sie denn jetzt erwischt? Haben sie vielleicht Ekon aus seinem Krankenbäck entführt? Genau, über Nacht, ja. Wir haben ein Geschenk für euch, euer Gnaden, ja. Den Thronfolger hier, er ist fast noch im ganzen Stück, mehr oder weniger, von dem, was von ihm übrig ist. Nein, wir haben ein anderes Wiedersehen mit jemandem, den wir auch schon vorher, ja, jetzt nicht kennengelernt haben, aber der auf jeden Fall schon aufgetaucht ist, nämlich Sir Stefan Darklin tritt hier vor, in voller Rüstung. Und wenn wir uns erinnern, ich glaube, dass, wir hatten ja die dritte Folge zusammen besprochen, Sven, wir wussten ja nicht ganz, wer das da ist, der sie da in die Septe begleitet hat, mit Messer im Anschlag. Und das war er tatsächlich. Ja. Ja, er versteht nicht so wirklich, was los ist, dass er jetzt hier irgendwie so vorgeladen wird. Da war ich auch erst am Überlegen und dann dachte ich mir so, ah, ja, gut, in Hinblick auf die Vorlage. Aber, ja, was hat Rhaenyra hier vor? Sie erklärt ihm, dass sie momentan in einer sehr ungünstigen Lage ist, dass sie eben, äh, ja, Rhaenys und Maelys verloren hat und hier über eine Insel herrscht, ohne wirkliche Armee auf dem Festland und selber auch nicht kämpfen darf. Also sie ist ja zur Passivität verdammt, was Stefan nicht so wirklich nachvollziehen kann, weil er meint, ja, hier, ihr habt doch hier Dämen und ihr habt Caraxes und ihr habt die Flusslords. Aber das ist halt auch eher so in der Schwebe, ne? Und da versucht ja Rhaenyra dann eben über, äh, Sir Alfred Broome dann jetzt mal irgendwie die Möglichkeiten zu klären. Wobei ich mir da auch so dachte in der fünften Folge, das war halt schon so echt so zaghaft, was sie, was sie, äh, Alfred Broome da sagt. Ja, redet mal Dämen gut zu und sagt ihm, ich bin bereit, unsere letzte Unterhaltung, in Anführungsstrichen, fortzusetzen, ne? Ja, natürlich. Also, dem ist schon bewusst, dass sie ihn erst mal, erst mal, äh, rausgeschmissen haben. Aber ich hätte halt ziemlich ehrlich da auch keinen Bock, da hinzureiten. Nein. Und dem irgendwas zu sagen, der sowieso absolut unberechenbar ist. Ja, der schickt den Kopf zurück. Richtig, ja. Oder, oder Knochenreste, weil der Drache den Rest gefressen hat. Also, da hätte ich auch keinen Bock drauf. Ja. Ja, wir haben ja schon gesehen, Dämen's Drache hat Hunger, ne? Also, das, na, am Ende des Tages hat er ordentlich Hunger. Ja. Aber, äh, ihr Problem ist ja nicht, wie wir, äh, in der fünften Folge erfahren haben, dass sie, äh, zu wenig Drachen haben, sondern sie haben zu wenig Drachenreiter. Und, äh, drei Drachen stehen hier zur Auswahl. Also, so ein bisschen, äh, einen Moment dachte ich wirklich so, sie könnten das eigentlich auch machen wie bei Herzblatt oder so, so ein bisschen, ne? Ja, hinter, hinter so einer Reispapierschattenwand. Ja, obwohl, da passen die Drachen eher nicht hinter. Aber, äh, ja, wen haben wir hier zur Auswahl? Also, Silberschwinge, Vermitor und Seerauch. Äh, konntest du die doch so etwa zuordnen? Also, Seasmoke auf jeden Fall. Aber beim Rest tatsächlich, äh, hab ich nur, hab ich dann nachgelesen. Ja, Vermitor ist ja der, ähm, Drache, der, äh, König Jaehaerys dem Ersten gehörte, ne? Also, dem Vorgänger von Viserys und Silberschwinge, soweit ich weiß, dessen Frau. Und sie haben ja auch noch wilde Drachen auf der Insel, die unter dem Drachenberg, aber die finden bislang keine Erwähnung. Und, äh, ich glaube auch, dass sie bei den Drachensamen, äh, möglicherweise eine Figur gestrichen haben. Im Buch ist dort nämlich auch noch ein 16-jähriges Mädchen dabei und er beutet einen Drachen für sich namens Schafsdieb, wird der nur genannt. Aber, äh, das sind, äh, die wilden Drachen und, äh, vielleicht kommt das ja noch zum Tragen, ich will jetzt ja auch nicht zuvor wegnehmen. Und, äh, Stefan, äh, ist dann auch so ein bisschen verständnislos, lach wie vor und denkt sich so, ja, ihr habt halt keine Reiter mehr in der Familie. Eure Söhne sind zu jung und die sind jetzt eh schon, äh, im grünen Tal. Und Raina, äh, naja, da haben wir auch schon gehört, die hat letztes Mal ihr Leben verloren, äh, fast als sie versucht, den Drachen, äh, in Anspruch zu nehmen. Denn man muss ja wissen, und das sehen wir dann ja auch wirklich in dieser Folge und jetzt auch dann gleich der Szene, die hier kommt mit Sir Stefan, die Drachenreiter suchen sich nicht die Drachen aus, sondern die Drachen, die Drachenreiter, ne? Ja, wobei, als sie ihm dann, ihm dann, äh, offeriert, dass er ja mit, mit, dass dieses Blut ja dieselben Anteile hat und dass er ja auch ein, also ein Stück Targaryen ist, findet er das schon dufte, ne? Ne, der steht da schon, ja, geil, Drachen sind Götter und juhu, ich werde ein Drachenreiter und all sie ihm aber dann eröffnet, weil das kam mir dann irgendwie, das kam mir dann tatsächlich nicht so wie Herzblatt vor, äh, Herzblatt vor, sondern eher wie DMTM, also Dragonstones Next Topmodel. Ja, weil er dann halt auch wirklich, oh geil, Drachen, und, aber übrigens, wenn der Drache keinen Bock auf dich hat, dann wirst du gebrutzelt. Ja. Aber das nimmt er, das nimmt er aber trotzdem hin, also, äh, er ist da schon so, ja, ich, ich schaff das und es ist natürlich auch eine Riesenehre, klar, also, wer von uns würde nicht sagen, geil, ich will auch einen Drachen. Ja, einen eigenen sogar, ne? Na, eben, ja, also, der ist da schon mehr als geehrt und strahlt auch richtig, finde ich so, der hat so, haha, geil. Kann man, kann man aber auch nachvollziehen, also, der ist ja, der ist ja auch ja wirklich treu ergeben, also, der kniet sich ja wirklich vor ihr nieder und ist ja, also, ich hab in meinen Notizen stehen, er ist ja wirklich über Gebühr, führt er sich geehrt, er ist aber auch so ein bisschen, also, am Anfang ist er auch so ein bisschen forsch, weil er meinte, mein Gott, ich bin doch nur ein Mensch und die Drachen sind Götter, ne? Und diesen Ausdruck haben wir ja auch schon in der fünften Folge gehört, wo sich bei der Bevölkerung, äh, bei dem, bei dem Drachenkopf von Males gewundert wurde, ja, kann man Drachen überhaupt töten, Drachen sind doch Götter, ne? Aber letzten Endes ist es alles nur Fleisch, aber, äh, ja, er nimmt die Herausforderung an und dann auch die Wahrscheinlichkeit seines baldigen Todes und der Einzige, der nicht so wirklich begeistert ist von dem Vorhaben, ist eben Lord, äh, Bartimus. Und der, äh, wirklich schon so genervt darauf reagiert, als Rhaenyra da irgendwie raufbeschwört, ja, ihr seid ja mein Blutsverwandter und, äh, dann auch einlenkt, ja, es ist zu gefährlich, was ihr hier erwägt, euer Gnaden, ne? Also, da dürfte Rhaenyra dann auch so langsam merken, da, äh, sind die Widerstände in ihrem eigenen Rat doch noch nicht gebrochen worden. Ja, das stimmt. Kommt dann auch noch in der späteren Szene zum Ertragen. Wir kommen dann aber später darauf, äh, nochmal zurück. Denn einmal mehr, äh, landen wir bei Daemon, der, ja, eigentlich immer noch auf Harrenhall ist, aber einmal, äh, mehr nicht. Denn er befindet sich schon wieder im Thronsaal in einer Vision und sieht diesmal, wie könnte es anders sein. Denn er hat, er, er hat doch noch wirklich gefehlt im Bunde, ne? Ich meine, wir hatten jetzt die junge Rhaenyra in zwei Ausführungen. Wir hatten seine, seine Mutter, wir hatten, äh, Lena, die mal kurz irgendwie Wein eingeschenkt hat. Und wer musste natürlich jetzt kommen, Viserys. Mega. Ja, das ist so, so eine tolle Szene und so ein tolles Schauspiel zwischen den beiden. Das hat auch richtig Spaß gemacht. Am Anfang war ich tatsächlich auch ein bisschen genervt, muss ich zugeben. Also, mir gefällt diese Haunting-Story. Ich mag sie schon, aber so langsam. Und das ist das, was, was wir es ja vorhin schon hatten. Das ist was, das nutzt sich langsam ab. Also, da müssen sie mal, ich denke wahrscheinlich erst, ich weiß nicht, keine Ahnung, vielleicht nächste Folge. Manchmal geht es ja doch schneller, als man denkt. Oder es könnte sich tatsächlich noch durch die ganze Staffel ziehen. Also, ja, ich bin da wirklich hin und her gerissen, weil es schon geile Sachen gibt. Und gerade so dieser Dialog und diese Spiegelung seiner Gefühle, seiner Angst, seines Versagens auch, die er jetzt ja wirklich, also, vorgehalten kriegt. Und diese Dialoge, die er gerade so mit Viserys da führt und dann noch diese tolle Aufnahme von diesem ewig großen Thronsaal, hat mir auch wieder richtig Spaß gemacht. Trotz, wie gesagt, trotz der Kritik von wegen, oh, kommt jetzt mal langsam zum Punkt. Zum einen finde ich es halt echt schön, dass Paddy Considine hier nochmal auftritt. Und auch dieses Bild von ihm, wie er da auf dem Thron sitzt mit dem Schwert Schwarzfeuer, da fiel mir direkt wirklich ein, die Szene aus der ersten Staffel, wo Daemon zu ihm kommt und dann sagt, du gibst ganz das Bild des Eroberers ab, Bruder. Und das ist vielleicht auch kein Zufall, denn ist es dir aufgefallen, dass das hier fast eine Rendition eben dieser Szene aus der ersten Staffel ist? Äh, nee. Nein. Weil es geht ja darum, also, da ist ja dieser Konflikt eben, ob Daemon jetzt in diesem Bordell gesagt hat, Erbe für einen Tag, ne, über den fast totgeborenen Sohn von Viserys. Und ich hab mir dann die Szene aus der ersten Staffel dann auch nochmal angesehen und es ist interessant, der Dialog ist zwar sehr ähnlich, er ist aber nicht gleich und Paddy Considine spielt es mit anderen Emotionen, während der in der ersten Staffel wirklich sehr barsch ist und praktisch einen Verhör da führt mit Daemon, ist es hier anscheinend so aus der Wahrnehmung mehr seines Bruders dargestellt. Also auch, äh, Daemon wundert sich dann ja hier in dieser Vision, ja, du kannst doch unmöglich noch deswegen jetzt ein Rochus auf mich haben. Und Viserys, äh, wirkt zwar wütend, aber auch betroffen und schwach an der Stelle. Und das überfordert Daemon, dass er, also er tritt erst zu seinem Bruder heran und ist fast so davor, das ist so ein bisschen wie mit Alicent und Aegon, ne, das ist so kurz davor, halt demjenigen irgendwie nahe zu kommen und dann irgendwie auch mal so Trost zu spenden. Aber nein, dazu kommt es nicht zustande, weil, ja, Daemon auch überfordert ist mit der Situation und ihm da nichts anderes übrig bleibt, als rückwärts rauszugehen. Das fand ich auch sinnbildlich sehr toll, weil, ähm, das kommt ja hier in dieser Folge auch nochmal später zum Tragen, dass Daemon ähnlich dann wie, wie das, was ich vorhin mit Corlys meinte, dass der immer, wenn ihm irgendwas nicht passt oder er mit irgendwas überfordert ist, er die Flucht sonst wohin nach vorne antritt, ne? Das zieht sich so quer durch. Ja, das stimmt. Und man, man sieht auch in einer, also in einer Einstellung, dass er wirklich auch wässrige Augen hat. Also der ist kurz davor, dass alle Dämme brechen. Und bei, äh, Viserys kam es mir eher so, kam es mir eher versöhnlich vor. Also es kam, klar gibt er ihm die Schuld und Daemon empfindet natürlich auch Schuld, keine, ne? Keine Frage, das ist ja auch mal wieder was, was etwas Neueres. Mhm. Aber mir kam es eher versöhnlich vor statt anklagend. Ja, oder auf jeden Fall Viserys, also er wirkt sehr viel betroffener als in der eigentlichen Szene aus der ersten Staffel. Und, äh, ich fand es vor allem auch interessant, dass sie sich gerade diesen Moment hier rausgeholt haben, weil dieses Erbe für einen Tag ist ja ähnlich wie mit Blut und Käse eine dieser Äußerungen von Daemon, die wir A nicht wirklich gesehen haben und wo wir auch nicht sicher sein können, ob er das so wirklich gesagt hat. Das ist in der ersten Staffel sehr raffiniert inszeniert. Man sieht ihn da in dem Bordell und dann hört man aber, wie Otto Hightower das ausspricht, dass andere, also mehrere Augenzeugen das, äh, über ihn da behaupten. Daemon wird darauf angesprochen dann auch in dieser Szene in, in Staffel 1. Aber er leugnet das Ganze weder noch bestätigt er es, ne? Aber, äh, aufgrund dessen hier kannst du dir dann zusammenreimen, dass er das vermutlich wirklich gesagt hat und das dann auch im Nachhinein an ihm nagt. Und dazu passt dann auch, äh, seine Reaktion jetzt, äh, in der anschließenden Szene. Denn, äh, Daemon will, wie gesagt, abhauen aus dieser Vision, stellt dann aber fest, dass, äh, die Tür des, äh, also das Tor des Thronsaals, äh, zugefallen ist. Und, äh, rüttelt dann daran, wirkt schon regelrecht verzweifelt, dass er halt ruft, macht jetzt hier auf. Viserys, äh, nimmt auf dem Thron seine Krone ab, während, äh, Daemon, äh, ja, irgendwann dann wirklich aufgibt und so an der Tür zusammensackt. Und dann wirklich schon, der flieht wirklich fast schon in dem Moment, ne? Ja, das hat ihn so dermaßen überfordert. Ja. Und der will da einfach raus. Also, du siehst wirklich, er verzweifelt an dieser Tür, die natürlich nicht aufgeht. Mhm. Und das ist auch wieder, das ist auch, ja, das ist auch wieder mega gemacht. Also, diesem, diesem Charakter, dem du ja eigentlich keine wirklichen Gefühle zuordnest. Mhm. Außer Hass und Wut und, äh, Arroganz, der jetzt so gebrochen wirklich am, am Boden liegt. Wortwörtlich. Und, wortwörtlich, ja. Und einfach auch, ja, dadurch, wie du, was du ja schon gesagt hast, er kann einfach fortrennen. Also, ähm, er wird mit Sachen konfrontiert und kann aber nicht weg. Aber die Tür geht dann doch auf. Ganz auf einmal stolpert er, äh, aus seinem Tagtraum raus und, äh, mitten einmal mehr in die Arme von Sir Simon. Boah, wie oft haben die jetzt schon zehn so aufgelöst? Ich glaube, das ist mindestens das dritte Mal. Wobei ich es hier, also, ich, ich, ich mochte es ja auch, wie es in der fünften Folge aufgelöst wurde, dass er da in Wahrheit eigentlich in seinem Essen rumstochert. Mhm. Und, und hier stolpert er wirklich aus der Szene raus. Das, das hatte fast schon sowas wie, weiß ich nicht, wie, wie Leute in Inception aufwachen oder so, ne? Ähm, also, er, er torkelt wirklich aus diesem Traum heraus in die Arme von Sir Simon und der will ihm abermals eigentlich zur Seite stehen, aber so langsam merkt Damon, also, irgendwas stimmt doch hier nicht. Und, ja, dann, dann wird's wirklich, äh, einen Moment richtig hässlich, weil er, äh, packt sich Sir Simon wirklich, zieht einen Dolch und, äh, bedroht ihn. Und, äh, so langsam aber sicher spricht aus Damon wirklich schon der Wahnsinn. Das heißt, Simon versucht dann zwar, also, generell, dieser Mann ist, ist, äh, in, in seiner Kontenanz ist, finde ich, finde ich den immer noch großartig, hatten wir schon öfters drüber gesprochen. Also, der, der, äh, befiehlt dann seinen Söhnen, die dort einmal mehr wieder an der Tafel aufgereiht sitzen, sitzen zu bleiben und Ruhe zu bewahren. Und Damon ist aber, äh, dreht eigentlich so völlig frei, ne? Also, er fragt sich so langsam, was, was spielt ihr eigentlich für ein Spiel? Äh, ihr, ihr gebt euch als mein, äh, mein, mein, mein Freund und nachts sucht ihr mich anscheinend heim. Zu welchem Zweck? Was, was treibt ihr hier? Und dann hält er wirklich dem, den Dolch an die Kehle und hat auch wirklich so einen, so einen irren Gesichtsausdruck, wo man denkt, dass der, also, so langsam wird der wirklich paranoid, was das hier angeht. Und, ja, gut, ich mein, das hätte er eigentlich schon ein bisschen früher, das hat er ja schon zwischendrin ab und zu mal gemacht, wo er schon so ein paar, äh, Wortspitzen hat fallen lassen von wegen, irgendwas stimmt hier nicht. Und ich, ich glaube schon, dass ihr da dafür verantwortlich seid. Aber dieses Mal, denke ich, hat's ihm endgültig gereicht. Gerade so mit dem, was er mit seinem Bruder, das war so der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Und das passt wunderbar, äh, zu dem, wie er bislang geschrieben ist. Weil, ähm, wenn du überlegst, immer wenn es um seinen Bruder geht, ist das der letzte Anstoß. Ja, ich denke auch, dass das mitunter sein größter Schwachpunkt ist. Wo er, glaube ich, auch am meisten Schuld empfindet, wenn er das, also, klar, er empfindet er es, sonst würde er bei diesen Halluzinationen ja nicht so reagieren. Aber da habe ich mir auch gedacht, okay, gut, das ist tatsächlich so dein Wunderpunkt damit, wenn man dich da, glaube ich, kitzelt, dann flippst du richtig aus. Aber er ist schon wirklich, also, er packt sich halt Sir Simon und steckt ihm fast die Klinge in den Mund. Also, ich dachte mir, macht er, macht er jetzt eventuell einen Off-Joker mit dem, ne, so von wegen, why so serious? Und was noch viel schlimmer ist, also, entweder glaubt er, der, der ist in Wahrheit, also, steckt mit Larys unter einer Decke. Oder aber für Dame noch schlimmer, mit Rhaenyra. Wobei, und das ist mir da jetzt auch mal aufgefallen, gerade so, weil da natürlich auch die Söhne aufstehen und, äh, naja, also, sind wir ehrlich, da so viele Chancen hatten die, nicht? Aber dann dachte ich mir auch, irgendwie so, die Strongs sind so ein bisschen die Hufflepuffs von Westeros. Ja. Weißt, irgendwie, ja, nix Halbes, nix Ganzes und, äh, ja, man kennt's, aber es ist irgendwie auch nicht so dolle. Und da dachte ich mir auch, sag mal, also, warum springt ihr jetzt da auf? Ich meine, klar muss man's machen, um die Etikette wahrscheinlich zu wahren. Aber es waren ja eh nicht genug Leute da, aber es ist, also, die kann man ja nicht ernst nehmen. Und es ist wahrscheinlich ihre einzige, wenn sie ihn tatsächlich mit irgendwas vergiften oder irgendwelche Drogen untermischen, ist es wahrscheinlich so das Einzige, mit dem sie agieren können. Weil richtige, standhafte Kämpfer, Männer waren ja, also, sind in Harenhall jetzt ja eigentlich nicht so anwesend, ne? Ja. Ja, und er ist natürlich auch schon, äh, Respekt einflößend, ne? Und, äh, spricht dann ja auch eine Drohung aus, ja, auch, was, was immer ihr hier für, für eine, für eine Posse mit mir treibt, vergesst niemals, euer König ist auf der Hut. Und so wirklich, so richtig paranoid geht er rückwärts aus dem Raum, ne? Also, von wegen, dass die ihn irgendwie von hinten anfallen könnten oder sowas. Aber sie, sie sagen ja auch immer wieder, und das sagt, äh, das heißt schon auch, schlaft ihr nicht genug? Mhm. Es wird nicht irgendwie, esst ihr nicht genug oder, oder sonst irgendwas, sondern es wird, er sagt immer wieder, schlaft ihr nicht genug? Ja. Und auch so mit einem süffisanten Unterton, ja, hm. Ja, das ist so langsam echt eine merkwürdige Kiste da. Schlafen tut er, glaube ich, schon, aber er schläft halt auch in diesem Holzbett des Wehrholzbaums, ne? Wie ja schon erwähnt wurde. Wo man sich da nicht auf den Boden legt, verstehe ich auch nicht. Ja, wo ich mir denke, okay, gut, ich würde dann erstmal alles ausprobieren, was irgendwie vielleicht nett verflucht ist. Er ist der König, er ist der König. Ja, scheißegal, also, der schließt ja die Tür ab, also, oder verbarrikadiert sie zumindest. Aber da würde ich mir doch tatsächlich auch was anderes suchen, also, ja. Für Damon ist jetzt hier endgültig, was Harrenhal angeht, der Siedepunkt erreicht. Er haut hier in der Szene wirklich fast schon fluchtartig abartig den Eindruck. Also, er geht wirklich sehr, sehr schnell weg, sobald er aus deren Blickfeld verschwunden ist. Und wir kriegen Harrenhal zum ersten Mal von außen zu sehen. Und wahrscheinlich dann auch den Teil, der noch relativ gut erhalten geblieben ist, ne? Also, da sind schon ziemlich hohe Türme immer noch, ne? Ja. Das, ich meine, das ist ein verbrannter Trümmerhaufen natürlich, aber ich glaube, dass ein Teil der Burg, ich meine, in Game of Thrones wird die ja auch noch benutzt. Und Tywin Lannister hängt da jetzt nicht, also sitzt da jetzt nicht in totalen Trümmern rum, ne? Das muss man auch sagen. Nee, ich denke ja auch, das sind ja wohl einige Areale, die relativ gut erhalten geblieben sind. Und die man halt auch weiter dann benutzt hat, während halt andere Teile so dermaßen kaputt sind, dass da außer Reparaturen sich natürlich keiner reintrauen wird. Und Damon geht hier aber nicht raus, um einfach nur mal irgendwie frische Luft zu schnappen und auf andere Gedanken zu kommen, sondern er eilt wirklich die Stufen runter und hat auch eine Tasche dabei. Das heißt, man merkt, der macht sich jetzt ja vom Acker, ne? Beziehungsweise will sich vom Acker machen. Sein Drache sitzt auch schon, also parkt auf der anderen Seite, sag ich mal. Dazwischen sind Ruinen und da ist mir auch wieder aufgefallen, dort ist ein Wehrholzbaum zu sehen, ne? Ja. Der auch Blätter trägt. Ja, die sind ja sehr markant, ne? Die kennen wir ja aus Game of Thrones. Aber hast du aufgepasst in einer anderen Szene mit Alice, die ja jetzt ja auch natürlich wieder dort steht? Sie hatte gesagt, die wären eigentlich alle abgeholzt worden von Harren dem Schwarzen damals, ne? Ja. Also dürfte es den hier gar nicht geben. Ich weiß nicht, wer hatten wir im Discord drüber geschrieben. Ich hatte nämlich in der fünften Folge die Vermutung geäußert, dass andere Alice eventuell gar nicht sehen könnten. Weil es fällt schon auf, Damon ist in vielen Szenen, also klar, er sieht sie mal irgendwie Wein einschenken oder so beim Dinner. Aber ansonsten, wenn er mit ihr redet, ist er eigentlich immer alleine. Nein. Nein? Nicht ganz? Nein. Wo er seine Sidequest-Holzhacken macht, spricht sie auch mit ihm und da ist er nicht alleine. Also die Leute sind außen rum. Er unterhält sich und sie laufen. Also er könnte auch, wenn sie tatsächlich nicht da ist, und bei dem Dinner ist es ja auch so, er startet sie ja an und guckt ihr nach und alle anderen starren ihn an und denken, um Himmels Willen, jetzt ist er noch störter als vorher. Ja. Und dann siehst du, dass es aber eine andere Magd ist. Also ich bin mir teilweise, ich bin mir nicht so ganz sicher, weil ich habe auch ein bisschen nachgelesen und habe tatsächlich auch, glaube ich, viel zu viel gelesen. Über Alice Rivers. Und dachte, ja, und dachte, oh nein, Fluch und Segen. Aber ja, es fällt schon auf, das stimmt. Gruß an den YouTube-Kanal Nerdkultur, dessen Analysen zu den Folgen ich jeweils nur ganz dick empfehlen kann. Dem ist das auch aufgefallen, ne? In dieser letzten Szene zwischen ihm und Alice. Die geht dann weg, während Sir Simon zu ihm kommt. Und Sir Simon folgt so Alice mit den Blicken. Und da dachte ich mir, also, er folgt doch, glaube ich, eher gerade Damon mit dem Blick eventuell. Und sieht Alice gar nicht. Er fragt sich wahrscheinlich, was, was, wo guckt Damon da hin, ne? Also so langsam merken die ja auch, der läuft nicht mehr ganz rund. Und ja, gut, es gibt ja dann später diese Szene, wo dann Sir Simon hier in dieser Folge Alice erwähnt, dass sie hier die Heilerin ist. Aber das ist schon alles etwas sehr undurchsichtig und natürlich auch gewollt, weil der Charakter Alice Rivers ist im Buch auch sehr undurchsichtig. Also es ist nie, die verschiedenen Quellen sind sich nicht so wirklich einig, wer das jetzt eigentlich ist. Die soll eine Heilerin sein. Und hier der Septon Konstanz, eine der Quellen im Buch, der hält die für eine einfältige Schlampe und Hexe. Genau. Und andere dann aber wiederum für eine, die nur irgendwie sich ein bisschen an Magie versucht hat. Auf jeden Fall tritt sie hier einmal mehr auf. Und ich muss sagen, ich finde diese Schauspielerin, diese Gail Rankin, die hat schon eine Präsenz. Und sie channellt da natürlich auch so ein bisschen Melisandre aus Game of Thrones, also Karras von Houghton. Ja, ja. Na, ich finde, also es wurde ja auch oft genug, habe ich gelesen, gerätselt, ob jetzt tatsächlich die beiden ein und dieselbe Person sind. Finde ich jetzt nett. Ich finde, alles ist ein bisschen ... Anders, sie ist auch ein bisschen direkter, also ... Ja, die wirkt nicht ganz so, die wirkt nicht ganz so weltfremd. Ja. Ja. Was mir dieses Mal eher aufgefallen ist, ist ... Also klar, Schauspielerin macht das super, aber ist auch ihr Outfit. Oh, ja. Das hat nichts von einer Markt, das hat nichts von einer Bediensteten, sondern das hat schon eher was von einer Adligen, fand ich. Ja, ja, und die gehört wahrscheinlich auch irgendwie House Strong an. Also sie ist ja, das haben wir ja schon gehört, das hört man ja auch an ihrem Namen, sie ist ja ein Bastard. Also, aber wahrscheinlich schon von House Strong. Aber zur eigentlichen Szene, sie steht natürlich, wie könnte es anders sein, mal wieder direkt gewehrt bei Fuß und wundert sich dann, dass das sein Lebewohl sein soll, beziehungsweise dass es nicht mal wirklich ein Lebewohl gibt. Und er, so merkwürdig das klingen mag, aber sie scheint die einzige Person zu sein, der er überhaupt noch hier vertraut, ominöserweise. Und er hatte ja auch schon, er hatte ja ganz am Anfang, als er hier aufgetaucht ist, ja auch schon den Verdacht, dass man ihn hier vergiften wollen könnte, ne? Und wittert dann sowas eben, das Essen, der Wein, die Luft hier vom Sumpf, der irgendwie nahe ist. Also irgendwas ist hier faul. Und Alice kontert das damit so, ja, also vielleicht ist es ja auch nur der Geist von Harren dem Schwarzen im Königsbrandturm. Und das bewirkt dann aber bei Damon, dass er so langsam, also dass er eigentlich noch ungehaltener wird, weil für ihn sind das alles Ammenmärchen. Also er will nicht nur Harrenhall entfliehen, sondern auch ihr so ein bisschen im Vorbeigehen eigentlich, ne? Ja, aber das lässt sie natürlich nicht zu. Absolut nicht. Also er will ja eigentlich erst fort, aber schmeißt dann doch seine Tasche hin. Und ich glaub, er hockt sich dann auch irgendwo hin und meint, er hat genug von dem Ort hier. Und Alice hat ihn mal wieder komplett durchschaut und kommt eben an mit dieser Torschusspanik, den er hat, ne? Also von wegen, immer wenn er unzufrieden ist oder wenn einfach nicht sowas läuft, wie er sich das vorstellt, dann haut er ab, ne? Ob es die Trittsteine waren in der ersten Staffel, Dragonstone jetzt bei Rhaenyra, Pentos wieder in der ersten Staffel und jetzt dann eben ihr Harrenhall, ne? Also immer so diese Flucht nach vorne eben. Und dann quatscht sie ihn, glaub ich, irgendwie voll mit, ja, es gibt Dinge auf dieser Welt, die sind uralt und die sind älter als wir beide. Also sie setzt sich zu ihm, glaub ich, ne? Ja. Und sagt dann, dass er kein Spieler ist, sondern ein Spielstein, aber sie auch. Also sie hält ihm quasi auch wie Viserys auch noch mal einen Spiegel vor, halt Viserys eher mit der Vergangenheit und sie mit der Gegenwart und auch ein bisschen mit der Zukunft. Und was ich da sehr beeindruckend fand, ist, dass er nicht flieht, dass er auch nicht stinkig wird, sondern sie ja auch um Rat bittet dann. Und ja, es herrscht ein, ich kann es zwar auch nicht verstehen, wirklich ein Vertrauen zwischen beiden, ne? Wobei es genau die Person wäre, die überhaupt nicht vertrauen würde. Ne, nicht wirklich. Also ich meine, der hat ja schon Verfolgungswahn fast, ne? Ja, natürlich. Ja. Aber es war ein Miteinander und kein von oben herab, was er als sonst macht. Also er hat sie auch als gleichwertig behandelt und geht ja dann weiter, dass es ja dann um die Flusslande geht und er um ihren Rat bittet oder erst mal um ihre Meinung und sie auch schon so erstaunt ist von wegen, Moment, du fragst nicht, was ich da davon halte. Ja, Damon Targaryen fragt um Hilfe, sagt sie, ne? Und sie plaudert dann aber so ein bisschen aus dem Nähkästchen. Also hier bei den Flusslords ist halt das Ding, Haus Tully ist weder das größte noch das reichste Haus hier, aber das stabilste. Also das, was am meisten für Stabilität sorgt. Denn ohne den Lehnsherren würden die sich hier schon alle noch mehr gegenseitig umbringen. Also die Schleckwurts und Brekkens sind da nur die Spitze des Eisbergs. Und Damon hat aber bereits festgestellt, dass Lord Grobi Tully keinen Nutzen für ihn hat so richtig. Also das hat er ja schon klargestellt. Und also Grobi, du hattest unsere Recaps gehört, ne? Ja. Ja. Die Sesamstraße. Den Obermuppet kriegen wir aber nicht zu sehen in dieser Staffel. Oder generell dann wahrscheinlich auch nicht in der Serie an der Stelle. Sie sagt dann jedenfalls, also ihr könnt machen, was ihr wollt. Ohne den obersten Lehnsherren werden die keine Banner für ihn hissen. Das fand ich auch im Dialog sehr schön. Sie sagt, die Flusslords sind gemacht aus Schlamm und sterben lieber, statt einander beizustehen. Also von wegen, jeder kämpft ja eigentlich nur für sich selbst. Und dann wird das auch noch mal unterstrichen, was sie angeht. Denn zu ihr, also zu Alice, um halt wirklich so das Bild der Hexe eigentlich zu komplementieren, kommt eine Schleiereule irgendwie zu ihr geflogen. Und da hatte ich dann aus dem Hinterkopf, sie hatte ja den Scherz gemacht in der vierten Folge, als er da auf sie stößt, dass sie ja eigentlich eine Schleiereule sei und verdammt worden sei, als Mensch zu leben oder so, ne? Ja, die Eule taucht auch sehr, sehr schnell auf. Es macht wirklich Puffen des Viehs da, ne? Also, das geht auch nicht mit rechten Dingen zu. Irgendwann, ich gehört, die Schleiereule ist ein mittelalterliches Symbol tatsächlich auch für den Tod, auf Todes schwingen oder so, ne? Also, bevor es auch um die Flusslords geht, geht es aber auch noch mal um den Konflikt eben von Daemon mit seinem Bruder und der Krone, wo er Alice dann darauf hinweist, dass Rhaenyra ja die Krone nie wollte. Und Alice äußert dann auch einen sehr klugen Satz, als sie sagt, dass ja vielleicht gerade die, die sie am meisten wollen, die Krone, die sind am wenigsten dafür geeignet. Klärt ihn dann auch darüber auf, ja, dein Bruder wollte die Krone nie, aber dein Bruder hat trotzdem sein Bestes gegeben und er hat verstanden, im Gegensatz zu dir, also sie sagt das natürlich nicht so direkt, aber die Botschaft ist da schon klar, diese Krone ist kein Preis, den man gewinnt, sondern es ist eine Bürde, eine Bürde, die man trägt für das Wohl und die Einung des Reiches, also auch im Hinblick auf das Lied von Eis und Feuer, ne? Bemerkenswert fand ich an der ganzen Szene übrigens, dass du im Hintergrund, also im Hintergrund sitzt ja Charaxis, sein Drache, ne, der Blutwurm, und du hörst den die ganze Zeit in der Szene, ne? Also, als ob der auch wirklich seine Wut spüren kann in dem Moment, ne? Also, diese Schreie haben das wirklich auch super untermalt und ich fand es auch eine ganz tolle Szene, auch, ja, was ich ja vorhin schon gesagt habe, dieses Gleichwertige, also, sind wir ehrlich, es gibt nicht viel, die so mit Damon reden würden. Oh ja, nicht wirklich viele, nein. Wenn das jemand anders gewesen wäre, Kopf ab. Ja. Oder Drachenfutter. Aber sie sagt ihm, oder sie legt ihm wirklich so die Karten offen und sagt, was du ja schon gerade eben gemeint hast, hier mit dem König, wo ich noch gedacht habe, okay, jetzt bin ich mal gespannt, aber er ist wirklich ruhig, er ist gefasst, er wird auch nicht großartig aufbrausend, sondern er sitzt einfach da und hört zu. Und das hat mir auch wirklich, wirklich sehr gut gefallen. Und es offenbart auch gerade so den Moment, finde ich, teilweise auch so ein bisschen seine Schwäche, weil er sitzt, er sitzt so ein bisschen eingesunken, er steht nicht, er steht nicht groß da und lässt die Rasierklingen unter den Armen wachsen, sondern er ist wirklich so ein bisschen geknickt. Und das hat mir auch wirklich sehr, sehr gut gefallen einfach, dass du diesem Charakter auch menschliche Züge, noch mehr Facetten setzt. Egal, ob sie jetzt nur in zwei, drei Minuten und dann ist er wieder der große, starke Held. Aber das macht es halt auch einfach so mega interessant. Aber letzten Endes hat sie ihm dann doch nicht wirklich was anzubieten. Also sie sagt dann eigentlich nur, ja, also jetzt wartet mal ab, der Wind wird sich drehen, was so in ein paar Tagen ist und geht dann auch einfach weg mit der Eule und lässt ihn hilflos dort sitzen. Naja, sie sagt ja schon, in drei Tagen wird der Wind sich drehen. Also drei Tage muss er noch durchhalten. Genau, genau. Ja, aber so richtig eine Lösung bietet sie ihm da eigentlich auch nicht an. Da musste ich, auch als sie vom Wind redet, da musste ich auch dran denken, was sie in der vorherigen Folge gesagt hat, nämlich, dass sie irgendwie Botschaften im Wind hört oder sowas. Also die ist schon, ich muss sagen, ich finde die Schauspielerin, die hat was sehr Mystisches an sich. Und also klar, natürlich auch das Kleid und die Aufmachung, aber auch die Augen, also die ist toll besetzt. Die hat eine tolle Präsenz, finde ich. Das macht es dann auch ein bisschen wett, dass dieser Plot so ein bisschen, ja, ein Stück weit sind die Botschaften ja eigentlich immer so dieselben und wir haben es jetzt so langsam kapiert. Ja, er wollte König sein und wollte sich damit auch beweisen gegenüber seinem Bruder und hat seinem Bruder nicht beigestanden. Das wird jetzt so langsam wirklich ein bisschen repetitiv, finde ich. Aber die eigentlichen, also das ist so das Zwiespältige daran. Die eigentlichen Szenen sind toll inszeniert, toll atmosphärisch, aber letzten Endes sagen sie immer etwas sehr Ähnliches über ihn aus irgendwo. Also ich muss auch sagen, als er dann unten sitzt und sich mit ihr unterhält, dachte ich, ja, ist in Ordnung, aber du hast dein Bettel gepackt, hock dich auf den Drachen und bitte fliege auf und davon. Und als die sagt, in drei Tagen wird der Wind sich drehen, dachte ich, ey nein, nicht dein Ernst. Der bleibt noch da. Verdammt. Das ist so ein bisschen wie bei Gandalf, der sagt, er wartet mein Kommen am ersten, des vierten Tages oder so. Ja, ja, schaut nach uns. Genau, daran habe ich auch gedacht. Daran habe ich auch gedacht. Wenn da natürlich dann in der, sagen wir mal, in der letzten Folge so eine Art Helms-Klamm-Battle entsteht, entschädigt es mich. Aber ja, es ist wirklich, es ist ein Hin und Her. Auf der einen Seite denkst du, oh, nicht schon wieder Hachenhallen mit seinen komischen Visionen. Aber trotzdem ist es halt so gut gemacht und auch so interessant, dass wenn du dann drin bist, denkst, ja, nee, ist schon geil. Ja, es ist so 50-50. Jedenfalls, ja, bleibt Damon relativ hilflos hinter ihr zurück. Und das war auch eine tolle Überleitung, wie ich fand. Also wir sehen nur seine Rückenpartie. Und schon als Alice geht, setzt ein Gesang ein. Ein Gesang, den wir auch schon mal von ihm gehört haben in der ersten Staffel. Oder kam es dir gar nicht bekannt vor? Doch, bekannt kam es mir vor, aber ich konnte es nicht einordnen. Das ist nämlich dasselbe Lied, was hier gesungen wird, was er angestimmt hat, als er sich ganz am Ende der ersten Staffel, ich glaube, das war wirklich auch seine letzte Szene mit, wo er sich unter den Drachenberg begibt zu Vermitor. Also ein Lied auf Hochvalyrisch singt er dort. Das erklingt hier einmal mehr auf Dragonstone, allerdings nicht unter dem Drachenberg, sondern ja, doch so ein bisschen in der Drachenhöhle, wo ja eben die Drachen geparkt werden, immer so ein bisschen. Also die haben wir ja schon gesehen, als irgendwie Rhaenys auf Maelys gestiegen ist und so was. Aber hier singen deutlich mehr Hochvalyrisch. Wir sehen das Ganze auch von hinten, also Rhaenyra, Jace und irgendeinen Drachenhüter sehen wir mit dem Rücken zugewandt zur Kamera, die so langsam heranfährt und dann sehen wir, dass weiter vorne auf diesem Vorsprung mehrere dieser, ich nenne sie jetzt einfach mal Drachenbändiger stehen mit diesen Stöcken, das haben wir ja schon ganz am Anfang der ersten Staffel haben wir das mal gesehen oder auch mal in der Drachengrube, die dort stehen und in deren Mitte steht Ser Stefan. Der die Buchsen aber auch trotz absoluter Ehrfurcht bis zum Anschlag voll hat und das siehst auch. Ja, der starrt so wirklich umher und weiß nicht so wirklich was jetzt kommt. Und jetzt mal ehrlich, also diese Zahnstocher, die sie da in der Hand haben, um einen Drachen irgendwie, also eigentlich brauchst du doch da gar nichts zu haben, den juckt es doch nicht, außer du hast vielleicht ein bisschen Schaf zwischen den Zähnen, was sie dir rauskratzen können. Ja. Wie willst du damit einen Drachen verletzen oder sie gehen ja auch immer wieder hin, also wenn der Drache dann, Seasmoke dann kommt, um seinen Reiter auszuwählen, dann fuchteln sie ja auch so ein bisschen rum, wo ich mir gedacht habe, sag mal, das bringt doch überhaupt nichts. Ja, das war so, also diese Drachenbändiger verstehe ich nicht ganz mit ihren Stöcken. Ja, ich meine gut, die reden ja auch allyrisch, das hat ja, wie wir in dieser Szene sehen, hat das ja sehr großen Einfluss. Generell muss ich sagen, dass ich jetzt unabhängig davon diese Szene wahnsinnig atmosphärisch fand. Ja, hast toll gemacht, ja. Das hat ja, das hat ja wirklich schon was eigentlich von einem, ja, also was Rituelles hat es irgendwo und Stefan schickt ja dann auch schon Stoßgebete zum Krieger, also einer, einer von den sieben eben. Dann gibt es eine Stille, man hört einen Windzug und dann auf einmal auch laute Geräusche, also ich fand das auch sehr toll, wie diese Kamera auch erst langsam so ins Dunkel fährt und auch gezeigt wird, dass Rhaenyra und Jace so abwarten, was jetzt passiert, weil sie wissen das ja auch nicht hundertprozentig. Als Sir Stefan das hört, will der auch fast schon sein Schwert ziehen, bis dann eben aus der Dunkelheit und der Drache Seerauch kommt und diesen Vorsprung empor klettert. Seerauch, wir erinnern uns, ist der Drache von Lenor Velaryon, der ja seitdem seinem ungewissen Abgang ohne Reiter jetzt ist und auch schon, ich meine, es war in der dritten Folge, wo er, wo gesagt wurde, dass er irgendwie immer mal wieder weg ist und dann auch über dem Meer so unruhig hin und her kreist. Das war ja in der Szene, glaube ich, zwischen Mysaria und Rhaenyra, ne? Ja, da sagt sie ja auch, vielleicht ist er alleine oder also vielleicht fühlt er Einsamkeit, Trauer oder so, ja. Vielleicht fühlt er sich einsam, genau, und das wollen sie jetzt ändern. Diese Bändiger versuchen ihn zu beruhigen auf Valyrisch und Stefan ist davon beeindruckt und macht es eigentlich genau wie Aemond in der ersten Staffel. Er hört etwas, was sie auf Valyrisch sagen und versucht es nachzuquatschen, aber er betont es ein bisschen falsch, ne? Ich finde auch so dieses, also er geht auch ganz, ich meine klar, natürlich stürzt du dich da nicht drauf wie ein kleines Kind auf ein Kuscheltier. Er geht da wirklich sehr behutsam, aber du siehst halt auch, glaube ich so, dass ich auch Angst und ja, er wiederholt und ja, es klingt halt auch nett so und ja, also er kommt, ja, er kommt noch näher und er geht wirklich so zögerlichen Schrittes trotzdem drauf zu. Und die sagen ihm, keine Angst zeigen, ne? Ganz wichtig. Genau. Und Seerauch scheint dann auch ihm so ein bisschen entgegen zu kommen, also der lässt sich dann doch so relativ nieder, also vorher ist er ja wirklich so mit den, mit den, ja weiß ich nicht, ne Vorderläufer haben die ja nicht, aber auf jeden Fall so Haken an den Flügeln, hängt er ja erst auf diesem Vorsprung und dann zieht er sich doch so ein bisschen zurück und senkt den Hals und das ist schon so, also da hält er auch Stefan so so ein bisschen so den Rücken hin, wo man ja den Sattel sehen kann und Stefan wird dann so langsam immer selbstsicherer. Seerauch nimmt ihn dann auch so in den Blick, also wirklich ihn jetzt direkt und nicht nur die anderen Bändiger und ja, nicht nur er fasst dann Mut, sondern auch so Rhaenyra, die so merkt so, oh, vielleicht könnte es ja klappen und dann beginnt es ja Stefan einen ganz, ganz großen Fehler, den nicht nur, also vorher hat er ja nur unbeholfen Valyrisch nachgesabbelt, aber jetzt spricht er Englisch und sagt so zu sich selber so, ja, ich hab's geschafft. Tja. Ja, und das ist dann sein Verhängnis, sagen wir es mal so. Genau, es gibt nämlich kein Foto, sondern es gibt Barbecue. Ja. Und zwar Drachenbändiger Barbecue und Sir Stefan geröstet. Ja, also man merkt auch wirklich, wie da direkt die Stimmung umschlägt bei Seerauch. Der ist unmittelbar verstimmt, hebt den Kopf und dann können die Drachenbändiger auch nicht mehr groß was reißen, obwohl sie ihn beruhigen wollen. Der öffnet sein Maul, Speitfeuer auf Sir Stefan, erwischt einen der Bändiger noch, während die anderen wegrennen. Ja, und während der Drache verschwindet, sehen wir, wie Sir Stefan sich schreiend auf dem Boden wälzt. Das fand ich schon, ich muss sagen, ich hatte da schon echt Mitleid. Also das war schon echt schlimm, wie der da in dieser Rüstung trotzdem dahin brutzelt. Und da sehen wir dann eben auch den Unterschied zu Aegon, der ja letzten Endes überlebt hat, weil er eine Rüstung aus valyrischem Stahl hatte. Aber die hat Sir Stefan nicht und ja, verbrennt elendig. Und was ich auch richtig krass fand, dieser Bändiger, der neben ihm ebenfalls brutzelt, der macht mit sich selber kurz einen Prozess, der holt einen Dolch raus und schneidet sich die Kehle durch. Das war wirklich krass gemacht. Aber um Herr Stefan tat es mir auch echt leid. Ich mochte den. Ich dachte, ach ja, komm, den kann man noch schön ausbauen. Das ist jemand, der vielleicht auch mal so relativ gute Absichten hat. Und treu ergeben ist. Genau, treu ergeben ist. Und das würde vielleicht ganz cool passen, den auf einem Drachen. Aber okay, dann halt nett. Wobei man muss sagen, in der Vorlage ist das wirklich eigentlich nur eine Randnotiz mit Sir Stefan. Also da steht das jedenfalls nicht so im Vordergrund. Da wird einfach nur erwähnt, dass der das versucht hat und dann elendig verbrannt ist. Aber was wir hier sehen, ist eben der Auftakt zu dieser, ja, Samensaat. Also wo eben verschiedene, die als Drachensamen gelten, auftreten und versuchen, dann Drachen zu besteigen. Und ich sage jetzt noch nicht, wer da noch so alles bei sein wird von den Drachensamen, die wir in der Serie gesehen haben und unter welchen Umständen das so ist. Aber es gehen insgesamt, glaube ich, 16 Männer dabei drauf. und noch mehr erleiden schwerste Verbrennungen. Also das könnte noch interessant werden. Das stimmt. Ja. Und Rhaenyra ist dann auch, ja, doch, ziemlich entgeistert, als sie dann, ich glaube, sie fand das auch wirklich sehr schade, weil sie, sie hat den, glaube ich, schon geschätzt. Also sonst hätte sie ihm bestimmt nicht diese Möglichkeit eingeräumt. Klar, sie ist verzweifelt, aber man darf nicht vergessen, der hat ihr ja auch wirklich treu beigestanden, als sie da eben als Septe verkleidet, äh, nach King's Landing sich hat einschleusen lassen. Also es war schon ein näherer Vertrauter. Ja. Ja. das tat ihr auch schon leid, weil sie dann schon später den Satz gebracht haben, ja gut, es ist jetzt halt mal in die Hosen gegangen, ich glaube nicht, dass sich da so viele Leute freiwillig zu vermelden wird. Dachte ich mir auch, natürlich nicht, stell dir das mal vor. Ich meine, klar, geil Drachen, aber, hm, die Chance, dass du halt verbrutzelt wirst, ist halt auch noch groß. Mich hat es auch so ein bisschen denken lassen, es gibt so eine Szene in, in der vier, also in der vierten Staffel muss ja Daenerys eine ganze Zeit lang ihre Drachen wegsperren, glaube ich, ne, weil, weil die einfach zu wild geworden sind. Mhm. Und, äh, dann geht sie ja mal eben wieder rein und versucht die so zu beruhigen. Also ihre, ihre beiden Drachen Regal und Viserion, die sind ja beide im Gegensatz zu Drogon, der ja komplett sein eigenes Ding durchzieht, sind die ja lange dort unten eingesperrt, ne, und da merkt dann Daenerys auch im Grunde genommen, hat sie, hat sie keine Kontrolle eigentlich wirklich über die. Diese Erfahrung muss dann auch Rhaenyra durchmachen, die dann auch wirklich von Jace so mit sich gezogen werden muss, ne, weil sie steht da wirklich entgeistert vor und merkt, ja, eigentlich, ne, ist das, also das, das war schon ein böses Fiasko hier an der Stelle. Ja, ich fand's, ich fand's wirklich traurig, also man hat diesen Ser Stefan zwar nicht wirklich kennengelernt, aber ich glaub, dass das echt kein übler Kerl war. Nö. Und, äh, die Frage ist jetzt eben auch, ob Haus Darklin damit ausgelöscht ist möglicherweise, ne? Weißt du, keine Ahnung, hat der gesagt, hat der Kinder gehabt, hat der was gesagt? Ich weiß gar nicht. Nein, stimmt, der hat ja, überleg doch mal, der ist bei der Königsgarde, der, der, der hat gar keinen Anspruch auf ein Erbe. Stimmt, dann, ja, stimmt, dann, dann, dann war's das, ja. Aber, äh, das ist ne, äh, schöne Überleitung, denn, äh, wir kommen jetzt zu welchen, die eigentlich auch keinen Anspruch auf ein Erbe haben, äh, jedenfalls einst weilen. Äh, wir landen einmal mehr in der Schiffs, äh, Werft von, äh, Driftmark, wo ja bekanntlich Corliss, äh, Schiff, die Seeschlange wieder seetüchtig gemacht werden soll und dass wir direkt von diesem Szenario mit Seerauch einen Schnitt auf Adam, äh, auf Hulk bekommen, ist bestimmt auch kein Zufall, ne? Nein. Das ist ja, also, das ist schon sehr foreboding innerhalb dieser Folge auch. Wir merken schon, Corliss, äh, der dann hier zum Pier kommt, interessiert sich nicht so wirklich für Adam, der da auch nur so ja eher am Rande sitzt und irgendwelche Taue knüpft. Nein, Corliss, äh, ist mehr erpicht, äh, auf Alins Gesellschaft, äh, den er hier dann nämlich, äh, zu sich rufen lässt und dann erst mal lobt, ja, hier, ihr macht hier gute Fortschritte und in wenigen Tagen, können wir endlich lossegeln und, äh, Alin weist ihn dann darauf hin, ja, Löwen und Kraken werden die Blockade bekämpfen, also Löwen halt Lannisters und Kraken Greyjoy's und damit liegen sie aber eigentlich falsch, ne? Denn, äh, Aemond will ja die Triarchie auf die hetzen, aber das können sie natürlich nicht wissen, ne? Ja, aber auch da ist es so, zwischen den beiden ist es wirklich eine sehr, sehr kalte Beziehung, also, ja, er bietet ihm ja auch wieder an, ihn zu befördern und sagt, eh, in deinem Alter habe ich schon ein Schiff kommandiert, will ihn pushen und pushen, aber er will nicht. Corliss sagt ja wirklich, also nicht nur, dass er mitsegeln soll, sondern er will ihn als seinen ersten Mat haben an Bord, ne? Also, das wäre schon, das ist ja eine Beförderung erster Güte, also, besser geht's ja gar, also, klar, natürlich geht's weiter, aber, ja, das ist für so jemanden, der eigentlich keine Stellung hat, in anderen Landen auch keine Stellung bekommen würde als Bastard, kriegt hier wirklich schon wieder eine große Chance angeboten, Die er dann schon, aber auch wieder ausschlägt. Ja, Corliss legt ja dann da, was er vor hat, er will, äh, Kurs nehmen auf, äh, Sharp Point, beziehungsweise Scharfspitze, das ist, äh, in den Kronlanden, also, äh, der Region, wo zuletzt auch hier die Schlacht um Rooksrest, äh, getobt hat, ne? Dort will er eben hinsegeln, das ist, glaube ich, ist, ist, meine ich, eine Halbinsel, ich hab's jetzt nicht mehr genau im Kopf, auf jeden Fall liegt das in der Region, und, äh, äh, residiert, äh, Lord Bar Amon, ja, hat hier noch bisher gar nicht so eine Riesenrolle gespielt, aber, äh, der ist vor allem sehr, sehr wichtig gewesen, und auch, äh, Sharp Point als, ähm, Militärstützpunkt, zu der Zeit, als Aegon der Oberer Westeros, äh, eingenommen hat, und, äh, Corlys erzählt, dass eben Lord Bar Amon einen seiner Neffen zum Bootsmann machen will. Also, äh, wahrscheinlich will Corlys da auch so ein bisschen gegenhalten, mit dem, was er so aufzubieten hat, in seinem Umfeld an, an guten Männern, aber Alin zählt sich so gar nicht wirklich dazu, meint, ja, ihr habt doch hier, ihr habt doch erfahrene Männer als ich, ne, und, äh, Corlys erzählt ihnen dann aber, äh, was du eben schon sagtest, äh, äh, hier, ich war jünger als du bei meinem allerersten Kommando, und, äh, da kann ich dann auch kurz auf die Bücher verweisen, Corlys hat mit 16 Jahren bereits sein allererstes Schiff befehligt als Kapitän. Also, der ist wirklich, äh, Seemann durch und durch. Ähm, und außerdem meint er, Alin hat sich ja bewiesen, er hat sich auf den Trittstein bewiesen, er hat Corlys das Leben gerettet, und außerdem entstand bisher zumindest der Eindruck, dass, dass, äh, die Crew, äh, der Seeschlange auch Alin durchaus respektiert. Ja, auf jeden Fall, also, er ist, also, er behandelt ihn nicht von oben herab, sondern auch hier ist ein gewisses Gleichnis da, finde ich. Ja, fast schon eine Väterlichkeit, so ein bisschen. Ja, 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 vielleicht, vielleicht ist es auch so mit diesem, was mir da so ein, also, nachdem er ihn schon wieder in Posten anbietet, und dachte ich mir halt auch, es ist, denke ich mal, auch das, was Reynes so gesagt hat, ja, warum versteckst du ihn, ne? Ja. Er hat alles, er hat gerettet, und jetzt, jetzt hast du jemanden, den du vielleicht auch fördern kannst. Nimm dich seiner an. Und ich denke, das ist auch so beides. Natürlich, um zu zeigen, auch wir haben noch weitere Asse im Ärmel, aber vielleicht halt auch, um eine Art Genugtuung. Ja, und natürlich auch, zu Ehren seiner Frau auch so ein bisschen. Genau. Weil, die halt eben an den geglaubt hat, und man darf nicht vergessen, Reynes ist in dem Wissen gestorben, dass ihr Mann all die Jahre wahrscheinlich mutmaßliche Bastarde von sich im Schatten der Burg hat, ihr Dasein fristen lassen, ne? Ist halt, ist halt auch nicht so toll. Da muss man übrigens so sagen, die Serie verhandelt hier das offener, oder eigentlich unübersehbarer, dass Arlene und Adam mit höchster Wahrscheinlichkeit Bastarde von Corlys sind, im Buch wird da eine ganze Zeit lang darauf verwiesen, dass das Bastarde von Lenor sein könnten, aber es wird nie so richtig aufgeklärt, auch wenn der Verdacht sehr, sehr nahe liegt, dass eben das die Gegebenheiten sind, ne? Hm. Arlene, ja, ist immer noch so ein bisschen zurückhaltend, fragt dann so, ja, ist das jetzt eine Bitte oder ein Befehl? und Corlys sagt ja hier, du meldest dich morgen früh zum Dienst und basta und Arlene beugt sich dann dem Ganzen. Da ist so die Frage, also so richtig schlau werde ich aus dem Licht, warum ist der so zurückhaltend gegenüber dem? Was meinst du? Also es ist eher, es ist eher abweisend. Ja. Also jetzt nicht abweisend beleidigend, aber ich zeige dir wirklich so die kalte Schulter, mir ist das scheißegal, ich will den ganzen kacken. Ich habe mich natürlich auch oft genug gefragt, warum? Und es gibt da eine Szene oder kommt die später? Wo er sich da mit dem, der hat ja eine Glatze. Ja, ja. Die hat er ja nicht einfach so. Die kommt später. Die kommt später, okay. Da hatte ich halt auch wirklich so das, der will das nicht. Ja, vielleicht hat er keinen Bock auf Krieg oder vielleicht hat er keinen Bock verheizt zu werden oder vielleicht will er einfach nur in Ruhe gelassen werden, weil er ringt ja nicht um die Aufmerksamkeit. Adam ist ja derjenige, der fast drum bettelt, endlich wahrgenommen zu werden. Der ist ja komplett uninteressant. Richtig. Also für Corlys. Ja, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich habe nur einfach gedacht, naja, vielleicht ist es wirklich so dieses, ich habe halt keinen Bock, da wirklich verheizt zu werden. Aber sicher bin ich mir halt auch nicht. Wenn man sich an die Szene erinnert in der zweiten Folge, wo die beiden Brüder sich ja wiedersehen, da pusht ihn ja auch Adam erst irgendwie dahin. Ja, nimm das. Lass doch an, nimm doch die Chance wahr. Und dann sagt der Alin auch zu ihm, ja hör mal, da draußen herrscht Krieg. Ja. Da will er nicht reingezogen werden. Das stimmt schon, hast du schon recht. Aber wir gehen ja noch eine Stufe niedriger auf der Gesellschafts, auf der Leiter der gesellschaftlichen Hackordnung in Westeros. Wir landen nämlich in King's Landing in einer Schenke, die du ja als sehr gemütlich empfunden hast in der dritten Folge, ne? Ja, in der dritten Folge war da auch Halligalli und das war urisch. Und dieses Mal hat sich das Bild etwas geändert. Also es brennen viel weniger Kerzen und es sieht auch tatsächlich nicht mehr so einladend aus. Und natürlich nicht mehr so gut besucht. Und da muss ich jetzt hier eine Ergänzung machen. Und zwar, wir sehen ja hier eine Bedienung rumlaufen, die wir ja schon, also die auch schon in der dritten Folge auftauchte. So ein blondes Mädchen. Und ich habe jetzt erst im Nachhinein verstanden, das ist eine Figur, die wir schon mal gesehen haben. Und zwar, das ist eine Dienerin aus dem Roten Bergfried ursprünglich namens Diana. Und es gab in der, ich glaube, in der Mitte der ersten Staffel gab es eine Szene, wo klar wird, dass Aegon dieses Dienstmädchen vergewaltigt hat und womöglich auch geschwängert. Ah. Und daraufhin bekommen wir dann einen Moment, wo Alicent die erst relativ, ja, kaltschnäuzig aushorcht dazu und sie dann zwingt, Mondtee zu trinken, ne? Stimmt, ja, stimmt. Wo man nicht genau wusste, ob sie sie jetzt killen will oder ob sie sie dann irgendwie aus der Burg rausschmuggelt. Ah, okay, die schafft also jetzt als Kellnerin. Genau, die ist, also die ist wahrscheinlich einfach der Feste verwiesen worden, auf die Straße geschmissen und darf sich jetzt hier weiterhin sexuell belästigen lassen. Und sie tauchte vor allem nicht nur in der dritten Folge auf, sondern auch in der fünften. Sie ist nämlich die Dame, zu der sich diese Zofe von Rhaenyra begeben hat, dort im Regen. Also diese Zofe Elinda, die klopft ja da an eine Tür und dann macht Diana ihr auf. Das habe ich auch erst im Nachhinein verstanden und ich muss sagen, also ich mag ja diese ganzen Verbindungen, insbesondere im gemeinen Volk, aber vielleicht setzt die Serie da doch ein bisschen sehr viel voraus, weil diese Diana hatte man wirklich vor zwei Jahren in einer Szene gesehen und dass man dann jetzt bei diesen kurzen Momenten, die sie in der Staffel bislang zu sehen war, dass man da peilen soll, dass das dieselbe ist, das ist vielleicht ein bisschen sehr viel. Also ich hätte es nicht gesagt, hätte ich es auch nicht gerafft. Ich auch nicht. Also mit dem Montee und so dachte ich, ach, ajo, stimmt. Aber klar, gut. Nee, also hättest du es nicht gesagt, hätte ich die Verbindung überhaupt nicht gesehen. Also das ist komisch. Manche Sachen inszeniert diese Serie überoffensichtlich und eindeutig und manche sind so zu sehr zwischen den Zeilen. Da muss man wirklich zu sehr aufpassen. Aber wir sehen auch jemand anderes hier, der wieder in der Schenke eingekehrt ist, nämlich Ulf, der ja Ulf der Weiße genannt wird und dem Diana hier eine Suppe serviert, ja, die man kaum Suppe nennen kann in seinen Augen zumindest, ne? Naja, sagen wir es mal so, er hat wenigstens was zu essen im Gegensatz zu anderen, die irgendwelchen Müll fressen müssen. Ja. Aber er sagt ja dann auch, okay, gut, also auf Fisch hab ich jetzt keinen Bock mehr. Das geht mir grad echt gegen den Strich. Ja, also sie sagt ja, sie hätten ansonsten noch Fisch. Ach so, stimmt. Genau. Also die serviert ihm diese Suppe und die ist wohl sehr, sehr dünn. Ich glaub, in Game of Thrones kam das doch mal, dass man irgendwie einen Topf voll braunes oder so, ne? Gibt's doch irgendwie in Flohloch. Naja, das wird hier zumindest nicht serviert, aber doch ein sehr maues Süppchen und Ulf kann erst recht keinen Fisch mehr sehen, den sie ihm dann noch anbietet. Und im Hintergrund, in der Umschärfe, sehen wir eine Frau ein Bier bestellen, die aber nichts essen will. Hast du sie sofort erkannt? Nee. Weil das ist ja, also ich meine, das ist die Prostituierte Sylvie, also die, diese Ältere, zu der Aemond geht. Bist du dir sicher? Ich meine, das wäre die ja. Also ich dachte eher, es wäre eine der, klar ist es eine der Bediensteten, also in meinen Augen war es eine der Bediensteten, die sich da hinsetzt und dann halt abkotz, anfängt, abkotz, genau, einfach mal die Sau rauslässt von wegen, scheiß, Ausgangssperre ist kacke und es gibt nichts zu essen und alle hungern, aber im Burgfried wird gefeiert. Ja. Und zwar mit Lamm und anderen Köstlichkeiten. Mhm. Und daher dachte ich, er ist eine Bedienstete und nicht, dass es, äh, dass es Aemonds, äh, Herzensdame ist. Also ich meine, es sei die gewesen, man kann mich natürlich gerne korrigieren, äh, aber es würde schon irgendwo Sinn machen, weil, äh, die hat ja auch ein Rochus auf Aemond und will ihn wahrscheinlich dann auch hier schlecht machen, äh, und eventuell ist da sogar noch der Einfluss, man darf nicht die Szene zwischen, ähm, äh, Elinda und Diana vergessen. Mhm. Ähm, Müsaria hat hier ja durchaus eventuell auch so ihre Finger im Spiel, weil es fällt auf, diese Dame steht da erst, kotzt irgendwie groß ab darüber, ja, während wir hier hungern, ziehen die sich da, wer weiß was, rein im Roten Bergfried und dann ist, also da, da war halt ein Gelage, ne, äh, zu Ehren des neuen Prinzregenten und, und dann, als sie dann damit fertig ist, geht die einfach so raus. Also als, als wäre das fast so ne, so ne Szene, die irgendwie abgespult wird. Also ich, ich hatte zwar nicht den Eindruck, dass diese Diana Teil des Ganzen ist, aber dass das doch irgendwie fingiert war. Mhm. Also das Einzige, was ich mir tatsächlich auch dachte ist, ah, jetzt, äh, sind die Samen, die sie ausgestreut haben, ziehen jetzt langsam ihre Wurzeln durch die Gesellschaft, weil sie ja schon gesagt haben, dass sie da, also es ging ja nicht nur darum, dass, äh, dass sie, äh, Minister Andrea gesagt hat, ja von wegen, es geht auch einen anderen Weg. Die Falschinformationen, die sich ja teilweise schon bewahrheiten, aber einfach noch mehr Unmut unter der Bevölkerung, ja, das könnte, ja, es könnte sein, aber ich muss tatsächlich sagen, ich hab's auch nur einmal gesehen und musste immer wieder zurückspulen und, aber mir kam's jetzt nicht so wirklich fingiert vor. Also zumindest nicht im Hinblick auf Diana, die, die, äh, wirkt, äh, erst eben vielleicht angepisst, weil es, es ist ja so, also diese Frau bestellt ja Bier und, äh, Ulf macht dann so eine Bemerkung über die Suppe von wegen, ja, äh, ihr, 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 ihr solltet's lieber lassen, was zu essen, ne, von wegen die Suppe schmeckt scheiße, worauf dann Diana auch wirklich so im Hintergrund wirklich richtig angepisst reagiert. Also, also erst ist sie ungläubig gegenüber den Ausführungen dieser Dame, äh, die wir jetzt einfach ersatzhalve wirklich mal Sylvie nennen und dann aber wirklich schockiert, weil sie meint, dass Aemond ja immer so auf nett, äh, getan hätte. Hm. Und man darf nicht vergessen, die hat ja auch im Roten Bergfried gedient, die kennt die Gesellschaft dort oben, ne, die, die ist ja, die ist ja nicht immer ein Teil von, äh, ganz unten gewesen. Die ist ja, die ist ja deklassiert worden, sozusagen, ne. Ja, ja. Und, äh, ich, ich, ich fand's auch wirklich, also da sitzen ja auch welche im Umkreis und, äh, diese Dame wird dann ja auch immer lauter und zieht auch immer mehr Aufmerksamkeit auf sich und da schauen dann irgendwann halt auch so Gäste rüber, halt wie in so einem Restaurant und denen läuft dann wirklich schon so, ja, das, das Wasser im Munde zusammen, als sie hören, was es da so alles im Bergfried gibt, ne. Also Fleischpasteten, Honigkuchen, ganze Gelage zu Ehren von Aemond, ne, äh, und Feste und Ulf, äh, kann dann auch nicht so wirklich dagegenhalten, weil er meint dann, ja, komm, also ihr, ihr, ihr erzählt doch jetzt hier Quatsch. Ja, also hier, Viserys hat ja, hat ja, äh, Festmale und Weine genossen, aber das hat er nie getan, also, wenn es dem Volk, also dem Gemeinvolk irgendwie schlecht ging, ne, dann, dann, dann war der nicht so dekadent, wie, äh, wie jetzt anscheinend die Obrigkeit dort. Und Sylvie weist dann darauf hin, ja, bedeutet doch nichts mehr, Viserys ist tot und dann die wahre Erbin, der wahren Erbin wird hier der Thron verwehrt und dann, äh, sagt die raus, ja, es bringt ja alles nix und geht dann weg, also das wirkt wirklich fast wie so eine Szene, fand ich. Das, also ich, ich hab den Eindruck, dass da Mysaria ihre Finger im Spiel hat an der Stelle. Ja, Mysaria, ich hab Melisandre gesagt. Mysar, ja, ja, natürlich, das ist ja das, was sie, was sie ja auch schon, ich denk auch, dass es einer ihrer, also einer ihrer, äh, kleinen Vögelchen war, die da halt ihre, ihre Sämchen verteilen oder einer ihrer Bienen oder whatever, aber, äh, das ist, ja, dass das natürlich geplant ist und dass man da sagt, okay, pass auf, äh, du erzählst jetzt gewisse Sachen und es wird ja später auch noch mal, noch mal aufgegriffen in einer auch relativ kurzen, nee, nee, es ist länger, dann geht's erst richtig, richtig los, Entschuldigung, ich war zu weit vorne. Nee, aber das, also für mich, für mich kam hier das zum Tragen, was Mysaria in der letzten Folge zu Rhaenyra gesagt hat, wer unzufrieden ist, lebt von Gerüchten und, äh, da fühlte ich mich auch so richtig so an, ja, auch so die aktuelle Zeit erinnert tatsächlich oder auch so ein bisschen die, die, die Corona-Zeit vor ein paar Jahren, ne, aber, äh, wir springen dann eben, äh, in das Setting, wo sehr wahrscheinlich die Einflüsse dazu herkommen, nämlich nach, äh, Dragonstone, wo, äh, Rhaenyra, ähm, relativ energisch durch die Gänge eilt und dann wahrscheinlich auch echt noch so ein bisschen frustriert ist von der Nummer mit Ser Stefan, aber sie hat jemanden an ihrem Rockzipfel hängen, den wir erst so undeutlich aus dem Off reden hören, also da merken, das ist halt so aus ihrer Perspektive, die hört nicht so wirklich zu, was der sagt, und wer ist es, äh, dieser ältere Lord Bartimos, äh, der hier energisch auf sie einredet. Aber halt auch wieder in, in einem Ton, wo ich mir denke, sag mal, also irgendwann, langt's doch mal. Ja. Ja. Und da, genau als ich das gedacht hab, und er weiterhin sie belehrend, also nicht mal berät, sondern einfach belehrend belehrt, dreht sie sich um und haut ihm eine. Ja. Und zwar vor allen Leuten. Die klebt ihm eine. Also das sehen auch andere Bedienstete, die da irgendwie auf den Korridoren sind und, äh, äh, die tauschen dann auch mit Bartimos so die Blicke und, äh, sie rauscht dann ab mit den Worten, ja, äh, eigentlich bin ich selber schuld, dass ihr es verlernt habt, mich zu fürchten, ne? Zu fürchten, und das fand ich, ah, hat's mich selbst, wo ich gedacht hab, Gott sei Dank, hast du endlich mal gesagt, hey, langsam reicht's jetzt, ihr Idioten, ja? Ja, aber auch, auch dieses, dieses Weglaufen, wo sie dann, wo sie dann geht und dann halt auch sagt, ja, ich bin selbst irgendwie selbst dran schuld, ich hab mich die ganze Zeit so, ja, angreifbar gemacht, verwundbar gemacht, keiner hatte wirklich Respekt oder halt auch, ja, in dem Fall halt Furcht vor mir und, dass sie sich jetzt halt irgendwie, ja, so behaupten muss, aber das hat mir auch, hat mir auch wieder richtig, richtig gut gefallen, einfach auch der Blick, äh, des Lords, der war, der war, der war mega, der, hä? Naja, der war völlig, völlig out of the blue irgendwie. Der war wirklich absolut überrumpelt und, ja, vor allem, er schlägt ja etwas gar nicht mal so, so Schlechtes vor, ähm, weil, äh, er weist nämlich darauf hin, dass der Verlust von Sir Stefan, der ist bedauerlich, aber es war ja auch irgendwie, abzusehen, ne, also er hatte ja schon davor, man muss ja sagen, der ist ja eigentlich ein kluger Kopf, der Typ, und er verweist dann, äh, darauf, dass es ja, äh, vielleicht ganz klug gewesen wäre, dass ein anderer Lord nach Rooksrest hätte ziehen können, äh, der zwar eine kleinere Armee gehabt hätte, aber das wäre eben kein Drache gewesen, den sie verloren hätten und dadurch hätten sie dann vielleicht auch da auf dem Festland eine Möglichkeit gehabt, ne, also, da merkt man auch, also nicht nur, nicht nur der Frust über den Rat ist es und nicht nur den über Sir Stefan, sondern auch immer noch die Schuldgefühle, äh, irgendwie auch nicht ganz unschuldig zu sein am Verlust von Reynus und Malus natürlich auch, ne, bei Rhaenyra. Ja, natürlich, das hat sie natürlich auch absolut tief getroffen, das, das, das ist klar. Nur, ja, es ist halt, ja gut, ich meine, Reynus ist, sie hätte davonfliegen können, aber sie hat sich halt nochmal umgedreht, ja, klar trifft sie, ja, sie trifft schon, nein, sie trifft eigentlich, ach Gott, ihr die Schuld zuzuweisen und zu sagen, du bist jetzt diejenige, na. Außerdem hat sich Reynus freiwillig gemeldet, ne? Eben. Die wollte kämpfen. Und da sie sich schuldig fühlt, kann ich verstehen. Ja, das auf jeden Fall. Ne, ich find's halt, ich find's halt gut, dass sie jetzt endlich mal sagt, so, jetzt reicht's. ja, sicher. Ich schnauze jetzt echt voll. Ich fand, ich, ich fand diese Geste, die, die kann wir, also da hab ich wirklich überhaupt nicht mit gerechnet. Ne, klar. Und wahrscheinlich hat der ja auch so ein bisschen stellvertretend Prügel auch einstecken müssen für Serbroom, ne? Mhm. Ähm, weil die waren, die beiden waren ja wirklich so, die am, am ehesten noch irgendwie Contra gegeben haben, ne? Wir bleiben aber tatsächlich bei Rhaenyra, also das war ja nur eine ganz kurze Szene, äh, die sich einmal mehr in diese Bibliothek begibt, die ich so großartig finde. Das ist, ich, ich muss, hab ich, hab ich eigentlich schon mal gesagt, wie sehr ich die Sets von Dragonstone liebe? Bestimmt, aber, ja, ne, muss ich dir absolut recht geben. Das sieht, das sieht so gut gemacht aus, so stimmig. Du denkst, du hast auch wirklich so manchmal, wenn, wenn du dir das anguckst, hast du auch so diesen, denkst du diesen, diesen Papyrusgeruch in der Nase, wenn man halt früher halt mal in die Bibliothek gegangen ist oder so, halt so diese, diese älteren Sachen und rumgeguckt. Ich mein, das ist halt mit den ganzen Papyrusrollen und Büchern und mit den Kerzen, das sieht halt einfach auch dementsprechend super inszeniert aus und, ja, das, das, toll. kann ich schon so nicht sagen. Meker. Es ist halt wie Corlys Halle der Neuen, so ein Ort, wo du halt das Gefühl hast, wenn du da so durchstreifst, also die, die Sachen, die du da halt siehst, die erzählen halt irgendwie schon für sich eigene Geschichten. Das wirkt, das wirkt halt, also wirklich, du würdest keinen Moment überdenken, dass das irgendwie ein Set ist oder so. Nee. Es ist so, es, es sieht so wertig aus, aber, äh, hier geht ja was anderes ab, denn Rhaenyra blättert nicht in irgendwelchen Büchern, wie sie es vorher gemacht hat, äh, und, und träumt irgendwie davon, Visenya zu sein, sondern sie schnappt sich ein Schwert und fängt an, damit Bewegungen auszuführen, was aber so ein bisschen, also jetzt nicht unbeholfen wirkt, aber man merkt schon, die muss erst mal so klarkommen mit dem Gewicht von diesem Schwert, beziehungsweise hat, glaube ich, unterschätzt, was das mit sich bringt, so, ne, damit zu handieren. Ja, ich denke einfach, du siehst, oder damit wird einfach klar, dass, dass sie nicht mit dem Schwert erzogen worden ist, was sie sich ja auch teilweise gewünscht hätte, um einfach mit der Situation jetzt besser klar zu kommen, aber, ja, es wurde ihr halt klar verwehrt, jetzt muss sie sich einfach selbst behaupten und vielleicht auch selbst ein paar Sachen beibringen. Also, ich fand, sie hat es, ja, du siehst schon, ne, das Gewicht ist, ist so das Problem und sie kennt so ein paar Abläufe, aber dadurch, dass sie halt ja nie trainiert hat. Aber sie ist, sie ist ja eigentlich eine Kämpferin und, äh, dann kommt, äh, auch Mysaria zu ihr, äh, äh, spricht sie dann direkt darauf an, ja, hiermit, ja, äh, egal, was, was ihr jetzt denkt, äh, euer Gnaden, aber das, das Risiko mit Zerstephon war es wert und der wollte es ja auch. Also, das fand ich schon bemerkenswert. Und Mysaria, die hat schon wirklich Einfühlungsvermögen bei Rhaenyra, die weiß sofort, wie ihr zumute ist und was sie gerade beschäftigt. Und welch, auch, auch welche Knöpfe, was man da so ein bisschen, ne, drücken kann. Ja, ja, natürlich. Und, ähm, ich hatte ja schon die ganze Zeit auch bei der Folge überlegt, wann sie sie jetzt endlich mal wirklich in den Rat beruft und offiziell zur Meisterin der Flüsterer ernennt. Aber das ist eigentlich schon längst passiert, beziehungsweise es ist nie so offiziell, auch in der Vorlage. Mhm. Die ist praktisch so ein bisschen ihre, also, es hat ja teilweise fast schon so was, was von der Therapeutin oder so. Und, äh, es ist eben so, wie wir es gerade sagten, also Rhaenyra fühlt sich schuldig für die ganzen Toten und meint dann ja, eigentlich war es ja doch eben wie naiv, dass ein Drache einen, äh, Darklyn akzeptieren würde, ne? Weil sie hatte ja mit, mit, äh, Jace hatte sie ja auch gemeint, ja, also Drachen akzeptieren ja nur Drachenlords, ne? Also wirklich welche, die, die vom Blut des Drachen und Valyrisch sind. Aber Jace hatte das dann ja auch aufgebrochen damit, ja komm, das hast du jetzt doch aus irgendwelchen Valyrischen Geschichtsbüchern. Und das ist doch letzten Endes nur Propaganda, die, die halt, äh, sagen sollen, oh ja, nur die Targaryen sind fähig, äh, Drachen für sich in Anspruch zu nehmen und zu reiten. Weil, man darf nicht vergessen, die Drachen sind ja das, was die Targaryen, äh, von allen anderen abhebt. Ohne die Drachen, das wurde ja schon in der ersten Staffel von Rhaenyra auch gesagt, als Kind, oder als, als Jugendliche, ähm, ohne die Drachen sind die Targaryen wie alle anderen. Richtig, Was ich da nicht so ganz, also nicht ganz verstanden habe, aber wo ich gedacht habe, naja, also, äh, die, die Bastarde, das ist ja auch kein reines Blut. Ja, also diese, diese, diese Dragon Seeds, dachte ich mir, ja, das ist ja auch kein reines, also, jetzt, um mal ein bisschen, Entschuldigung, vielleicht etwas zu weit wieder nach vorne zu brechen. Aber das, wo ich gedacht habe, okay, hm, also, klar, ich hätte Sir Stefan tatsächlich gewünscht, mhm, aber ich habe meine Genugtuung tatsächlich auch bekommen. Naja, später, ne, genau, ja, naja, aber, aber, aber wie gesagt, also, ich finde es halt auch toll, dass sie diese, diese Recherchen betreibt und sich da eingräbt und sich da einfach mehr informiert und beliest sozusagen. Ja. Das finde ich auch immer, wo ich denke, guck mal da, ja, clever Mäuschen. Rhenira ist auch fest davon überzeugt, dass nach diesem Debakel mit, äh, 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 sich so schnell keiner mehr finden lässt, der das versuchen will. Ne? Und was mir in der Szene auffiel, ähm, hinter der Wand von der Bibliothek hört man die ganze Zeit Geräusche. Also, man, man kann sich denken, dass wahrscheinlich nicht weiter hinter diese Drachenhöhle ist und da hab ich, da hab ich erst so überlegt, ist das jetzt, äh, hier Sehrauch, der, der eventuell wieder zurückgekehrt ist, oder aber ist es, was ich, äh, wahrscheinlicher finde, auch, äh, in Hinblick auf die Szene mit Daemon und Caraxes vorhin, ist das Rhaenyras Drache Syrax, der ihre Unruhe und, und ihren Zorn spürt, wahrscheinlich auch. Weil man darf nicht vergessen, die haben eine wirklich sehr tiefe Verbindung zu ihren Drachen. Ja, aber wirklich wütend ist sie ja eigentlich nicht. Ne, frustriert. Frustriert, ja. Ne, ja, aber, aber der Drache spürt das eventuell, ihre, ihre Unruhe, ne? Ja, kann sein. Ich hab das eher so wieder, ja, so einfach als, die Drachen sind halt auch noch da, Geräusch interpretiert. Und jetzt nicht als, ich, ich hatte wirklich erst gedacht, dass, äh, Seerauf vielleicht schon wieder zurück ist, aber das wird ja einen Hinblick auf später keinen Sinn machen. Mhm. Rhaenyra meint jedenfalls, dass sie noch, noch weiter suchen wird und das ja, äh, also so, so falsch war's ja gar nicht. Die Darklins hätten ja den größten Anspruch irgendwo noch gehabt, ne? Die, die waren ja zumindest noch irgendwie im Blute verbunden mit den Targaryen. Also da, da merkst du halt, die hat wirklich diese Propaganda geschluckt, äh, oder, oder will es nicht so wirklich wahrhaben, dass theoretisch eigentlich jeder, da mit dem richtigen, mit der richtigen Herangehensweise, einen Drachen fliegen kann. Und das wäre, das wäre halt wirklich fatal, weil, wie gesagt, dadurch würde auch dann, also überleg mal, wenn das zu sehr publik wird, dann würde das auch irgendwann ihr ganzes, ihren ganzen Tonanspruch in Frage stellen, weil sich dann ja eben so die Frage stellen könnte, ja, warum sind die Targaryen jetzt eigentlich unsere Könige, ne? Ja, weil ich kann auch einen Drachen haben, wenn ich Glück hab. In der Pfalz, äh, kreisen sie, äh, vielleicht ist da immer Seerauch gesichtet worden, ne? Über unserem Haus, immer. Auf jeden Fall. Müsaria wechselt dann aber das Thema und, äh, hat dann zumindest mal sowas wie gute Neuigkeiten für sie, nämlich, äh, dass, ja, ihr Einfluss auf das gemeine Volk so langsam Früchte trägt. Ja, eben, also das, das Essen wird knapp, wissen wir ja schon, die fühlen sich zu, äh, zusehends im Stich gelassen von der Krone und sie brauchen vor allem einen Schuldigen, einen Sündenbock quasi, ne? Hm, dem sie das in die Schuhe schieben können. Klar, weil irgendjemand ist schuld. Ja, aber Rhaenyra steht dann doch nicht so wirklich oder, oder ist, ist dann immer noch so am Zweifeln von wegen, ja, wird das, wird das jetzt genügen? Also, die werden ja wohl kaum versuchen, Aemon zu stürzen und er wird wahrscheinlich auch versuchen, dieses Feuer, was sie dort jetzt anfachen wollen. Also, Myssaria sagt dann ja von wegen, wir, wir haben es vorbereitet und jetzt fachen wir das Feuer an. Aemon wird das doch bestimmt, äh, äh, im Keim ersticken wollen. Ja, aber je mehr er versucht, desto größer wird der Widerstand werden und er kann ja letzten Endes auch nicht mit Varga seine eigene Stadt zerstören, ne? Ne, und das ist ja auch das. Also, Aemon ist ja jetzt auch nicht gerade der, der diplomatischste und mitfühlendste Charakter. Mhm. Wie will er denn das ersticken? Außer, vielleicht mit, also, vielleicht mit, also nicht vielleicht, sondern mit Gewalt. Ja. Und das peitscht es ja noch weiter hoch. Mhm. Also, dieser, dieser Schachzug ist schon, ist schon sehr, 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 sehr gut gewählt. Ja, das sind halt wirklich so richtige Zersetzungsmethoden, ne? Also, also, damit will sie ja eigentlich sogar auf was Ähnliches raus, wie die Gegenseite mit diesem Mehrfrontenkrieg. Nur, dass Aemon dann jetzt auch noch das Problem hat, Krieg zu führen, während vor seiner eigenen Haustür, äh, die, äh, Mäuse so langsam auf den Tisch tanzen. Und, äh, was sie hier dann ausführen wollen, kriegen wir noch nicht zu sehen. Ich muss auch sagen, ich, ich hatte da echt nie, also, ich, ich dachte mir so, ja klar, ihr werdet da jetzt irgendwie wahrscheinlich einen Aufstand irgendwie anstoßen, aber was, oder die Art und Weise, wie sie das machen würden, das war für mich wirklich nicht absehbar, weil das auch, äh, wirklich in der Vorlage so gar nicht vorhanden ist. Also, was dann später hinauskommt, hat mich auch wirklich überrascht, aber ich fand diesen, nachdem sie sich so drüber unterhalten haben und, äh, wir dann einen Gegenschnitt kriegen und dann auch wieder in King's Landing sind und einfach mal sehen, wie ein Karren voller Schafe vorbeigefahren wird, eine kleine Schafsherde und dann, äh, gesagt wird, ja, also Drachen müssen ja auch essen und die Bevölkerung halt wirklich, also, da dachte ich mir auch, wie kann man so blöd sein, dann, das hätte ich, die hätte ich doch heimlich irgendwie reingeschafft. Ja, nachts oder so, ne? Ja. Aber doch nicht am helllichsten Tag. Ja, das ist. Durch die ganze Bevölkerung, die da wirklich starb und denkt, oh, Gottes Willen, gib mir nur eins, ich esse es roh. Ja. Und dann, ja, ist halt für die Drachen, ne? Und der Rest für uns. Und das, und das ist halt das, was du vorhin angesprochen hast, ist so diese Kontraste wirklich in einem Bild, weil, äh, wir, wir sehen hier halt Kings Landing auf dem Markt und ein Fleischer, der dann zu seinen Kunden sagt, ja, ich hab nix mehr und bei dem in der Schlange steht dann aber, die Frau von Hugh, die dann meint, ja, ich hab jetzt hier den ganzen Tag gewartet und das könnt ihr doch nicht machen und ich, ich, ich nehme auch alles, ich nehme auch Abfälle und dann im Hintergrund fährt dieses Fuhrwerk durch, flankiert von Soldaten wirklich mit einer kleinen Schafsherde hinten drauf. Und, äh, das sieht dann auch nicht nur, äh, Hues Frau, sondern auch Ulf, äh, der dort auf der Straße steht und dann irgendwie ausruft, ja, für, also für Drachen sind Schafe da, aber für uns nicht, ne? Hm. Und, äh, das schürt dann da wirklich schon, also da entsteht schon ein leichter Tumult, wo die Stadtwache dann, äh, ja, schon so ein bisschen Verordnung sorgen muss, ne? Ja, klar, also ich mein, deswegen, also wirklich, das ist so blöd getimt. Ja. Das hätten sie clever anders da machen müssen, aber natürlich ist das, die Saat sprießt, also der Samen sprießt weiter, ja? Ja. Aber das heißt, er sprießt weiter, sie brauchen ja gar nichts mehr eigentlich im Grunde genommen nicht mehr zu machen, weil das reicht. Mhm. Das wird dann durch Mundpropaganda durch ganz Kings Landing getragen. Ja. Und die Leute sagen, ey, sag mal, ey, das kann ja jetzt sein. Ja, definitiv. Und, ja, dann hast du halt wirklich, äh, wie soll man sagen, die Scheiße auf der eigenen Veranda liegen. Und, äh, das ist bitter. Ja, ich mein, da brodelt ja schon, äh, länger was, ne? Also, äh, in, in Folge 5 ist ja schon hier, also, wo die da die Tore schließen und die da einpferchen, ne? Das ist ja. Ja, ja. Äh, ja. Da hat man, da hat man gemerkt, da braut sich was zusammen. Und das spüren auch natürlich andere. Und vor allem Lord Laris, äh, den wir erst hier im Voice-Over hören und der dann, äh, in, äh, in einer Sitzung des kleinen Rates darauf hinweist, ja, also, so langsam, äh, wird das gemeine Volk ungehaltener. Äh, also, er berichtet, dass Aemond natürlich und im Rad sitzen aber nur Laris und Ironlet. Also, hier, die, hier der Meister des Rechts, ich weiß, äh, Ser, äh, Wild heißt der, glaub ich, eben oder so was. Und die Szene fand ich auch wieder großartig inszeniert, weil die beginnt mit einer Großaufnahme von Aemons Hand, der mit dieser Ratskugel in der Luft spielt. Also, eigentlich so ähnlich wie Aegon, trotzdem so ne, so ne, schon ne andere Dynamik drin auf jeden Fall, ein anderes Selbstbewusstsein, aber letzten Endes ne ähnliche Geste wie sein Bruder, ne? Ja, das ist halt so dieser, dieser Moment auch, wo er denkt, ja, komm, babbel du nur, das interessiert mich sowieso nicht wirklich. Ja, komplett ungerührt. Genau. Komplett ungerührt, wirklich so. Von wegen so, aha, das Volk wird unruhig, aha, und weiter. Genau, das ist eigentlich vollkommen, egal. Ja, das ist auch, also auch wie, wie ja so diese Kugel, das ist es zu weit hergeholt, dass ich da im Moment an der große Diktator denken musste, wo Charlie Chaplin diese, die Welt, ne? Mit der, mit der Weltkugel spielt. Boah. So eine Szene würde ich mit Aemons gerne sehen. So zwischendrin ist es eher so, auch wie er, er ist ja eh, er ist so spielerisch, ist er ja schon begabt, ne? Vorher die Münze, die er so im Top Gun-Style dann auch hat, über die Finger kleidern lassen. Ja, die ist jetzt. Die ist jetzt der Kugelgewischen und das, ja, zeigt halt wirklich einfach so dieses, genau, ich mach eh, was ich will und du kannst einfach mal babbeln. Und es zeigt auch so ein bisschen, also mit der Münze, das hat ja so wirklich so seine, dass es, dass es halt in ihm arbeitet und dass er eigentlich nur seinen Onkel killen will endlich, ne? Und, äh, ja. das überträgt sich jetzt auch auf die Kugel, aber die Kugel ist auch so ein, also, also wirklich, es ist ja das Machtsymbol schlechthin in diesem Rat. Er nimmt es nicht so wirklich für voll, was Laris hier sagt, weil, äh, es sind nicht genug Nahrungsmittel in der Stadt und, äh, noch schlimmer ist und da, äh, kommt wieder das zum Tragen, äh, was wir schon, glaube ich, in der zweiten Folge gemeint hatten, es gab ja auch sowas wie das Äquivalent zu Hamsterkäufen, ne? Also, die, die halbwegs vermögend sind, die haben im Überfluss eingekauft und, ja, dadurch ist das, äh, Gleichgewicht halt völlig, völlig dahin. Das stimmt und, äh, ja, bis, es dauerte halt noch nicht lang, bis sie sich dann auch gegenseitig mal an die Gurgel gehen, also zumindest das gemeine Volk. Mhm. Das hatten wir ja auch, glaube ich, schon in der, ich glaube auch schon in der fünften, wo sich die Nachbarn angefangen haben zu beklauen. Ja, also da, genau, da heißt es, die, die fangen an sich zu bestehlen. Einfach, ja. ja, einfach, ja klar, weil du, du musst ja gucken, dass die irgendwie, dass die irgendwie was zu essen hast, ne? Ja. Wenn du ja noch ein krankes Kind hast und alles drum und dran, klar, richtet sich, wird erstmal geguckt, dass man untereinander irgendwie, mhm, sich bestiehlt und sonst irgendwas, bis sich dann irgendwann der Frust so häuft, dass man vielleicht dann doch an die höhere Instanz sich wendet, mit Fackeln und Mistgabel. Also, Aiment ist sich ja durchaus bewusst, wo das natürlich dran liegt, ne? Und, ja, natürlich, uns geht ja allen die Blockade, auf den Sack und ich hab ja Tyler Lannister befohlen, sie, sie endgültig zu brechen, ne? Also, er hat das ja in die Wege geleitet mit der Triarchie, ne? So ist es ja nicht. Aber das sagt er auch nicht so richtig zu Laris. Der, äh, das muss man sagen, Laris ist hier wirklich das Gegenstück zu Mysaria, weil der ahnt halt, was hier passieren wird. Die Menschen hungern, die Unzufriedenheit wächst und das ist ein toller Satz, der sagt, die Feinde im Innern sind perfider und schwerer zu bekämpfen. Und Aemond meint dann aber, ja, also, bin ich doch nicht. Rhaenyra blockiert hier die Gurgel und deswegen müssen alle hungern, also, das ist doch nicht meine Schuld. Und Laris empfiehlt ihm dann aber, ja, ihr solltet euch jetzt doch hier mal als, äh, Herrscher, solltet ihr euch jetzt hier mal doch etwas fürsorglicher gegen, gegenüber dem Gemeinvolk oder zumindest das irgendwie heucheln und legt dann auch so nah, ja, also, die Herrschaft ist ja eine Bürde und ihr müsst die ja nicht allein tragen und ihr solltet so langsam eine neue Hand ernennen und da merkt man auch so, der setzt so die Nadelstiche, befördert mich doch jetzt endlich mal, ne? Aber er macht es so subtil. Ähnlich wie bei Aegon, ne? Ja, ich hab eigentlich nur drauf gewartet, aber auch hier ist es dann, fand ich so, wie die Reaktion von, von Aemond ist, dem machst du halt in dem Fall tatsächlich kein X für ein U vor und der weiß, was er will. Der ist regelrecht schon belustigt. Genau, ja. Und so abschätzig. Dass er nicht auf ihn zeigt und auslacht, ist alles, ja. Ja, ja, der, 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 der weiß nämlich ganz genau, worauf der hinaus will und wir haben ja schon gemerkt, er kann Lord Laris nicht so wirklich leiden. Mhm. Und sagt das dann auch von wegen, ja, wie, für, für wie blöd haltet ihr mich eigentlich? Ich kann keine Schleimer und Stiefel lecker leiden. Und dann kommt wirklich mit das Beste in der Szene. Er sagt nämlich, ja, ich gebe euch Verantwortung. Und Laris ist dann so, tut so halb überrascht, weil er denkt, von wegen, er hat, er hat die Nuss jetzt doch geknackt, aber nein, Laris soll jetzt letzten Endes nur den Boten spielen, um Otto Hightower wieder in die Stadt zu holen, damit Eamon ihn wieder als Hand einsetzen kann. Mega. Das war super. Also, noch, noch mehr diskreditieren, diskriminieren kann man denn gar nicht. Nee. Du siehst wirklich so, wie er sich so am Anfang, sagen, oh ja, ich bin jetzt, oh ja, oh ja, oh ja, oh ja, komm, sag, sag, sag. Und als er dann raushaut. Ja. Und du siehst halt auch dieses, dieses leichte Grinsen bei Eamon drin. Ja. Das ist halt Wahnsinn. Und das ist halt auch was, wo ich, und, 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 ich mag, ich mag wirklich, ich mag, Laris mag ich überhaupt nicht. Er gibt, er ist so ein schmieriger, ekliger Typ. Aber in dem Moment wirklich auch wie ihm sein Gesicht in, er versucht es zwar zu verstecken, aber sie fällt, dem fällt wirklich komplett die Maske runter und denkt sich, ach du Scheiße. Ich musste da ein bisschen denken an Peter Baelish, der irgendwie in der siebten, also kurz vor seinem Tod in der siebten Staffel da am Ende, wähnt der ja auch erst so von wegen die weitere Sprosse auf der Karriereleiter und dann richtet sich seine eigene Intrige gegen ihn selbst, ne? Ja. Äh, das, ich, ich hab hier, ich hab hier sogar ein Lachsmiley in meinen Notizen stehen. Das war herrlich, wirklich. Also, Eamon ist zwar ein grausames Arschloch oder, oder nicht ein grausames Arschloch, ein ignoranter Herrscher, aber ich fand das, ich fand das so geil. Und, äh, es geht dann auch noch weiter, weil wir kriegen nämlich noch, äh, etwas, was so ein bisschen eine Überleitung ist zur nächsten Szene, die ich auch sehr gut fand. Äh, nämlich, äh, Meester Orwell kommt rein, also der, der Großmeester, und verkündet, also ist, ist, ist ganz freudig, dass Aegon aufgewacht ist und jetzt auch mal irgendwie wache Momente hat, in denen er sogar mal kurz spricht. Und das Schönste daran ist, ja, er ist wohl über den Berg, ne? Weil Meester Orwell wirkte ja zuletzt doch ein bisschen verzweifelt, weil er ja sagte wirklich, er hat sein ganzes Können in die Waagschale gelegt und war sich dann eher so unsicher, ob da überhaupt noch was zu holen ist. Aber, äh, jetzt ist er erleichtert und Eamon kommentiert das dann so auch lakonisch mit, ach ja, Gott, welch frohe Kunde. Ähm. Und, äh, dann, dann, äh, kommen wir direkt zur nächsten Szene, die ja daran anschließt, wo wir, das fand ich wirklich merkwürdig und da siehst du auch wieder den etwas anderen Blick dieses Regisseurs, äh, als Teilzeit-Kameramann immer noch. Wir kriegen, ich weiß nicht, was war das? War das eine Nahaufnahme von Aegons Achselhöhle oder sowas? Ich dachte eher, das war irgendwas so, äh, Rippen, Rippen, als sie, ah, dieser, die ziehen ihm, glaub ich, irgendwie an den Rippen noch mal ein bisschen Fleisch raus oder, oder ein Verband. Ja, oder, nee, die, die, diese Wickel, ne, die sie da irgendwie drum gemacht haben, die, die werden rausgezogen und gewechselt. Ja. Die hatte man ja schon, glaub ich, in der vorherjährigen Folge gesehen, aber das war eine, das war eine ganz komische Kameraeinstellung. Ich hätte jetzt eher, ich hätte jetzt eher gedacht Rippen, weil, weil man sieht ja dann auch die Atembewegung, das ist schon eklig. Es ist auf jeden Fall eine ganz kuriose Kameraeinstellung, muss ich sagen. Also die, die fand ich etwas seltsam. Jedenfalls sehen wir dort Aegon und, ja, der ist zumindest bei Bewusstsein, ne, also der stöhnt und zittert so ein bisschen rum und er bekommt dann auch direkt Besuch von seinem heißgeliebten Bruderherz, der reinkommt, alle Maester wegschickt und, ja, als Aegon dann mit bandagiertem Kopf so leicht seine Augen öffnet, also ein Auge ist auch irgendwie zu, glaub ich, ne? Wir sehen dann auch so, also das wurde ja in der ersten, in der fünften Folge eher nur so ein bisschen angedeutet, wir sehen jetzt wirklich und das habe ich auch im Making-of mitbekommen, wo das gezeigt wurde, also hatte ich jetzt gehört, Tom Glyn Karni war fünf bis sechs Stunden in der Maske für diese Szene. Er ist auf einer Seite wirklich sehr stark verbrannt, auf der anderen hat er noch so, also auf der rechten Seite hat er noch so etwas Haare. Die Idee dahinter ist, wo sogar, dass das genau der Zustand ist von Viserys aus der ersten Staffel nur eben gespiegelt von der Gesichtshälfte her. Hm, okay. Fand ich, fand ich sehr, sehr cool. Also ist auch wirklich, also Props an, an dieses Make-up, das ist wirklich schon, ich hatte, ich hatte so harte Vibes von Anakin Skywalker einfach am Ende von Star Wars Episode 3. Ey, das sieht schon wieder top aus, das stimmt. Und Aegon ist zwar nicht so wirklich bei Bewusstsein, sieht aber seinen Bruder, der an sein Bett kommt und weicht direkt so den Blick aus, ne? Und Aemond ist aber, wie man ihn eben kennt, unglaublich feinfühlsam und zaghaft und stellt ihm direkt auf den Kopf zu die Frage, ja, woran erinnerst du dich denn eigentlich? Naja, klar, man hat natürlich auch vielleicht jetzt kein schlechtes Gewissen, aber es könnte sowas ans Licht kommen, was das Ganze, vielleicht sein, sein Erscheinungsbild noch ein bisschen mehr in den Dreck zieht, der dann tatsächlich auch Schiss hat, um zu sagen, ja, wenn der König jetzt sagt, pass mal auf, du wolltest mich auch loswerden. Und zwar mehrfach. Ja. Zweimal sogar. Zweimal sogar, ja. Und es ist ja auch wirklich so, er drückt ja auch so ein bisschen auch auf seinen Brustkorb und er hat ja noch, er hat ja noch den Becher in der Hand, wo das Schmerzmittel drin ist. Die, die, die Kugel, die Kugel. Die Kugel? Eamon, Eamon hat die, ja, Eamon hat die Kugel in der Hand, die Ratskugel. Eamon drückt seinem Bruder die Kugel in die Hand. Stimmt, stimmt. Und mit seiner Hand dann wiederum beides auf die verwundete Brust seines Bruders. Und das ist wirklich richtig perfide an der Stelle. Ja. Ja, gut, da zeigt er ihm halt nochmal, ne, wer der Stärkere ist. Ja. Ich hab jetzt das Sagen, lehn dich zurück, entspann dich, äh, werde fit. Ja, das sagt er nicht. Nein, nein, nein. Nee, entspann dich sagt er nicht, weil letzten Endes wirft er ihm vor, weil, Egon sagt ja wirklich mehrere Male, er weiß, er weiß gar nichts mehr, ne. Und es ist, es ist die Frage, redet er sich das ein oder ist er wirklich komplett Mischhugger? Ich glaub, so eine Mischung vielleicht, oder? Ja, ich glaub's auch. Ich glaub auch, wahrscheinlich kommt es erst mal später, wenn er eher mal bei klarem Verstand ist und sich nicht dauernd irgendwelche Mohnweine rein, äh, Mohntränke reinzieht, wobei bei den Verbrennungen und den schweren Verletzungen würde das, dürfte das etwas dauern, aber ich, ja, es könnte vielleicht auch eine Art Selbstschutz sein, weil er vielleicht gerafft hat, ey, wenn ich jetzt sag, ich weiß, was du getan hast, der ist ja komplett hilflos, da geht ja gar nichts. Aber Aemond, äh, stößt ihn ja noch mit der Nase darauf, ja von wegen, ja, du hast Males herausgefordert und das war einfach scheiße dumm von dir und dann, äh, äh, nähert er sich ihm auch so, beugt sich so über ihn und küsst ihn auf die Stirn, aber drückt ihm dann so richtig dabei diese Kugel auf die Brust, boah, war das perfide, ey. wirklich, also auch halt, halt dieses Bild, also ich, ich hab's auch so interpretiert, weil diese Ratskugel steht ja letzten Endes auch für die, für die Verantwortung im Rat und diese, diese ganzen Sachen, die, äh, die, die, die man jetzt Aemond vorwirft, die reißt er praktisch so an seinen Bruder ran von wegen, ach ja, ich bin ja nur dein Stellvertreter, du bist ja jetzt wieder wach, ja, hier übernimm du mal die Verantwortung dafür so ein bisschen eigentlich, ne? Ich hab's eher so verstanden wie, du Lappen, ich hab jetzt die Power, die Macht über Grayskull, ja, aber so von wegen, ähm, ich, 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 schick, schick dir jetzt die Verantwortung zu, ne, das, das, das Gefühl hab ich nicht, sondern ich hatte eher so das, ja, wie gesagt, so, ich bin jetzt am Zug, äh, ich bin sowieso 5000 Mal besser und geiler als du, ja, und, äh, ich mach das, ja, ich richte das, du, ähm, bist erst mal raus. Also so hab ich's verstanden. Ich hab's halt, äh, insofern dann halt auch so interpretiert, weil Aegon, äh, also am Schluss der Szene findet er ja die Ratskugel in seiner Hand immer noch vor. Und das, das könnte man da auch so interpretieren von wegen, äh, kriegt direkt wieder so seine Verpflichtungen aufgedrückt von, von, von Aemond. Äh, Aemond wird nämlich gestört in dem Moment, als er, äh, sich da über ihn beugt. Und Meister Orwell kommt nämlich rein und wundert sich auch, was, was der Prinzregent hier mit dem König eigentlich gerade macht. Und Aemond, äh, geht dann raus und sagt nur knapp so, ja, also mein Bruder hat ja noch eine lange Genesung vor sich, ne? Und, äh, lässt dann, lässt dann seinen Bruder eben mit der Ratskugel in der Hand, äh, zurück. Ich fand das, ich fand das eine unglaublich starke Szene, vor allem dieses Bild halt, wie der dem mit seiner eigenen Kugel wirklich so ins Fleisch drückt, ne? Aegon hat diese Kugel noch, aber, äh, um seine Hand herum ist wiederum die von Aemond und die übt eigentlich den Druck auf ihn aus, ne? Das ist, das ist so das Bild, was ich da rausgelesen habe. Wir kommen an einen völlig anderen Standort, äh, den wir aber schon mal, äh, in der fünften Folge, äh, gesehen haben, nämlich The Eyrie beziehungsweise Hohenair, wo, äh, Rainer mit, äh, Gottfried spazieren geht. Also ich denke mal, es ist Gottfried, ne? Weil das ist ja der einzige von dem schwarzhaarigen Strong-Jungs, äh, der noch am kleinsten ist, ne? Weil einer ist ja tot, also Luke ist ja tot und, äh, Jace ist ja auf Dragonstone, ne? Das kann ja nur Gottfried sein. So gut. Die geht mit ihm spazieren und, äh, im Hintergrund sehen wir Wacher so als Aufpasser, also die gehen, also das ist so ein Hügel oder sowas, ne? Ist ja eben im grünen Tal, ähm, und, äh, Rainer hält ihm dann so einen kleinen Vortrag darüber, ja, äh, hier, es ist jetzt keine Zeit, irgendwie verdrießlich zu gucken. Nicht, nicht alle von uns sind dazu berufen, große Taten zu vollbringen, sondern einige auch, äh, kleiner, auch wenn sie sich die nicht selber aussuchen und da hab ich mich auch so gefragt, die sagt das dann schon eher zu sich selbst eigentlich an der Stelle, ne? Ja, natürlich. Also sie, sie besänftigt sich praktisch, dass sie jetzt nicht in den Krieg ziehen kann und darf, sondern dass sie die Linie eigentlich retten soll, falls, falls alles schief geht. Und ja, das war's auch. Also sie ist ja auch eher so die, ah, nicht ganz Unterwürfige, aber sie lässt sich schon viel gefallen und sie ist ja auch ausgeliefert. Obwohl man muss sagen, sie gibt sich ja durchaus Mühe, also sie geht ja wirklich so mit dem Spazieren, sie versucht ja da durchaus so was Mütterliches auch zu entwickeln. Ja, 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 ja. Aber so richtig fruchten tut das noch nicht, weil ja, ich mein gut, das ist noch alles sehr frisch, weil Gottfried will eigentlich nur zu Mama. Krisch. Ich mein, der ist ja auch erst wirklich fünf oder sechs oder so, ne? Ich mein, die anderen, also hier Viserys und Aegon, der Jüngere von Rhaenyra, die sind ja noch jünger, ne? Die sehen wir ja dann im Anschluss. Aber vorher sehen wir noch was anderes, denn die gehen so einen leichten Hügel hoch und stoßen dort auf einmal auf verbrannte Knochen. Rainer ist dann natürlich dementsprechend beunruhigt und wir sehen noch mehr. Also nicht nur, dass es verbrannte Knochen sind, sondern anscheinend verbrannte Schafskadaver. Eine ziemlich große Fläche. Ja, eine sehr große Fläche, weil die Kamera summt dann raus und wir sehen, oh, das ist wirklich schon, das dürfte ein Nistplatz eines Drachen sein, höchstwahrscheinlich, ne? Also da, die Erde ist verbrannt, da liegen noch mehr tote verbrannte Schafskadaver rum und ja, hier scheint ein Drache sein Unwesen zu treiben. Fand ich, fand ich am Ende vor allem, wie das aufgelöst wird, eine richtig starke Totale. schien mir fast ein bisschen eine Reminiszenz zu sein auf Game of Thrones, wo ja irgendwie auch einmal, also wo ja Daenerys irgendwie in der fünften Staffel fortgetragen wird von Drogon und dann auch da so landet, wo er eben sein Nest hat, ne? Und wo dann auch etliche Knochen rumliegen und dann am Ende die Dothraki kommen und alles wieder von vorne losgeht für sie. Ist aber hier nur ein kurzer Moment. Hast du dir die Frage gestellt, was das jetzt hier für ein Drache sein könnte? Ja, natürlich. Ich habe noch gedacht, als sie es gezeigt haben, dachte ich noch, okay, gut, das ist ja ein Riesenvieh. Ja. Also das muss ja wirklich, weil der Feuerstrahl war, müsste ja, das ist ja wirklich ein Monster, also eine ganz, ganz große Fläche. Und dann dachte ich, okay, Moment, die haben um Drachen gebeten, aber anscheinend gibt es einen wilden, großen Drachen, der sich da im grünen Tal rumtreibt. und ja, ich hatte tatsächlich noch gedacht, bin ich mal gespannt, ob der nicht vielleicht auch für Rainer was ist. Möglicherweise, ja. Ja, ne, also ich meine, sie hat keinen Drachen und dachte ich, naja, das wäre ein angenehmer Zufall, um sie vielleicht auch ein bisschen wieder aufzupuschen, aufzumuntern. Also ich könnte mir vorstellen, dass sie hier ganz bewusst auch von der Vorlage vielleicht abweichen. Ich hatte ja einen Drachennamen Schafsdieb vorhin erwähnt, meine ich. Der würde ja zum Beispiel sehr gut dazu passen, aber da müssten sie dann auch so ein bisschen das ändern, wo der eigentlich, also der nistet eigentlich auf dem Drachenberg, aber ich meine, der wurde auch nicht erwähnt, genauso wie, es gibt noch einen wilden Drachen, auch einen wilden Drachen namens Kannibale, weil der nämlich andere frisst. Den will ich. Aber ja, den willst du sehen, ich weiß. Wir haben dann aber noch eine kurze andere Szene, wo wir dann Rainer eben sitzen sehen mit Aegon und Viserys, also den jüngsten Söhnen von Rhaenyra, da fand ich auch sehr bezeichnend, die spielen, also der eine spielt mit einem Spielzeugdrachen und bei dem anderen sitzt ein kleiner Drache, der wahrscheinlich, also entweder ist es Tyraxis oder Sturmwolke, das sind ja, das sind ja glaube ich die kleinen, die sind ja, das sind ja noch Schlüpflinge. Also da war ich jetzt am überlegen, bei Aegon und Viserys, welcher ist welcher, weil Aegon der Jüngere, sag ich schon mal, wird eine größere Rolle im Machtgefüge spielen noch als sein Bruder. Aber mehr verrate ich nicht. Als ich die Szene gesehen habe, das hat, ich will nicht sagen, dass sie nicht so dazu gepasst hat, aber ich habe so diesen, oh, ist das süß, Moment, bei Game of Thrones oder bei House of Dragon irgendwie halt nicht gehabt und ganz, ganz selten, ja, okay, gut, bei House of, bei House of Dragon, bei Game of Thrones, als die Drachen klein waren, noch ein bisschen kleiner waren. Ja, aber das hier hat schon so ein, ich will jetzt sagen, ein Disney-Vibe. Ich mag die Szene, weil ich habe da hingeguckt und denke, ach, guck mal, oh, aber du hast halt wirklich so dieses, dieses, dieses Welpen-TikTok-Instagram-Feeling, wenn du mal durch bist und guckst so und ziehst dir so was Kleines an und denkst, oh, guck mal, ist der süß und das hatte ich da halt auch. Ich habe vor dem Bildschirm gemacht, oh, ich will auch ein Drachen. Aber war toll gemacht und ja, auch toll getrickst vor allem, also ja, ich meine, war ja nur eine kurze Einstellung. Ja. Was hier vor allem sehr gut durchkommt, also Reyna sitzt so zwischen beiden Brüdern, aber so ein bisschen weiter weg, hat so auch so einen Spielzeugdrachen in der Hand und man merkt, die ist so ein bisschen ratlos, wie sie sich jetzt hier eigentlich verhalten soll, weil, also ich meine, selbst Rhaenyra wurde ja mal irgendwie spielend mit ihren Kindern gezeigt und man merkt, die Reyna muss noch so wirklich so in die Rolle reinkommen. Dazu hat sie aber gar nicht so wirklich Gelegenheit, denn Lady Jane kommt dazu, die wir ja in Folge 5 kennengelernt haben auch und die mindestens, also sonderlich sympathisch ist die bislang nicht, würde ich sagen. Aber da kann man schön den Bogen schlagen, kurz zu dem Schauspieler von Alin. Ich hatte ja erwähnt, dass der schon mal zu sehen war in der Serie Raised by Wolves und das war sie auch. Das hier ist nämlich, die Schauspielerin ist Amanda Collin, also sie und Abu Bakr Salim, heißt der, glaube ich, die haben die Hauptrollen gespielt, dieser, in Anführungsstrichen, Eltern in der Serie Raised by Wolves von Ridley Scott. Lady Jane hat gute Nachrichten, denn Prinz Reggio auf Pentos hat auf die Briefe von Reyna reagiert und zeigt sich hoch erfreut, dass er Rhaenyras jüngste Söhne und auch Rhaenyra bei sich aufnehmen kann. Und wir erinnern uns, Prinz Reggio ist ja der, ich glaube, Rhaenyra dürfte den ja sogar kennen. Ja klar, sie und Bela sind doch die Töchter von Daemon und die sind doch eine ganze Zeit lang in dessen Haus gewesen, in Pentos, ne? In der ersten Staffel. Deshalb dürfte das für sie eigentlich ein Wiedersehen sein. Aber Lady Jane merkt, Reyna ist hier nicht so wirklich glücklich und in ihren Augen hasst sie diesen Ort sogar, ne? Ja, ich meine, kann ich irgendwie auf gewisse Weise schon verstehen. Ja, ich auch. Irgendwie, ich mag Reyna irgendwie. Also, Bela ist zwar cooler, hast du schon recht, aber Reyna ist, da habe ich irgendwie sehr viel Empathie. Ja, die hat auch, die hat auch wirklich ein, also, die hat auch wirklich ein schweres, ein schweres Schicksal und ein schweres Los zu tragen. Undankbares Los. Und undankbar, ja, finde ich auch. Also, und dann landet, ich glaube, weil das einfach eine Person ist, die klar halt auch um die Liebe ihrer Mutter kämpft und sie nicht bekommt, nicht so, wie sie sie braucht und sich jetzt halt auch noch, ja, abgeschoben fühlt und wie ist fünfter Rad am Wagen und dann kommst du dahin und bist eigentlich auch nicht wirklich willkommen, weil das Einzige, was sie wollen, ist Drachen und sie sagt ihr dann auch, ja, Moment, und anscheinend gibt es im grünen Tal doch einen Drachen, ihr habt mich, ihr habt mich belogen. Genau. Also, sie, sie fühlt sich, sie fühlt sich getäuscht von Lady Aron. Die ist dann so, ja, also, ja, irgendwie schon, also, der, der Drache hier, der ist so aufgetaucht, so kurz nach, nach, nach Beginn des Krieges und also zumindest verbreiteten sich Gerüchte darüber. Laut unseren Mästern hier ist er, ja, der ist schon so eher so auf Futtersuche hier, aber, ja, doch, also wild, aber ansehnlich ist der und sie wartet dann auch nicht großartig darauf, wie Rainer darauf reagiert. Sie sagt das zwar zu ihr, aber so wirklich mit ihr reden will die nicht und Lady Jane verklickert ihr dann noch so knapp, ja, irgendeine Handelskocke namens fröhliche Hingabe, habe ich mir jetzt aufgeschrieben von Untertiteln, wird sie nach Pentos eskortieren, also dann eben zu Lord Reggio auf lange Sicht und Lady Jane ist so nett, ihr irgendwie noch ein paar Männer als Eskorte zur Verfügung zu stellen. Gut möglich, dass wir dann wahrscheinlich diesen Schauplatz schon wieder verlassen und ich muss sagen, ich fände es nicht so schade drum, weil Lady Jane ist wirklich, hat so ein bisschen was von Fräulein Rottenmeier, so ein klein wenig, ne? Ja, die ist sehr unangenehm, finde ich auch. Dieser leise Tonfall und dieses, du bist mir vollkommen, und halt auch schon klar gemacht, ne, in der letzten Folge, dass du bist mir komplett ausgeliefert, also, wenn du hier irgendwie einmal aufmuckst, dann war es das für dich und die Kids, die Drachen werden wahrscheinlich behalten, aber, ja, das, das, ah, das, ja, auch wenn das Zimmer schön ist, aber wenn Lady Jane reinkommt, wird's, wird's direkt kühl. mhm. Da dachte ich mir, das ist, das ist unangenehm. Wobei man ja, ich hatte mit Paul ja so ein bisschen darüber abgebitscht, von wegen, ja, aus der Familie Aaron kam ja noch nie was Gutes, äh, Stichwort Lisa, ne, in Game of Thrones, man muss aber bedenken, Lisa war ja eine angeheiratete Aaron, ne? Also, die war ja eigentlich, äh, wie ihre Schwester war die ja eigentlich eine gebürtige Tully, ne? Aber die ist da im grünen Tal wahrscheinlich auch so ein bisschen, hm, verkommen, könnte man sagen, ne? Also, äh, wirklich, Lisa ist ja dermaßen abstoßend, wie die da ihren Sohn noch mit über zehn, äh, selber stillt und sowas. Also, äh, die war wirklich, die war wirklich durch, mit anderen Charaktere auch schon wirklich, ja, draufgehauen haben, aber die sind wirklich nur mal ne, ne, ne eigene Nummer, das stimmt. die ist, wobei die Schauspielerin Kate Dickey, die sieht man seit einigen Jahren, äh, ziemlich häufig, ne? Und die, die spielt irgendwie auch immer nur solche Figuren, also, jetzt zum Beispiel in The Witch ist die ja die Mutter. Wir landen dann als nächstes bei, äh, zwei Brüdern, äh, die es theoretisch so gut haben könnten wie Rainer, aber doch dann ein bisschen weiter unten sind, nämlich eben auf Driftmark, Alin und Adam. Alin hat ja bekanntlich ne Glatze, und rasiert sich hier den Schädel in einem Goldteller. Hm. Na, äh, sein, sein Bruder ist auch da und die diskutieren dann so ein bisschen, also, da geht's dann halt wieder darum, dass, dass Corlys ihn persönlich ausgewählt hat und dass er, dass er ja keinem mehr was vormachen kann und warum er sich jetzt hier eigentlich versteckt und Alin ist, ja, der ist immer noch sehr zurückhaltend, rasiert sich seinen Kopf und ich muss sagen, äh, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber die Szene hätte ich vielleicht gar nicht gebraucht, für mich doch, weil es mir in dem Fall noch mehr gezeigt hat, wie sehr Alin, also der rasiert sich den Kopf, ja, damit er keine, keine Ähnlichkeit hat, ne, dass man nicht irgendwie noch sagen kann, hier, okay, alles klar, ähm, du hast auch Dreadlocks und alles drum und dran, der will sich da davon komplett distanzieren, deswegen fand ich das sehr, also finde ich das sehr, eher wichtig, ja gut, da hast du mich, und vor allen Dingen, was ich auch so, so toll fand bei den beiden ist, dass da anscheinend keine, keine, keine Barriere ist, sondern die sagen sich tatsächlich, also Adam sagt dazu, ich ring die ganze Zeit um Aufmerksamkeit, mich lässt, guckt er mit dem Arsch nicht an, aber du könntest was draus machen, du könntest uns hier rausholen, auf die Art, und du sitzt da und rasierst dir den Schädel, damit nicht irgendjemand sagen kann, du könntest Ähnlichkeit mit Corlys haben. Ja, obwohl, natürlich die Frage ist, was mir nämlich auch viel Adam hat, äh, im Gegensatz zu Corlys, also ich meine, diese Velaryons, die haben ja alle diese, ähm, weißblonden Haare, wie die Targaryen, nur eben halt mit, nee, nicht Rasterlocken, nicht Dreadlocks, wurde uns ja, äh, drauf hingewiesen, schöne Grüße. Aber du siehst ja, bei, bei Corlys zum Beispiel, bei den Ansätzen von den Haaren, da sind sie schwarz, die werden erst, nach den Ansätzen, die ein bisschen, ein, zwei Zentimeter sind, werden sie dann erst weiß. Vielleicht ist es bei Arling genau selbe und du siehst einfach, er rasiert und du siehst, dass es schwarz ist, aber es könnte ja auch sein, dass das einfach nur, dann, dass das, dass das Weiße dann halt rauswächst, ja, aber der rasiert sich den Schädel dafür, dass, also so habe ich es verstanden, dafür, dass halt keine Ähnlichkeit aufkommt oder nicht mal der Verdacht, obwohl es eh jeder weiß wahrscheinlich. Adam ist ja auf der anderen Seite komplett dunkelhaarig, ne, das, weil, also da habe ich mich schon so ein bisschen gefragt, also klar, er rückt dann wirklich so an deinem Bruder ran von wegen, ja, hier, du hast ihm das Leben gerettet und denkst du, denkst du denn nie daran, was dir da draußen eigentlich zusteht? Mhm. Also hier von wegen, der ganze Reichtum, die Diener, der, und dann sagt er es wirklich, weil im Grunde weiß es jeder, der Treibholzthron, der steht dir eigentlich zu und dann erfahren wir auch, sie haben wirklich beide ihr Leben lang im Schatten der Burg gelebt, wo man sich dann auch so fragt, warum hat Corlys das gemacht und wovon leben die eigentlich genau? Ja klar, sie arbeiten da irgendwie im Hafen, vielleicht hat ihn Corlys sogar diese Arbeit beschafft. Ich weiß nicht, das erinnert mich auch so ein bisschen an den Umgang von Robert Baratheon mit seinen Bastarden, also wo John Arryn die Hand des Königs da, die ausfindig macht und dann sicherstellt, dass die dann gutes Leben haben und so, ne? Ja klar, natürlich, das ist, du hast doch lieber zufriedene Bastarde als welche, die nach deinem Thron lächzen oder sich in der Öffentlichkeit als Bastard noch mehr zu erkennen geben und sagen, hier, guck mal, ich bin eigentlich einer von denen. Ja, vielleicht ist es bei beiden auch, ich hab eigentlich, also wovon die gelebt haben, ich dachte eigentlich so, weil Adam macht Netze, ich denke wahrscheinlich vom Krebs oder Fischfang. Ja, ja, der stimmt, der, ja klar, der ist, der ist eher Fischer. Der ist eher so auf dem Trip und Arryn ist, hilft im Hafen auf jeden Fall, also ist ein Hafenarbeiter, also das, also die Szene an sich fand ich nicht schlecht, aber das ist glaube ich so ein bisschen ähnlicher Fluch wie bei Harrenhall, deren Gespräche drehen sich so ein bisschen im Kreis, hab ich das Gefühl, also da wird eigentlich immer so ein bisschen dasselbe gesagt. Dennoch, äh, ich muss sagen, Alin, äh, ich hoffe, der bekommt mal ein bisschen mehr zu tun, weil der Schauspieler hat auch irgendwie was, also den haben sie auch wirklich gut besetzt im Hinblick auch so auf seine Präsenz und Ausstrahlung, also du kannst dir wirklich vorstellen, dass das der Sohn von Corlis ist. Also jetzt mal davon abgesehen, dass er halt, äh, ihm, also Corlis dann eigentlich die kalte Schulter zeigt, ist er auch eher so der ruhigere Typ. Ja, definitiv. Ich denke, Adam ist so eher der, der Heißsporn, der mehr Emotionen mit reinbringt. Er ist der Heißsporn, genau, und Alin ist einfach so der, der überlegt und abwägt und Adam Kopf durch die Wand. Aber ich mag beide, ich kann, ich kann auch beide, ich kann natürlich auch verstehen, dass man jetzt sagt, warum müssen die jetzt sich da schon wieder drüber unterhalten? Es wäre eigentlich eher mal interessant, rauszubekommen, warum Alin so reagiert oder warum er so ist. Aber ja gut, vielleicht schädt sich, ich meine, man merkt ja, die werden jetzt so langsam wirklich noch wichtiger, ne? Besonders Adam in dieser Folge. Ja, ja. Ich würde sagen, wir springen mal weiter von Driftmark nach Dragonstone ist ja nicht sonderlich weit, besonders per Drache. Dort haben wir Rhaenyra, die auch eher so ein, ja, die wirkt immer noch sehr zerknirscht, so über die, die Mauer gebeugt. Jace kommt dazu und sagt dann direkt ja, also er bewundert sie ja schon irgendwie für den, für den Versuch, den sie da gestartet hat. Mr. Stefan ist nicht so toll gelaufen, nennen wir es so. Sagt dann aber auch ja, also die flüstern in der Feste, dass du Lord Bartimus geschlagen haben sollst, vor alle Augen. Ja. Und sie entgegnet das dann aber so, ähm, auch schon wirklich, ja, schon so kämpferisch oder trotzig. Äh, ja, der kann froh sein, dass er seine Zunge behalten durfte, ne? Und ich sag immer wieder, na endlich. Ja. Haut sie mal auf den Tisch. Ja, war echt nötig. Aber Jace ist dann doch so ein bisschen forsch und fragt sich ja, was, was war jetzt der Auslöser, dass du da so, äh, aus der Haut gefahren bist an der Stelle, ne? Und, äh, Rhaenyra erklärt ihm dann, ja, es ist ja leicht, sich beschützen zu lassen beziehungsweise beschützt zu werden, aber in den Augen dieser Lords bin ich, weiß ich nicht, bin ich, bin ich die Mutter des Reiches oder, oder die Tochter oder sonst was, auf jeden Fall bin ich nicht die zukünftige Herrscherin für sie. Das ist halt auch das Problem, du musst bedenken, diese Lords, äh, insbesondere Lord Bartimus, der ist ja schon ein bisschen älter und Rhaenyra könnte auch seine Tochter sein. Auch wieder, ich hab's ja, in der fünften, Folge hab ich ja hier das Gespräch zwischen ihr und, also, als sie da irgendwie Sir Orphid zu sich bittet, hab ich auch gesagt, das hat so ein bisschen was vom Mitarbeitergespräch eigentlich eher, ne? Hm. Um zu herrschen, braucht sie halt keine, keine Kleider, keinen Tant, keine Juwelen, sondern sie braucht Schwert und Schild. Und, äh, Jace, also er sieht sowohl seine Mutter als auch seine Herrscherin in ihr und versteht dann auch, dass sie selber Krieg führen will und hier auch nicht auf eine Niederlage warten will. Aber letzten Endes ist ja der Überzeugung, ja, wir brauchen Dämon und Caraxes trotzdem, ne? Ja. Weil gegen Vega haben sie keine Chance. Das ist schon auch ein bisschen schade, weil Rhaenyra, also letzten Endes hat sie jetzt sogar das getan, was Sir Bartimus, äh, vorgeschlagen hat. Nämlich sie hat diesen Lord Mutton, äh, also von Haus Mutton hat sie nach Rooksrest geschickt und auch wieder ein Raben ins grüne Tal. Mhm. Aber, äh, für Jace ist das, ist das alles nicht genug, weil, äh, die Streitkräfte aller unserer Verbündeten sind nicht genug, die Grünen sind immer noch mehr und sie, sie haben einfach die Oberhand, äh, sie brauchen Dämon und Caraxes und Rhaenyra ist dann richtig genervt, als sie dann sagt von wegen so, ja, überall höre ich nur Dämon, Dämon, Dämon und nochmals Dämon, ne? Aber dabei wird sie unterbrochen, denn, äh, Lady Mysaria kommt hinzu und teilt ihr mit, ja, es ist jetzt alles in die Wege geleitet, unser Geschenk ist versendet worden. Da dachte ich mir auch so, ist das so ein bisschen wie bei Amazon, man kriegt so eine Mail, das Paket ist jetzt unterwegs, oder wie, ne? Ja, ich hatte eher, ich hab noch gedacht, was für ein Geschenk, was haben sie sich denn da einfallen lassen? Ja, das hoffe ich. Also ich hab da wirklich direkt angefangen zu rätseln und dachte, da haben sie gleich einen Kopf geschickt, aber von wem? Ein Körperteil, irgendwas Krasses hat, was halt so in das Szenario passt. Aber was dann da kam, dachte ich noch, ah, okay. Mmh, ja, denn, also, also Jace stellvertretend für den Zuschauer fragt ja auch so wirklich, was, wovon redet er da jetzt, ne? Obwohl ich muss sagen, ich bin echt nicht drauf gekommen, Rhaenyra sagt ja noch so, ja hoffentlich ist es neblig auf dem Schwarzwasser heute Nacht, ne? Da bin ich in dem Moment nicht schlau raus geworden, ganz ehrlich. Ich hab noch gedacht, vielleicht schicken sie einen Drachen über den, also durch den Nebel, der dann halt nochmal, Ja, oder ein Stoßtrupp. Eben, ja, irgendwas, aber dann hab ich halt auch gedacht, du schickst doch jetzt keinen Drachen, wenn du grad erst die Bevölkerung aufgepeitscht hast, sich gegen die Oberen zu stellen. Ja. Das wär ja Blödsinn, dann würdest du ja bitte, das wär ja kontraproduktiv. Mhm. Weil du verbrutzelst die und dann sind sie wieder sauer auf dich und dann sagen sie, naja, lieber verhungere ich, als dass ich verbrenne. Ja, richtig. Wieder erwarten kriegen wir aber relativ schnell zu sehen, was das hier nun damit auf sich hat, denn wir kriegen eine relativ kurze Szene an der Küste von King's Landing auf jeden Fall, also nicht direkt im Wattenmeer, aber so in die Richtung auch. Also es ist ja nicht Driftmark. Und hier ist ein Fischer, der wohl irgendwie nach Muscheln oder was sucht. Also ist wahrscheinlich auch so, ne, der rafft zusammen, was noch geht. Ne, es ist ja nicht mehr viel. und sieht dann plötzlich ein Boot vor sich, voll beladen mit Vorräten und als Säge, glaube ich, mit einem Targaryenwappen, ne? Mhm. Ja. Der geht dann, der geht dann darauf zu, schaut sich das so an und blickt dann so auf den Horizont und sieht, dass da noch einiges an Booten mehr auf den Strand zutreibt, ne? Ich hab mir gedacht, ach Gott sei Dank kriegt der Armenkerl was zu essen. Ja, ich hab richtig Mitgefühl, also, weil er sich auch wirklich richtig gut freut. Ja, natürlich. Ach Gott, endlich, endlich Nahrung. Ja. Und ich dachte auch erst, warum schicken sie jetzt? Ich hab gedacht, ne, ein Boot zu schicken, wär ja blöd sind, das ist ja, ne? Und als dann die Kamera halt hochfährt und das ist okay, das ist nicht nur eins, sondern sind viele, dachte ich nur, ah, clever, clever, clever. Das ist also, ja, kein Schwert wird gezogen, sondern wir machen weiter mit, wir bringen die Bevölkerung auf. Ja, und das ist auch wirklich was, was nicht im Buch steht und, äh, ja, es ist, es ist wirklich auch wieder eine, natürlich eine Zersetzungsstrategie von Mysaria. Ich fühlte mich so ein bisschen an sowas, äh, aus dem Zweiten Weltkrieg oder so, so hier die Luftbrücke oder, davon hatte das irgendwie ein bisschen was, fand ich, ne? Ja, es ist, wie gesagt, das ist, das ist absolut clever, also fand es auch ein, ein gut durchdachter Plan. Äh, wir sehen aber noch nicht die Auswirkung dessen, äh, auf King's Landing, jedenfalls noch nicht, äh, in der, in der ganzen Ausprägung, sondern haben nochmal eine Szene, wo, äh, Alicent an, äh, Agons Krankenbett sitzt, Agon atmet mittlerweile so ungleichmäßig, äh, Maester Orwell kommt dann rein und Alicent ist dann aber doch relativ ernüchtert, weil sie meint, ihr hattet doch gesagt, es geht ihm besser, und, äh, Orwell ist dann aber so relativ optimistisch, meint so, ja, also der König schläft viel, das heißt dann, glaube ich, irgendwie neun von zehn Stunden ist er eigentlich nur am Pennen, mhm, aber er hat ab und zu mal kurz die Augen offen und er spricht, es wird eine langwierige Genesung, gar keine Frage, aber es gibt Hoffnung für ihn. Naja, was hat sie erwartet? Jetzt mal ernsthaft, ich meine, die haben ja keine, die haben ja keine Superkräfte oder, oder irgendwelche supermedizinische Ausrüstung, aber dann, dass er da überhaupt, dass er das überhaupt überlebt hat und soweit ist, müsste man doch, ne, schon sagen, okay, gut, das dauert halt noch mehrere Jahre, bis er wieder einigermaßen normal wird. Ich, ich muss, ich muss öfters auch mal an Mason Virchow denken, bei dem, wenn ich ehrlich bin, aus Hannibal. Naja. Hm. Jedenfalls fragt sie dann ja, wie wird er denn sein, wenn er überleben sollte? Orwell findet darauf keine Antwort, verneigt sich und geht dann weg. Alicent lässt ihn dann doch noch nicht sich entfernen, sondern fragt dann nach Briefen, die sie an ihren Vater Otto geschickt hatte oder es befohlen hatte und er meint dann, ja, ich hab Raben nach Alsars geschickt und nach Highgarden, also Rosengarten und ebenso an mehrere Häuser in der Weite, also die Weite ist ja die Region, die Haus Tyrell kontrolliert, ne, aber es kam kein Wort von Otto bislang und wahrscheinlich hängt es damit zusammen, dass der Krieg im Reich, also der Bürgerkrieg, dass der jetzt wohl langsam auch die Weite erreicht hat, denn er berichtet, dass Haus Beesbury jetzt die Hightowers bekriegt und das vor allem, äh, 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 kam dir der Name Beesbury bekannt vor? Mhm. Was, Beesbury? Das ist ja dieser ältere Lord, der als einziger gegen Aegons Krönung protestiert hat und den Kristen Cole dann getötet hat im Rat. Ah, okay. In der ersten Staffel, ne, und, äh, ja, da merkt man, da merkt man, nichts bleibt ungesühnt, ne? Also die haben sie schon gegen sich aufgebracht, Haus Beesbury können sie nicht für sich gewinnen. Da fiel mir auch eine tolle Geste von, äh, Olivia Cooke einmal mehr auf, äh, die greift, äh, da so richtig an den Sternen, also an den siebenzackigen Sternen auf, an ihrer Kette, also da merkst du, die hält sich so im Glauben fest, ne? Also die ist ja bekanntlich sehr, 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 sehr fromm. Äh, Orwell, äh, geht dann, Alicent, äh, legt dann nochmal, glaube ich, ihre Hand so auf, auf Aegons. Ich, ich glaub, sie geht dann auch raus, vors Gemach und, und, äh, also ist nicht so, dass sie so zusammenbricht, aber die wirkt schon sehr angeschlagen, ne? Und irgendwie, also die gibt sich wohl auch die Schuld an Aegons Zustand. Ja, ich denk, es wird ihr halt auch langsam, äh, vielleicht so ein Stück weit bewusst, der wird nicht vom Bett aus regieren. Das wird nicht funktionieren. Ja, also der muss da schon auf diesem Thron sitzen und ich denk, ihr wird's dann, ja, leuchtet ein, okay, alles klar, äh, Ehmend wird, wenn er jetzt nicht sofort drauf geht, äh, etwas länger am Ruder sitzen und, äh, wenn nicht sogar für immer, ja? Also das, ich glaub, dass, dass das auch so so ein bisschen mit, mit schwingt, nicht nur der Zustand von ihrem geliebten König, sondern halt auch, was das als, ja, was das Endresultat ist, ne? Dass halt Ehmend halt länger da ist, als man möchte. Aber zum einen wahrscheinlich auch im Hinblick darauf, wenn man sich an, an die vierte Folge erinnert, da hat sie ja, äh, fast so spöttisch, äh, gegenüber Aegon, äh, reagiert und auch so aufgezeigt, dass sie eigentlich ziemlich enttäuscht von ihm ist und das war dann wahrscheinlich auch mit der Auslöser dafür, dass Aegon so kopflos betrunken auf seinem Drachen in den Krieg geflogen ist, ne? Also vielleicht gibt sie sich da auch so ein bisschen mit die Schuld dran. Ja, kann sein, ja. Wir bleiben bei Alicent, äh, die in den, äh, die in den, äh, die in den Burghof tritt, äh, und da fand ich sehr bezeichnend, hinter ihr gingen wirklich mehrere Soldaten mit bandagiertem Kopf, äh, äh, vorbei. Ähm, sie sieht so von weitem, Sir Kristen wird aber von ihrem Bruder Gavin angesprochen, oder, äh, Gawain, wir, also, äh, hatten wir uns da auf irgendwas geeinigt? Ich glaube, Gavin, ne? Ja, ich glaube auch Gavin. Ich glaube, das letzte Mal haben wir auch Gavin gesagt. Und die, die ganze Szene, die erinnerte sehr an, äh, die in der dritten Folge, ne? Wo man Gavin, äh, kennengelernt hatte, ne? Ja, wobei ich ihn diesmal tatsächlich ein bisschen sympathischer fand, als beim ersten Kennenlernen. Ja, ja, das, äh, er ist ja auch hier bei seiner Schwester, ne? Darf man auch nicht vergessen. Kollege Manuel hatte ja in der vierten Folge sogar erst gedacht, weil er ist ja diese Szene, wo, also hier bei Rooksrest, wo Kristen Cole da, äh, da so einen Soldaten sieht, der dann vor seinen Augen förmlich zerfällt, zur Asche. Da hätte man auch erst vermuten können, dass das Gavin ist. Ähm, hätte mich auch nicht gewundert, weil, äh, das kann ich schon mal sagen, im Hinblick auf die Vorlage, äh, Gavins Rolle fällt größer aus, als in der Vorlage in der Serie, weil im Buch, äh, tritt er einfach nur der Stadtwache bei. Okay. Und bin gespannt, was er hier für ein Schicksal nehmen wird, weil da ist es definitiv nicht so, dass er mit Kristen Cole reitet. Der ist aber eher hier nur so im Hintergrund und, äh, Alicent redet dann eben mit ihrem Bruder. Sie will ihm, äh, ihren Segen geben, glaub ich, ne? Also während, während Kristen Cole in der dritten Folge danach verlangen musste, äh, kriegt ihr Bruder den gratis, äh, ist aber auch eher so leicht spöttisch, gegenüber ihr. Und da möchte sie aber wissen, ja, hast du, also, äh, in, in, äh, wird halt direkt angeschlossen an die vorherige Szene, hast du was von, von Vater gehört, ne? Also von, von Otto, weil, äh, die, die Raben, die sie ausgeschickt hat, da gab's halt keine Antwort drauf und Gavin meint aber auch, ja, ich hab nicht, ich hab nichts von ihm gehört, aber, äh, ich hab auch nicht geschrieben, weil, äh, bekanntermaßen bist du ja eigentlich so immer Ottos Liebling gewesen, ne? Genau, wo sie ja dann auch schon direkt wieder Bad Feelings kriegt, dass sie dran schuld ist, dass, dass halt die Jungs weggeschickt wurden und, das fand ich, das ging relativ, also so ging's mir relativ schnell, dass sie dann auch schon wieder in diese Opferhaltung gerät, so von wegen, ah, ja, ist, weil sie ja, weil sie ja auch ihren Sohn, von dem ich, den ich gar nicht auf dem Radar hatte, tatsächlich, auch mir geschickt hat und sie ihn ja, Daron, genau, und sie ihn ja fragt, wie er sich macht. Und die kennt den nicht, die, 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 die kennt den praktisch nicht. Ja, eben. Ja. Ne, wo ich gedacht hab, sag mal, also, hm, irgendwie. Naja, und der, äh, Gavin muss sie dann erst so aufklären darüber, ja, äh, der, der, der schreibt auch immer seltener, aber er ist jetzt mittlerweile 16 und hat halt wahrscheinlich andere Interessen, ne, aber er ist, er ist clever, er ist gütig und geschickt mit dem Schwert und der Laute und vor allem ist er wohl auch ein ordentlicher Mädchenschwarm und, äh, da merkt man dann auch so eine gewisse Erleichterung bei Alicent, also nicht nur, dass sie dann sagt, ja, an, an, an Güte und Cleverness mangelt es irgendwie beiden, beiden Brüdern oder zumindest Güte, da merkt man auch, ihr fällt da echt so ein Stein vom Herzen von wegen, oh, ich hab doch mal einen Sohn in die Welt gesetzt, der nicht ein totales Arschloch ist, ne? Ja, das fand ich auch, also als er sagt, der ist gütig und sie dann sagt, ach, Gott sei Dank, dachte ich noch, ja, klar, gut, der Rest ist es nett. Nee. Wenigstens einer, aus einem ist was geworden, aber halt auch, ne, das ist dann, dann kommt ja auch die Frage auf, wodurch werden die so? Ist es der, ähm, der Burgfried, der sie, das Leben am Hofe, dass sie halt zu solchen Arschlöchern macht? Mhm. Oder ist es sie als Mutter? Oder ist es sie als Mutter, genau. Ja. Und, ich glaub, das ist beides. Ich glaub's auch. Ja, ja, ja. Die ist, die ist, die ist keine gute Mutter und das liegt einfach daran, dass die, hab ich, hab ich ja schon oft gesagt, die hat nie gelernt, wirklich irgendwie einen eigenen Willen zu entwickeln, sondern immer nur das, was, was ihr Vater wollte und das trägt sie genau an ihre Kinder weiter. Bin gespannt auf Darren, der, äh, kann ich schon mal sagen, der ist nicht gecastet, der wird erst in der dritten Staffel auftauchen. Also, man merkt ja auch so, so eine leichte Eifersucht von Gavin, äh, gegenüber seiner, seiner Schwester, ne? Von wegen, ja, du warst immer sein Liebling und du warst ja dann auch die, das muss man ja bedenken, Otto Hightower kam ja mit seiner Tochter und seinem Gefolge, äh, nach King's Landing, um dort als Hand zu dienen und, äh, seine anderen Söhne, also dann eben Gavin, äh, ist, sind dann zurückgeblieben und das ist ja auch schon eine ganze Weile her. Mhm, stimmt. Alison versucht dann auch so ein bisschen einfühlsam zu sein und meint dann von wegen, was wäre denn gewesen, wenn du an meiner Stadt mit an den Hof gegangen wärst, ne? Und, äh, Gavin winkt das dann aber ab mit, ja, ich war ja der älteste Sohn und sie meint dann aber, ja, aber komm, du warst da, du warst da acht, gerade mal acht Jahre alt und ohne Mutter und, und er meint dann, ja gut, aber ich, ich musste mich halt irgendwie durchbeißen. Also, so kann man die ganze Szene eigentlich zusammenfassen, was läuft falsch mit der Erziehung in unserer Familie so ein bisschen, ne? Ja, aber sie gibt sich trotzdem die Schuld. Ja. Eigentlich wieder an allem. Ich muss sagen, dass mit den, äh, von wegen, dass sie irgendwie ein Kind hat, an dem sich festhalten kann, was, das was taugt, das erinnerte mich sehr an Cersei. Äh, also die, die erinnert ja generell immer mehr an Cersei Lannister, aber das ist auch so von wegen, sie liebt ihre Kinder und dann gibt es eins, was da aussagt, ach, vielleicht ist sie ja doch kein totales Monster, ne? Aber, äh, Gavin, äh, will sich dann Sir Kristen Cole wieder anschließen, äh, sagt ihr dann, also, sie, sie betet ihm zum Krieger für seine sichere Rückkehr, sagt sie, wieder Lammfromm, ne? Und, äh, er sagt dann aber zu ihr, leb wohl. Also nicht irgendwie bis, bis dann oder sonst was, oder, ne? Sondern leb wohl. Also wirklich fast schon wie eine, äh, dauerhafte Verabschiedung. Mhm. Und, äh, die ganze Szene, also wie gesagt, die erinnerte mich sehr an Folge 3, auch wie die dann da aufbrechen, ne? Ja. Also er und dann natürlich dann auch später so Kristen und wie die den auch nachblickt. Aber die Stimmung ist eine ganz andere als in, in der dritten Episode. Ja, das stimmt. Die ist schon düsterer. Also, es könnte tatsächlich vielleicht ein Mach's gut, Gavin sein, weil ich glaube, dem wird halt langsam auch bewusst, okay, wir hatten jetzt eine Schlacht mit Drachen, da ist er unverbrutzelt davon gekommen, aber das könnte auch gut nochmal nach hinten losgehen, weil, wie wir ja alle wissen, haben sie ja alle doch schon irgendwie ein bisschen Schiss vor, äh, Rhaenyras Rache. Mhm. Weil, Rhaenys, das wird nicht unbeantwortet bleiben. Nee, das ist, das ist klar, ja. Deswegen glaube ich schon, dass der, dass der dann sagt, okay, alles klar, das ist einmal gut gegangen, ich glaube nicht, dass es vielleicht ein zweites Mal gut geht. Ja, und der, man darf nicht vergessen, der hatte ja auch eine Begegnung mit, äh, Bela und Mondtänzerin, ne? Die wir da wahrscheinlich ja auch noch nicht vergessen haben. Ja. Aber also, also ich fand's wirklich bemerkenswert, wie diese Szene ein genauer Gegenentwurf ist zu der, äh, in der dritten Episode, die war ja so wirklich so, da hatte ich ja auch im Recap gesagt, dass, also da musikalisch packt da Ramin Djawadi so ein bisschen Dampf drauf an der Stelle, ne? Da merkt man, so langsam geht's ja ans Eingemachte zum ersten Mal. Und hier ist das wirklich so melancholisch eher, ne? Also ganz, ganz andere, andere Atmosphäre. Wir haben dann im Anschluss noch eine ganz kurze Szene mit Alicent, äh, die zu Helena kommt, die, äh, einmal mehr mit ihren Insekten beschäftigt ist und sich dann auch mehr dafür interessiert, dass eine ihrer Grillen anscheinend nicht mehr richtig zirbt. Hm. Die ist auch echt, die ist auch komplett, komplett lost. Ja, also diese Szenen mit der sind irgendwie merkwürdig und sie, also sie hört es auch nicht so richtig, wie Alicent dann irgendwie vorschlägt, ja, wollen wir nicht zusammen in die Septe gehen und dort eine Kerze anzünden für Aegon und natürlich auch für alle anderen Verluste, die wir erlitten haben. Da dachte ich mir, oh, die brauchen aber viele Kerzen, ne? Vor allen Dingen auch noch vielleicht eine für den Grashüpfer, der jetzt wahrscheinlich schon auch gleich draufgegangen ist. Wahrscheinlich, ja, die, die, die Grille, nicht der Grashüpfer. Oder Grashüpfer? Die Grille, Verzeihung. Und da, da fand ich die Kamera auch interessant, weil die, ich meine, normalerweise hast du ja bei Kamera wenig so, so Schwenks einfach. Und der ging aber wirklich so von, von Alicent rüber zu Helena, die da auch so wieder, Gott, dieses Team mit Helena sind einfach, die, die ist einfach merkwürdig, das Mädel. Punkt. Ja. Was, äh, aber gar nicht merkwürdig ist, äh, ist das, was jetzt in den Straßen von King's Landing abgeht. Denn, äh, wir sehen einmal mehr den, äh, Schmiedemeister Hugh, der, äh, zu diesem Marktstand kommt, also wo, wo seine Frau kein Essen mehr bekommen hat und ich dachte mir so, oh, der geht da jetzt hin, um dem mal ordentlich Bescheid zu geben, dass der seiner Frau kein Fleisch, äh, rausgeben wollte, wahrscheinlich, ne? Und, äh, ist es dir aufgefallen, der Hund des Rattenfängers ist immer noch da, ne? Ja. Ich, ich liebe ihn. So wie alle anderen Memes auch, wo der Hund überall drauf ist. Aber es ist wirklich was, wo ich sage, guck mal, da ist er. Ja. Das, ja, ja, und, und Hugh, äh, ist dann ja auch, bemerkt ihn ja auch, er streichelt ihn irgendwie, ne? Aber die ganze Situation wird dann jäh gebrochen, als auf einmal Leute mit Körben, Kisten, sonst was um die Ecke gerannt kommen, voller Essen. Wir wissen ja, wo das herkommt, äh, Hugh aber nicht, äh, und hält einen an, will wissen, wo das herkommt und, äh, äh, am, am Strand sind etliche Boote, die da über Nacht gelandet sind und die sind voller Geschenke der Königin, ne, der Königin, die selbst in dieser dunklen Stunde an ihr Volk denkt und, äh, dann sehen wir, ja, wir sehen eine ziemliche Totale, wie das, wie, wie wirklich große Teile des Gemeinvolkes zu den Toren und zum Strand strömen und, äh, ja, jetzt da raffen, was, was, äh, zu haben ist, ne? Na ja, klar, endlich gibt's was zu essen und dann noch von der Königin, die weiter weg ist und sich eigentlich um uns nicht mehr sorgen sollte, weil wir haben ja einen eigenen König und, aber sie gibt uns Essen, während der Rest uns hier verhungert, verhungern lässt und uns auch noch einsperrt. Ja, das ist halt schon, das ist, das ist bitter. Vor allem, äh, es ist ja nicht nur irgendjemand, der das tut, sondern es ist, du musst bedenken, laut ihrem Framing ist das Rhaenyra die Grausame. Ja, die Kindsmörderin und Thron-Diebin und was ja alles noch sonst hinterhergeworfen wird, ja, das ist schon mega clever gemacht, also. Kannst du immer wieder sagen, wir haben hier unglaublich tolle Totalen und Kamerafahrten. Ja. Von, äh, André Pareck an der Stelle. Äh, Hugh bahnt sich seinen Weg, äh, durch das Getümmel, was immer größer wird, stolpert dann in so einen Mann rein, äh, mit einem Gemüsekorb, den man versucht, den zu entreißen und als der, den ich hergeben will, schlägt er ihn nieder, nimmt ihn mit sich und verschwindet. Sein Beispiel folgen dann wohl auch noch andere, denn, ja, es ist natürlich, also Euphorie ist auf den Straßen, aber es weitet sich so langsam zu Unruhen aus, ne? Klar, also du hast ja natürlich, denkst du da in dem Moment nur an dich und an deine Family und da nimmst du halt dem Schwächeren den Korb ab. Da gilt dann tatsächlich halt einfach das Recht des Stärkeren. Ist einfach so. Ja, da ist sich jeder selbst der Nächste, einfach so ein bisschen. Ja. Und die Unruhen bleiben, ja, die weiten sich aus, wirklich über ganz King's Landing so langsam und erreichen dann eben auch die Septe, wo wir jetzt hinspringen zu Alicent und Helena, die da eben vor diesem, ich nenne es ja immer Feuerkreis, Kerzen anzünden und ihre Leibgarde steht dort und ist dann aber doch alarmiert, ja, wir müssen hier weg. Wir müssen, wir müssen die Königin Witwe und die Königin, ja doch die, ja doch die Königin, müssen wir wegschaffen. Sie treten danach draußen und dort geht schon ordentlich was ab, ne? Es war ja wirklich nur eine Frage der Zeit, bis die Bevölkerung sagt, Alter, jetzt haben wir die Schnauze echt voll. Ja. Jetzt reicht's. Und sagen wir mal so, also ich glaube, die Kingsguard sollte vielleicht noch einen Kurs in Deeskalation belegen, weil sie ja auch dann klar mit Gewalt zurückschlägt, um die Königin zu schützen, die aber auch wirklich wie ein, die damit überhaupt komplett überfordert ist. Ich meine klar, wer wäre das, Alicent ist schon fast auf dem Sprung nach Hause, während Helena da wirklich wie ein verscheuchtes Hinkel und an der, an der Mauer steht und sich kein Zentimeter bewegt. Und sich die Ohren zuhält, ne? Und sich, ja, ja, also die ist halt, das kommt, die ist komplett absolut überfordert. Jaja, am Anfang ist es ja so, also sie, sie kommen ja da aus der Septe, sollen da zur, zur Kutsche eskortiert werden, gehen da eine Treppe runter, vor der schon wirklich eine johlende Menge steht und Alicent kriegt erstmal irgendeinen faulen Fisch ins Gesicht. Stimmt, ja. Also wirklich so, es ähnelt wirklich auch der Szene in der zweiten Staffel Game of Thrones, wo Joffrey da diesen Kuhfladen abkriegt, ne? Und da eskaliert's dann ja auch. Aber die kriegen ja noch mehr ab, also Helena auch, die werfen da irgendwie faules Obst und so und rufen vor allem lang, lebe Königin Rhaenyra. Äh, dann geht es wirklich sehr schnell. Also hast du schon gesagt, Helena steht da wie so eine Salzsäule, Alicent ruft dann nach ihr, will sie irgendwie zurückholen, äh, legt sich aber ordentlich aufs Maul. Äh, Gardisten helfen ja auf, wollen dann auch Helena mit sich ziehen, dann kommt ein Mann, packt Alicent am Arm, also so ein älterer Mann, ne? Und die Alicent wird dann so, also auf der einen Seite steht halt dieser ältere Mann und will sie mit sich zerren und auf der anderen Gardist und ein anderer, äh, hat dann eine Kurzschlussreaktion und hackt demjenigen den Arm ab. Und das ist schon wirklich hässlich, also wir sehen das wirklich grafisch und dann auch, wie der Arm auf dem Boden liegt und das ist dann endgültig, äh, ja, da kippt die Stimmung dann endgültig und der Mob, äh, ist entsetzt, während Alicent dann noch sagt, Schwerter weg und die Gardisten gehorchen ihr dann noch, aber, ja, dadurch kriegen sie den Mob dann erst recht nicht mehr unter Kontrolle und Alicent und Helena, ja, müssen hier dann förmlich vor dem Pulk davonrennen, also die werden hier wirklich gejagt davon für einen Moment, rennen dann auch in einen zweiten Mob hinein und werden förmlich eingeschlossen an einer Stelle, ne? Ja, das ist halt wirklich, jetzt, jetzt ist die Stimmung gekippt und egal, was sie auch immer machen, ich denke, die haben da damit einen ordentlichen Schaden angerichtet, den sie nicht mehr beheben können, also zumindestens nicht bei, bei denen, bei denen sie beheben müssen, also bei der Bevölkerung, da sind sie jetzt wirklich tatsächlich unten durch und, ja. Ich meine, es ging wirklich alles auch sehr schnell, ne? Also ich muss diese Szene tatsächlich auch zwei, dreimal zurückspulen, bin ich ganz ehrlich, weil es halt eben so Schlag auf Schlag auf Schlag geht, also ich meine, so ist das ja eben bei solchen Situationen, ne? Das schaukelt sich so hoch und dann, dann gibt's irgendwann so einen Peak und dann, dann ist alles zu Ende oder alles zu spät und den gab's ja dann hier schon und, oh, das war schon, also das war schon übel, wie Helena und, und Alison dann da wirklich so an so ein Gitter gepresst werden und dann versuchen, äh, durchzukommen, also das war wirklich schon, also die, die Bilder fand ich auch wirklich schon beengend, wortwörtlich und ja, die Lage eskaliert halt völlig, also ihre Gardisten werden angegriffen von, von dem Mob teilweise zu Boden geworfen, verdroschen und, äh, Alison und Helena können sich dann aber noch so, ja, mehr schlecht als recht zur Kutsche retten und Gardist macht dann die Tür zu und, äh, Alison sieht und vor allem hört den Mob um sich herum, also halt durch die, durch die, ähm, Löcher in, in, im Kutschenverschlag äh, und Lobpreisungen für Rhaenyra vor allem, ne? Dann, äh, also die, die Kutschentür ist zwar zu, aber da ist dann irgendwie ein Mann, der versucht da noch tatsächlich einzudringen, also da ist dann irgendwie ein Gardist, der dann sagt, ja, jetzt fahr und wenn, wenn nötig überfahr sie einfach, ne? Die, die Passanten, äh, die Kutsche fährt dann ab und Alison bemerkt, dass sie, äh, von dem Zusammenstoß da auch irgendwie am, am Unterarm oder was verletzt ist und, äh, ach, auch wie, wieder aus dieser Szene rausgegangen wird mit so einer Kamerafahrt nach oben, wahrscheinlich mit Drohne und, äh, Javadi dann nicht nur das, das Thema der Grünen anspielt, sondern wirklich genau diese Variante, äh, die zum Tragen kam in der ersten Staffel, wo sie zum ersten Mal dieses grüne Kleid angezogen hat, ne? Hm, okay. Die, die, also der Pulk wütet wirklich durch die Gassen und es breitet sich immer weiter aus, ne? Wirklich wie so ein Lauffeuer. Ja. Als nächstes haben wir dann, äh, Aegon, äh, in seinem Bett, äh, der, äh, ja, wirklich so ein Auge praktisch zugeschwollen hat. Daneben steht, äh, Larys mit einer Zofe und Aegon, äh, langt dann so nach, äh, irgendwie einer Flasche mit Schmerzmittel und, und will anscheinend noch mehr haben und, äh, Larys will das, will das dann unterbinden, weil er meinte, das ist zu viel, obwohl es der Grandmaster, also der, der, der Großmeister laut der Zofe eigentlich verordnet hat. Aegon versucht dann trotzdem weiter danach zu lang, obwohl, also Larys verfügt dann irgendwie, ja, in, in einer Stunde kann er wieder was haben und Aegon versucht dann aber trotzdem dran zu kommen und da ist mir auch aufgefallen, dem sein Bein liegt, äh, also, wir hatten ja schon gesehen, dass das irgendwie da mehrere Knochenbrüche bei ihm sind in der letzten Folge und, äh, sein Bein liegt jetzt wirklich auf dem Gerüst wie in so einem Krankenhaus, ne? Ja, die haben es ja auch nochmal, äh, vierte, fünfte haben sie es mir, äh, eingerengt oder, äh, begradigt sozusagen. Ja. Und, ja, jetzt ist er fast ausgestattet wie wir heutzutage, ne Gott. Ja, wobei, also dieses, dieses Verweigern der Schmerzmedikation ist ja auch für, also, Larys macht es ja deswegen, weil er sich ja mit ihm gerne unterhalten möchte und da ist mir jetzt auch tatsächlich aufgefallen, dann kann meine letzte These zu Aegon und, äh, Eamon nicht stimmen. Mhm. Welche? Weil, äh, es war ja, da hatten wir ja, äh, hatten wir ja gesagt, wir wissen nicht, weil, äh, ähm, Eamon ihn ja dauernd fragt, ob er, ob er sich erinnern kann, was passiert ist. Mhm. Und dann hab ich noch gesagt, ja, vielleicht macht er das aus Selbstschutz, weil wenn er sagt, ja, ich weiß, was da passiert ist, könnte er ihm tatsächlich jetzt dann unseren Rest geben. Mhm. Aber hier weist ihn ja, ähm, Larys drauf hin, was da grad so im Gange ist, dass er gerade dabei ist, also Eamon, seine Macht zu verlieren. Also er hat im Moment sowieso gar keine. Aber er zeigt ihm ja auf, dadurch, dass er ja auch von, von Eamon so dermaßen in den Senkel gestellt worden ist. Mhm. Ist das jetzt praktisch so seine, seine Rache, was heißt seine Rache, also seine Möglichkeit zu sagen, ich, ich gebe meine Stellung jetzt nicht mehr her, ich bin der Flüsterer von, von Eamon gewesen, äh, von, von Aegon. Ja. Und ich hab Schiss, dass ich jetzt wirklich nur noch als Hilfsbote oder als, keine Ahnung was, degradiert wird und benutzt werde. Und er ja versucht, seine Stellung zu halten, indem er ihm ja halt auch klar macht, pass mal auf, Buwele, es wird kritisch. Aber er macht das auch wieder auf seine Art und Weise. Sehr subtil. Ja, ja. Ähm, und, äh, ich fand das auch, also ich glaube auch, dass es kein Zufall ist, dass wir hier zum ersten Mal wirklich sehen, dass Aegon das, das Bein da auf so einer Schiene hat oder so, ähm, weil, äh, Laris nährt sich ihm ja an, indem er ihm halt sagt, ihr, ihr, ihr seid ja jetzt schon ne, ne Legende, weil ihr habt Drachenfeuer überlebt, also ihr, ihr werdet zwar wohl nie wieder so ganz genesen, da, da ist, äh, das, das Maximum erreicht und ihr werdet auch nie wieder euer Bein benutzen können. Was euch bleibt, ist der Verstand. Und da merkt man auch, Laris redet in dieser Szene eigentlich sogar mehr über sich selbst als über Aegon. Ja, er erzählt ihm ja auch, was, was damals mit ihm passiert ist und dass sie ihn ja immer unterschätzt haben und bloß, weil sein Bein halt nicht gut funktioniert, äh, dass er ausgesondert wurde und dass man sich das nicht, also da, äh, sagt wirklich dann halt auch, okay, benutzt den Kopf, wenn der Rest nimmer funktioniert. Ja, ja, er erzählt ja dann auch wirklich unter welchen Umständen er geboren wurde, ne, also er wurde auf Haare geboren, das ist halt auch schon so ein Fingerzeig, er hatte starke Lungen, ne, also er konnte seine Stimme erheben schon früh, ne, ähm, aber sein Fuß war verdreht und sein Vater Lionel Kraft, der da ja noch gelebt hat, der nannte es Hexenwerk und man darf nicht vergessen, der ist, der ist auf Haarenhall, äh, zur Welt gekommen, ne, dass, dass er als verflucht gilt und, ähm, Laris sagt ihm dann voraus wirklich, ja, ihr, ihr werdet Mitleid ernten, ob ihr es wollt oder nicht, ob, ob vor oder hinter eurem Rücken, die, die Leute werden euch anstarren oder sich dann schlimmstenfalls abwenden und da merkt man wirklich, Laris kennt das, ja, aber er sagt ihm auch, dass es sein Vorteil sein könnte oder, oder, äh, dass es für ihn und auch für Aegon von Vorteil sein könnte, äh, wenn man ihn unterschätzt, ne, und, äh, ja, man sieht ja, wo Laris gelandet ist, ne, ich meine, der war ja kurz, der hätte ja durchaus auch die Hand des Königs werden können, äh, und das ist immer der mächtigste Mann der, der Sieben Königsland, der, der zweitmächtigste Mann. Also er meint, während Aemond reagiert, schwebt Aegon hier eigentlich in Lebensgefahr, ne, ja, und, äh, Aegon registriert das dann zumindest so ein bisschen und sagt dann zu Laris so, ja, helft mir. Da, äh, da versteht man auch vollkommen, warum er sich dem anvertraut, weil, äh, man darf nicht vergessen, er hat ihn ja zum Meister der Flüsterer gemacht, weil er sich in seinen Augen bewährt hatte, ne, für diesen Posten. Eben, und das ist der Punkt gewesen, wo ich dachte, okay, weil in dem kam es mir so vor, als ob, als ob Aegon jetzt gerade erst rafft, eh, okay, scheiße, ich hab, ich sitz gerade wirklich knöcheltief drin, ja, ich brauch jemanden, der mich, der mich rausholt, deswegen weiß ich nicht, ob dieses, dieses, äh, Gespiele vorher, ob, ob ich das tatsächlich so richtig interpretiert habe oder ob er einfach sich tatsächlich an nichts erinnern kann. Ja, es ist, vielleicht kommt es so nach und nach zurück. Ja, ja, kann auch sein, kann auch sein. Wir haben dann, äh, das, das fand ich ein bisschen ungewöhnlich, wir hatten einen Schnitt auf komplettes Schwarzbild. Ja, ich wusste genau, was kommt. Ja, man wusste genau, was kommt, äh, denn einmal mehr, landen wir da, wo gerade noch die Rede von war, nämlich in Harrenhall, wie habe ich es vermisst? Obwohl es dann doch wieder nicht Harrenhall ist, aber man weiß es halt, weil, ähm, es tropft halt Wasser von der Decke in eine Pfütze. Aber wir haben ja abermals Damon wieder, der von einer Vision gequält wird, äh, diesmal von Viserys, der, äh, über einem Leichnam, äh, also wirklich in so einer Halle. Ich glaube, wir haben die gesehen, äh, da wurde doch hier der, der Bruder von, Corlys Velaryon, Vamond, der wurde doch da irgendwie als, als, äh, äh, er alles von seinem Kopf verloren hatte, bis auf seine Zunge. Da lag der doch, glaube ich, auch in dieser Halle. Ah. Äh, das ist, das ist nicht direkt eine Krypta, aber so ein, so ein, ja, auf jeden Fall so ein Raum, wo die irgendwie mit Kerzen aufgebahrt werden. Also im Hintergrund sehen wir auch schweigende Schwestern. Und dann sehen wir auch, worüber, äh, Viserys hier, also worum Viserys hier trauert. Nämlich hier ist seine tote Frau Aymar aufgebahrt. Und Damon beobachtet das Ganze, ist dann, äh, auch überfordert, äh, also zum einen, dass er hier schon wieder Viserys sieht und eben halt auch in welcher Situation. Ähm, Viserys sinkt dann tatsächlich auch in die Arme seines Bruders und Damon ist dann wirklich so, ja, I'm sorry, ne, oder, oder tut mir leid, er versteht es jetzt, äh, dass, dass sein Bruder ihn damals gebraucht hätte, aber, aber er ist ja, er ist ja jetzt hier, ne, also jetzt, jetzt, jetzt ist ja alles gut in dem Moment. Jetzt wird alles gut, ja. Genau. Und, ja, wie zu erwarten, ist das Ganze natürlich eine Träumerei, aber diesmal hat Damon immerhin mal geschlafen. Er wird einmal mehr in bewährter Manier von, äh, Sir Simon aus seinem Tagtraum geweckt. Er, äh, liegt mit dem, also stellt dann fest, dass er mit dem Kopf, äh, auf dem Tisch in der Essenshalle da liegt und, äh, lässt sich dann auch nichts mehr großartig anmerken, denn Sir Simon hat eine traurige Nachricht für ihn aus, äh, Riverrun, nämlich, dass Lord Groby tot ist. Groby. Also, Grova im Englischen, aber Groby, äh, frei nach der Sesamstraße. Ja, äh, und das ist tatsächlich eine Abweichung vom Buch. Dort, äh, stirbt Groby zwar auch relativ schnell, ist aber, äh, nicht in so einem Wachschlaf, protestiert auch lange, äh, gegen die Pläne, sich jetzt hier den Schwarzen anzuschließen und, äh, da ist es auch nicht so, weil es wird ja hier dann von, äh, Sir Simon gesagt, dass jetzt Oskar Tully, also dieser halbwüchsige, den wir da in der vierten Folge gesehen haben, dass der jetzt, äh, also der neue oberste Herr der Flusslande wird, das ist auch eine Abweichung vom Buch, denn im Buch ist es sein Bruder und der heißt Elmo. Oskar ist doch Oskar aus der Tonne, oder? Oskar wohnt doch in der Tonne, glaub ich. Jaja, sicher Oskar. Oskar ist Oskar aus der Tonne. Oskar. Ja. Äh, da merkt man schon, Ryan Condell waren die Muppets-Referenzen dann vielleicht noch ein bisschen zu albern für die Serie, ne? Aber, aber Kermit könnte noch auftauchen. Hoffentlich nicht noch Miss Piggy. Ja. Die fehlt noch. Miss Piggy. Ja, so weit geht's dann auch nicht, aber wirklich vier der Tullys sind nach den Muppets benannt, aber das hab ich ja öfters erwähnt. Dammit will dann wissen, wie, wie, wie er gestorben ist und wir wissen ja, ja, der, der war ja schon lange krank und die Maester waren da auch relativ am Ende mit ihrem Latein. Das kommt uns so ein bisschen bekannt vor von Aegon, ne? Und dann ist es interessant, er erwähnt nämlich, dass sogar deren Heilerin hier auf Harenhall, Alice Rivers, ihre Hilfe angeboten hatte und auch ihre Künste, also ihre besonderen Heilkünste angewandt hatte, aber selbst das vergeblich war. Und da wissen wir jetzt spätestens, Alice Rivers muss existieren, aber es ist so merkwürdig. Ich meine, die kann ja, da ist halt auch wieder so, kann die, kann die an zwei Orten gleichzeitig sein? Ist halt auch die Frage, welche? Ja, ich, vielleicht gibt's tatsächlich mehrere Versionen, einmal vielleicht die jüngere Version oder die, jetzt die ältere Version, die dann hingeschickt wird oder vielleicht auch die ganze Zeit dort ist und Dammit einfach eine Projektion sieht der Jüngeren. Ich weiß es nicht, aber das hat mich auch so, wobei ich gedacht habe, Moment, die ist dort, dann kann die ja nicht hier sein. Hm, richtig. Aber ich meine, also sie existiert, ne? Ja. Das ist Herr Simon, erwähnt ernsthaft erstmals ihren Namen. Also das heißt, sie kann in der einen Szene vielleicht keine Einbildung gewesen sein, aber dann denkt man sich so, oh ja, die ist ja, die ist ja weit weg. Na, also das ist ja, also klar, das ist in dem Fluss landen, aber das ist jetzt wahrscheinlich nicht gerade mal eben so um die Ecke, ne? Aber als Heilerin bist du ja keine Servicekraft, so, also kann ich mir nicht vorstellen, sondern du wirst dann, du hast ja schon eine andere Stellung, also wird sie ja kaum hingehen und den Muppets und den anderen Getränke servieren. Den Muppets. Und deswegen, deswegen glaube ich auch nicht, weil, ja, was man auch dieses, ob er sie jetzt sieht oder ob er sie nett sieht, deswegen dachte ich mir, vielleicht ist es einfach die junge Version und da drüben ist die alte Version. Im Buch ist auch umstritten, wie alt die ist. Ja, 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 deswegen. Also ich, ich lass mich überraschen, ich weiß es nicht. Was ich noch ergänzen will zu der Szene, Damon muss dann ja so ein bisschen grinsen, als er den Namen Alice hört. Gleichzeitig ist er aber auch traurig und weint dann tatsächlich. Natürlich, also er wird jetzt wohl kaum um Lord Grover weinen und da habe ich mir so gedacht, ist das jetzt eigentlich hier der Moment, wo er die Trauer um Viserys eigentlich zum ersten Mal wirklich an sich heranlässt oder aus sich herauslässt. Gute Frage. Ja, ja, ich weiß es nicht. Ich kann es dir nicht sagen. Ich hatte es eher so als, ja, es war schon so ein erleichtertes, also weinen oder Traurigkeit. Vielleicht hat er auch einfach gedacht, ja, Gott sei Dank ist der alte Sack jetzt weg und jetzt können wir endlich loslegen und ich kann hier raus. Vielleicht war es auch das. Ich weiß es nicht. Ich würde sagen, es war eine Mischung. Es war dieses, dieses belustigte Grinsen in der Traurigkeit, war glaube ich das. Aber er ist einfach noch total von seinem Traum damit, wie sehr das von den Socken, würde ich sagen. Keine Ahnung, weil ich wüsste jetzt nicht, was da so ausschlaggebend war, dass es ihn jetzt noch mal getriggert hat. Ich meine, klar ist er erst erwacht, aber keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Naja, er hat es zum ersten Mal wirklich an sich herangelassen. Das ist es halt, ne? Ja, also ich fand es in der ersten, in der ersten, also das erste Mal, als er in der Folge, als er nicht davonrennen kann, fand ich es eher, weil er, aber obwohl stimmt, da hat er schon wässige Augen gehabt, vielleicht war es jetzt einfach noch mal so der Knall, der Knackpunkt, wo er einfach alles, also wo er es rausgelassen hat. Das kann schon sein, ja. Er hat es sowohl im Traum rausgelassen, als dann eben auch jetzt hier real. Also im, genau. Ja. Wir begeben uns einmal mehr nach Driftmarkt, beziehungsweise zu Adam, der am Strand entlang geht, an so Fischern vorbei, und man merkt, der will wahrscheinlich irgendwie hangeln gehen, oder sowas, ne? Aber das Vorhaben scheitert, denn auf einmal hört Adam den Drachen, oder einen Drachen, der dann auch über ihn hinwegfliegt, und es ist sehr ähnlich gefilmt, wie in der zweiten Episode, wo er den ja schon mal so von Weitem gesehen hat, und es ist tatsächlich auch Seerauch. Der macht dann auch wieder kehrt, kommt auch ziemlich nah an die Küste ran, und die Fischer, ja, reagieren dementsprechend in Panik, rennen davon Adam, Adam auch, weil er merkt, Seerauch kommt wirklich fast schon direkt auf ihn zugeflogen, und kreist dann auch so mehrere Male über dem Strand, stößt hinab, sodass sich Adam dann wirklich so in den Sand werfen muss, und man hat das Gefühl, Seerauch jagt ihn wirklich fast schon, ne? Ja, das hat so ein bisschen, also ich hab noch, ich hab so gedacht, oh, guck mal da, der spielt gern mit seiner Beute. Weil er rennt ja und rennt und rennt und wird den Drachen einfach nicht los. Ja, ja, auch der Schutz der Bäume hilft nicht, ne? So wie, also, das, was Kristen Cole da mit seiner Reiterei gemacht hat in der dritten Episode, ne? Das hilft auch nicht, sondern Seerauch kommt wirklich hinterher, also auch wirklich bis in den Wald. Adam stolpert dann irgendwie, glaube ich, über eine Wurzel in so eine kleine Grube und denkt dann, er ist weg, ne? Er guckt sich so um, so, oh, da sind ja nur Vögel am Himmel und dann landet Seerauch, der ja nicht gerade klein ist, direkt vor ihm, sodass der Boden wirklich erbebt. Ja, und kommt auf Adam zu, der einigermaßen verängstigt ist. Ja, und da, das ist also der Punkt, wo ich mir auch gedacht hab, bei Sir Stefan haben es gesagt, um Gottes Willen keine Angst zeigen, aber Adam hat ja auch hier, wie jeder andere auch, die Buchse voll. Ja, aber total. Aber der Drache ist nicht daran interessiert, ihn zu fressen, sondern ich hab er tatsächlich schon gejubelt, weil man merkt schon, okay, der Drache hat Adam als einen neuen Reiter auserkoren. Genau, ja, also er kommt ja wirklich, er kommt dem ja wirklich sehr nah, ne? Ja, ja, also er ist wirklich so nah, dass du, okay, gut, also wenn er dich jetzt verbrutzelt, wär's fies, okay. Aber es ist eigentlich schon klar, was daraus resultiert. Und ich hab's gefeiert, ich hab's tatsächlich echt gefeiert. Ich fand's richtig, es war saugut gemacht. Und ich mag beide Brüder auch wirklich sehr gerne mittlerweile. Also von dem, von dem bisschen, was man jetzt halt so mitgekriegt hat, find ich beide sehr sympathisch. Und ich hab mich bei Adam echt gefreut, weil ich dachte, eh, Gott sei Dank, ich mein, okay, gut, du wirst wahrscheinlich in den Krieg geschickt, aber wenigstens hast du auch mal ein bisschen Aufmerksamkeit und du kriegst gleich noch einen fetten Drachen. Ja, also bitte und vor allem auch nicht gerade einen kleinen, ne? Also. Richtig. Das ist schon eine ordentliche Maschine, der, ähm, ja, also man merkt es wirklich, der kommt ihm zwar nah, aber der wirkt nicht aggressiv oder so, ne? Nee. Das ist eher so, so von wegen, er will mal dran schnuppern, ne? Du hast die Entwicklung schon irgendwie ein bisschen kommen sehen, oder? Also das war ja schon vor Boding da in der, äh, zweiten Folge. Also, dass er den Drachen in der zweiten Folge gesehen hat, fand ich, hab ich, hab ich nix, konnte ich nix mit anfangen. Ich dachte, oh, es ist eine schöne Szene, das ist auch so ein bisschen, die Drachen sind überall, ne? Man sieht sie nicht immer, aber sie sind auch immer wieder da, aber ich konnte da damit jetzt, ich hätte da damit nicht verbunden, dass Adam jetzt zu einer der Drachenreiter wird. Es ist mir nur, als die Szene angefangen hat und der drüber geflogen ist und dann wieder umgedreht ist, dachte ich, okay, alles klar, da wusste ich, was passiert. Also, das hätte ich mir echt denken können. Hätte ich dann jetzt gefressen, wäre ich natürlich erst mal, okay, krass. Das ist Game of Thrones. Aber, ja, eben, ja, du weißt es nicht genau, aber so, wie das sich da schon angedeutet hat, während dieser, dieser, ähm, äh, Katzen-Maus-Jagd, dieses Versteck-Disch und so, ähm, dieses Spielerische einfach, weil so kam es mir vor, es war ja nicht bis zu lange gebrutzelt, ja, oder, oder halt wirklich direkt runtergestoßen und gefressen. Ja. Da wusste ich es schon so, da hab ich es schon so gedacht, okay, alles klar, aber ich find's geil. Ich, ich feier's. Na gut, ähm, ja, also ich, ich freu mich auch für den, ich bin gespannt, äh, wie sich, wie sich das noch entwickeln wird, auch, obwohl ich seinen Bruder Ali noch so ein bisschen interessanter finde, wenn ich ehrlich bin. Durch das Geheimnisvolle, ich verstehe. Ja, ich, ich mag, ich mag halt das Geheimnisvolle, deshalb mag ich auch Mysaria. ist mir klar. Mysaria, äh, zu der wir jetzt kommen, auf, äh, Dragonstone bei Rhaenyra, die ihr jetzt berichtet, ja, unser Plan ist, äh, aufgegangen, beziehungsweise hat Früchte getragen, äh, nicht nur wurden die, die, äh, Bote in Empfang genommen und eben auch die ganzen Vorräte, sondern auch die Banner von den Booten, also eben mit dem Targaryen, äh, Wappen, die wurden in die Stadt getragen und verbreiten sich auch dort und, äh, also halt wie, wie so, bald wie so, so Fähnchen von einem Verein oder so, ne? Und erst an den Toren, äh, zur Roten Bergfried sollen die abgewiesen worden sein. Ja, Mysaria sieht das als Erfolg und eben auch als Botschaft an, äh, die, äh, grünen Thronräuber des Rhaenyra eben, äh, nicht so schwach ist, wie sie dachten. Und sie ist dann aber doch relativ verständnislos, weil, äh, ja, sie meint jetzt, Rhaenyra wird sich darüber ein bisschen mehr freuen. Ja. Also sie hat da schon mit, mit, glaube ich, etwas größeren Emotionen gerechnet, als nur, oh ja, ist okay, okay, super. Ja. Ja, weil Rhaenyra hat halt das Gefühl, den Krieg zu verlieren, ähm, vor allem, äh, äh, stößt es ihr jetzt auch sauer auf, dass, äh, selbst jetzt, also nach ihrem Rat, stellt auch Jace letzten Endes ihre Fähigkeiten in Frage, wenn er halt sagt, ja, äh, am Ende des Tages brauchen wir halt Daemon, ne? Um hier für Ordnung zu sorgen. Und Mysaria kennt ja auch, äh, äh, Daemon und weiß, ja, der sucht sich doch stets den Vorteil für sich selbst bei allem, was er tut und, und was vonstatten geht. Und, äh, Rhaenyra erzählt ihm, also, er geht dann wahrscheinlich so zurück in, in ihre Kindheit, ne? Wo der halt noch eben, wo sie, wo sie eben noch zu ihm als ihr Onkel aufgeblickt hat, so, ja, Daemon war halt irgendwie immer das, was, was sie eigentlich alles sein wollte, ne? Also, sorgenfrei, gefährlich und, äh, ominöserweise war sie aber das, was Daemon immer sein wollte. Nämlich, der wollte immer, immer Anerkennung von seinem, Bruder und letzten Endes auch der Thronfolger sein. Und, äh, beschreibt das dann damit, ja, letzten Endes waren wir beide Teile eines Ganzen, aber er war schon immer uneins mit sich selbst. Und das kann sie ja, glaube ich, schon sehr gut beurteilen, weil, äh, naja, das waren auch wahrscheinlich so die Beweggründe, aus denen sie letzten Endes geheiratet haben, ne? Wobei ich jetzt nicht sagen würde, dass Daemon, ja, obwohl er sieht sie schon so als seine Konkurrentin an, mittlerweile fast, ne? So ist es nicht. Mittlerweile schon, ja. Ja. Ich denke, bei Jace ist es halt auch, er wird nicht in alles mit einbezogen, also, weil er ja von diesem Plan von Miseria und, äh, Rhaenyra ja nix erfahren hat. Also, er wusste, da läuft was, irgendwie in King's Landing und die beiden haben da damit irgendwas zu tun, aber ich glaube, er hat so, so zwischendurch in der Folge auch das Gefühl gehabt, so, ich stehe außen vor, obwohl ich, ja auch, ich bin jetzt, also, ich bin der Sohnemann, ich müsste doch eigentlich über alles Bescheid wissen, aber, ja. ich werde nicht in alles eingeweiht. Ich denke, dass das halt auch noch so ein Punkt ist. Das, das passt dann auch hier sehr gut, weil, wenn du überlegst, Daemon wurde ja auch immer eigentlich wie so ein rohes Ei behandelt von seinem Bruder und letzten Endes ist das ein Stück weit auch aus, letzten Endes hat er sich dann so vielleicht auch entwickelt, ohne das jetzt irgendwie alles auf Visere schieben zu wollen. Äh, vor allem hat Rhaenyra jetzt so langsam den Verdacht, dass, ja, Daemon sich schlimmstenfalls sogar gegen sie wenden könnte. Mysaria will das dann erst nicht so wirklich wahr, meint dann nur, ja, er ist ja, er ist ja nur gegangen und, und Rhaenyra, ja, ist ja, so oder so, er ist nicht hier, ich hab ihn verloren und damit auch seinen Drachen, Rhaenys ist tot und, was ihr bleibt, ist ihr eigener Drache und zwei jungen Drachen, die aber nichts drauf haben und sie haben immer noch keine Armee und damit einfach keine Chance gegen Varga. Mysaria meint, ja, aber ihr habt ja noch die Velaryon-Blockade auf der Gurgel und die zeigt ja auch Wirkung, ne, das muss man ja auch sagen und Rhaenyra meint, das ist dann aber auch nicht genug und auch im Hinblick auf Jace meint sie halt, wie, wie kann sie herrschen, wenn ihr, äh, Nachfolger bereits jetzt schon an ihr zweifelt, ne, also die fühlt sich, die fühlt sich alleine, komplett alleine, Daemon ist weg, Jace, äh, traut ihr nichts mehr richtig zu, der Rat steht auch nicht wirklich hinter ihr, vor allem nach, nach dieser Ohrfeige. Ja, aber sie hat ja noch jemanden, sie hat Mysaria, das sagt die ihr dann ja auch. Man merkt, Rhaenyra vertraut ihr jetzt so langsam auch wirklich, ne, also das Verhältnis zwischen denen, das ist so langsam jetzt wirklich immer enger geworden über die, die, äh, die Folgen hinweg. absolut. Man merkt auch, Mysaria vertraut ihr jetzt auch voll und ganz, denn sie macht an einer Stelle weiter, an der sie, äh, nicht weiterreden wollte in Episode 2, nämlich wo Rhaenyra sie fragte, wo sie eigentlich ihre Narbe her hat. Und, äh, ich muss gestehen, ich habe die, ich meine, ich hätte auch zu dir gesagt, äh, im zweiten Recap, wo eigentlich die Narbe jetzt genau war, denn das ist ja die auf, äh, aufgrund dessen sie der weiße Wurm genannt wird. Die hat nämlich, glaube ich, quer am Hals, hat die, glaube ich, eine sehr lange Narbe, ne, aber die hat in der ersten Staffel, äh, wurde die immer geschickt versteckt durch irgendwie Schmuck und Kleider. Ja, und du hast da nicht wirklich gesehen, also auch, sie zeigt zwar so ein bisschen, aber wir hatten uns ja drüber unterhalten und da, ich habe jetzt nicht wirklich was gesehen, ob das da quer oder, oder längs oder sonst irgendwas ist. Ja. Und ja, ich habe auch nicht so wirklich, also jetzt hast du es offen gesehen und, mhm. Sie macht dann ja auch klar, dass es noch eine weitere Narbe gibt. Oh ja, ein bisschen tiefer. Und erzählt in kurzen, knappen Sätzen, was ihr als Kind alles angetan wurde von ihrem, von ihrem Vater, der sie misshandelt und vergewaltigt hat und, ähm. Ja. Auch abgetrieben hat. Sie war schwanger und kann jetzt auch aufgrund dieser, dieses gewaltsamen Abbruchs keine Kinder mehr bekommen. Genau. Und die Narbe am Hals kommt daher, dass, äh, ihr Vater ließ sie zum Sterben zurück oder sie wurde auf jeden Fall zum Sterben zurückgelassen, überlebte dann aber und ja, man kann davon ausgehen, wahrscheinlich hat, äh, möglicherweise hat ihr Vater versucht, ihr die Kehle durchzuschneiden, ne? Richtig, ja. Ähm, das, genau so habe ich es auch verstanden. Und Rhaenyra weiß es dann, also sie, sie weiß das Vertrauen dann tatsächlich zu schätzen, bekundet dann ihr Beileid dafür und, äh, Myssaria meint dann, ja, das, das hat mich aber auch irgendwie geprägt, denn seitdem, seitdem, äh, habe ich eigentlich gelernt, keinem mehr wirklich zu trauen. Verständlich. Weil, äh, die, die, die Welt ist kalt und grausam und unfair, äh, gerade für Frauen natürlich und, äh, nur wenige sind in ihren Augen stammthaft und zu diesen wenigen gehört Rhaenyra, äh, also man hat ja gemerkt, es hat ja schon mächtig Eindruck auf sie gemacht, dass sie, dass sie, äh, da wirklich für sie eingestanden ist und sie ja eigentlich die Freiheit geschenkt hat, ne? Dass sie Dämens Wort gehalten hat in, in dem Fall. Mhm. Äh, und man merkt ja, sie will die, also sie will die wirklich auf den Thron bringen und er achtet sie vor allem auch, also sie achtet sie nicht nur als würdig, Königin zu sein und dient ihr deshalb, sondern, äh, sie sieht sie auch wirklich als ebenbürtiger an, fast schon vielleicht als eine Art Seelenverwandte irgendwo, ne? Ja, ich denke halt auch, sie sagt ja auch, dass die Güte sie halt so überzeugt hat, dass sie, dass sie gütisch ist. Genau, Barmherzigkeit, ne? Genau. Das, äh, also in der, in der dritten Folge sagt sie das ja und, äh, Rhaenyra, an ihr geht das dann auch nicht so, äh, spurlos vorbei, dass sie ihr jetzt wirklich ihr Herz ausschüttet, sondern, äh, geht zu, ihr umarmt sie, Mysaria reagiert da auf, darauf ist eher so ein bisschen zögerlich, ja, und dann, ähm, wird die Umarmung schon sehr, äh, liebevoll, sag ich mal, ne? Ja, es wird ein bisschen gekuschelt und geknutscht und bevor es aber zu weiteren Tätigkeiten kommt, werden sie aber unterbrochen. Also man muss ja sagen, die Initiative kam ja von Rhaenyra, die, die liegen sich ja erst in den Armen, dann sehen sie sich an und Rhaenyra beginnt dann wirklich, äh, äh, Mysaria auf den Mund zu küssen. Wobei Mysaria sich schon am Hals küsst. Stimmt, ja. Ja, 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 stimmt. Ja, also ich, ja, ich, ja, ich find ein bisschen, die Initiative kommt von, äh, von mehr von Mysaria, aber, also, ist er nicht abgeneigt und steigt ja dann drauf ein. Genau. Aber, ne, also ich fand das, äh, Mysaria eher da so die treibende Kraft, war. Naja, die haben sich so gegenseitig, äh, zueinander hingestoßen, so ein bisschen, ne. Jetzt mal so in Hinblick auf, äh, beide Figuren, hast du sowas kommen sehen? Oh, ich, das, äh, ein, 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 , ein, , ein, , ein, kann halt auch Mysaria schlecht einordnen. Ja. Ich bin mir nicht sicher, ob die das, äh, aus was für Beweggründen, also Beweggründe, um Otto eins ordentlich auf die Nase zu geben, okay, um die restliche Familie da ihrer Feinde auszulegen, okay, aber ich weiß nicht, irgendwie, also, äh, ich weiß nicht, ich trau ihr nicht, ich glaub, dass die noch was in der Hinterhand hat, was dir tatsächlich die, also, ne, den Mund offen stehen lässt. Deswegen, hm, weiß ich nicht. Ich, ich muss, ich muss gestehen, ich hab es jetzt nicht so kommen sehen, auch wenn ich mal so, äh, auf Twitter geguckt hatte, äh, und da manche Leute schon meinten, so gewisse Vibes, äh, zwischen beiden zu spüren. Also nicht nur, dass, dass die irgendwie schnell, äh, äh, irgendwie ein Draht zueinander entwickelt haben, sondern dass Mysaria sich ihr schon auch so, wirklich so annähert, ne? Also da war ja auch schon vorher in der Szene, wo Rhaenyra das Schwert hält, da macht ihr ja Mysaria wirklich so ein Kompliment von wegen, ja, steht euch, ne? Und so, und da dachte man sich, das wär so eine Schleimerei a la Laris, aber das war anscheinend ernst gemeint. Ich muss sagen, es stört mich jetzt ehrlich gesagt nicht. Es kam ein bisschen aus dem Nichts für mich gefühlt, aber ich fand's eigentlich auch eine schöne Szene, muss ich, muss ich zugeben. Also es fühlte sich auch nicht, es fühlte sich nicht aufgezwungen an, fand ich. Nö. Äh, aber Lirum Larum, äh, Ser Lorent, äh, kommt rein, äh, Beide stehen dann so peinlich pikiert nebeneinander, also wirklich so, fast so wie so Teenies, die gerade erwischt wurden. Ser Lorent hat anscheinend davon aber nicht wirklich was mitgekriegt oder lässt sich jedenfalls nicht anmerken und meint dann nur so, ja, äh, euer Gnaden, es wurde mitgeteilt, der Drache Seerauch, Seerauch wurde über Gewürzstadt gesichtet. Und, äh, Rhaenyra dreht ihn dann so halb den Rücken zu, ist ja noch so in dieser, in Flagranti, äh, 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 und meint dann, ja, das, das ist ja nichts Besonderes, das, das macht er manchmal, aber der Unterschied, äh, es heißt, äh, der Drache hatte einen Reiter. Also sie konnten von unten leider schwer beurteilen, wer das gewesen ist, aber es soll wohl wirklich ein Reiter gewesen sein. Sie fragen sich dann, also Rhaenyra und Mysaria fragen sich dann, ja, wer, wer, wer soll das denn gewesen sein? Mysaria meint dann, ja, das, das kann ja nur einer von den Grünen, äh, sein und, äh, äh, meint dann, ja, sollen wir irgendwie euren Rat einberufen und, äh, Rhaenyra beschließt dann jetzt aber, Nagel mit Köpfen zu machen, geht mit, äh, Sir Loren weg, während Mysaria zurückbleibt. Rhaenyra kommt in die Drachenhöhle, wo dann ihre, äh, äh, diese Drachenbändiger bereits ihren Drachen Syrax vor sich, äh, haben. Jace kommt, äh, äh, angelaufen durch die Halle, will dann, äh, irgendwie seine Mutter noch, noch zurückpfeifen, aber Rhaenyra fliegt bereits davon auf ihrem goldenen Drachen übers Wasser und gen Himmel. Ja, und wir haben ein Schwarzbild einmal mehr. Ja, noch zwei Folgen. Noch zwei Folgen. Wir haben es geschafft. Der Podcast hier ist jetzt schon relativ lang geworden. Wir ziehen noch, äh, beide ein kurzes Fazit und können dann vielleicht noch so mutmaßen, äh, wie der Folgentitel sein könnte. Aber da lasse ich dir bei dem allem natürlich den Vortritt. Bitte schön. Mir hat sie wieder sehr gut gefallen. Ich fand sie wieder mega. Ich hab bis jetzt keine schwache Folge ausgemacht. Ist ein bisschen fehlende Action. Immer noch, ne? Kann man kritisieren oder nicht. Aber ich brauch's tatsächlich nicht. Ich freu mich zwar auch immer drauf. Aber hier haben wir wieder schöne Shots, schöne Kulissen, alles toll. Also ich bin von der zweiten Staffel immer noch hellauf begeistert und, äh, ja, sehe jetzt schon leider reumütig darauf, dass es nur noch zwei Folgen sind, bis dann wieder fertig ist, ne? Für eine längere Zeit. Ja. Ja, ich fand die, ich fand die Folge insgesamt auch gut. Ja, ich muss sagen, die und die, die fünfte und die zweite, die wirken echt so ein bisschen überladen. Also die gingen ja fast schon wirklich so an die 70-Minuten-Marke ran, was man jetzt auch an unserem Podcast spürt. Äh, sie ist auch so ein bisschen, also es ist, es ist ein bisschen zu viel, finde ich. Äh, man merkt sie, sie müssen das jetzt irgendwie ja anders bündeln und wirklich viel Plot auch unterbringen und wirklich auch viele Handlungsstränge. Also wir haben hier wirklich fünf oder sogar sechs Handlungsstränge inzwischen. Äh, äh, und das mit Damon. Äh, ist schon so ein bisschen. Also ich glaube, hier war es wirklich am repetitivsten, auch wenn ich die Szene, also das ist halt so verflucht an der Hachenhall-Story. Die Szene an sich sind gut, aber es ist halt, es dreht sich schon irgendwie jetzt im Kreis. Dennoch, äh, fand ich vor allem die Inszenierung von dieser Folge wirklich gut, habe ich ja wirklich an einen Stellen gesagt, ob jetzt die Regie an sich oder auch die Kamera, äh, wobei hier beides echt so ein bisschen ineinander fließt, hat man den Eindruck, ist, äh, dennoch eine gute, sehenswerte Folge, die vor allem wahnsinnig atmosphärische Momente hatte, vor allem mit diesem Gesang da, äh, in der Drachenhöhle fand ich großartig. Äh, viele tolle Aufnahmen und, äh, ja, auch vor allem schöne Variationen gegenüber der Buchvorlage, die man nicht nur einfach jetzt stumpf irgendwie abfilmt, sondern auch wirklich eigene Impressionen liefert, also Stichwort Infowars. Das finde ich ganz, ganz großartig, was die daraus machen und diese Eskalation in der Stadt fand ich auch wirklich super. Ja, und jetzt können wir noch gerne beide überlegen, wie die Folge heißen könnte. Geheißen haben könnte, muss man ja schon immer, äh, muss man ja schon eher jetzt hier sagen. Ich bin mir nicht so ganz sicher, aber ich könnte mir tatsächlich vielleicht eher so was wie Drachenreiter oder Drachen, äh, Dragon, äh, Drachensamen oder sowas vorstellen, weil das halt schon viel ändern wird, denke ich. Hm. Ja, das sind schon einschneidende Ereignisse auf jeden Fall. Also es ist, es ist auf keinen Fall, und da muss ich mich auch nochmal gegen manche Meinungen über die fünfte Folge von einigen aussprechen, die fünfte Folge war keine Filler-Folge. Also es tut mir leid, eine Folge, wo Aemond die Macht an sich reißt und den Rad, äh, völlig umkrempelt, äh, teilweise, das ist, das ist kein bloßer Filler. Es gibt eigentlich keinen Filler in dieser Serie. Auch diese Folge hier nicht, ja, ich würde auch so tendieren, so Richtung, ja, Drachensamen, Saat der Drachen oder sowas. Ja. Saat der Samen, ja, dafür war davon noch ein bisschen wenig zu sehen, aber, also Saat der Drachen könnte ich, Seeds of the Dragon, könnte ich, könnte ich mir vorstellen. Klingt gut. Vielleicht. Aber wir werden es ja erfahren haben dann, äh, bei der nächsten Folge. Ja, wir sind, äh, einmal mehr durch mit dem Recap, Sven. Ich danke dir recht herzlich für deine Zeit, deine Geduld und, äh, euch da draußen natürlich auch fürs, äh, Zuhören. Äh, wenn ihr jetzt aber sagt, nach über drei Stunden Podcast wollt ihr noch mehr Recaps, dann hört gerne in die Abschluss, äh, beziehungsweise, äh, äh, in, in die Besprechung vom Staffelfinale bei The Boys rein. Die ist auch ein bisschen in Überlänge, aber wir kommen jetzt hier zum Ende. Äh, wenn ihr den Tele-Stammtisch unterstützen wollt, dann könnt ihr das gerne tun. Uns gibt es überall, wo es Likes gibt, äh, oder wahlweise auf tele-Stammtisch.de. Äh, damit verabschiede ich mich einmal mehr wirklich ein bisschen ermattet, äh, nicht nur von der Länge, sondern auch von der Hitze heute, äh, und sage Valamogulis und überlasse dem Sven das letzte Wort. Es war mir wie immer eine Freude. Ich hoffe, euch hat's genauso viel Spaß gemacht. Ich bin auch ziemlich groggy und ich sag einfach nur ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschö, tschö. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in die Redaktion des Tele-Stammtisch betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso frohlocken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.